und rein zu start wenn du da bist du bist muted ich denke nicht 15 hours ein handy anschließen beschlägt beschlägt ich habe ja auch noch eine spacey hallo hier habe ich gemerkt ich bin schon auf punkt 23 wechseln können gerade dann habe ich gesagt nicht dass ich wieder irgendwo hin laufen und dann da wieder festsitze deswegen ich meine es waren 15 minuten wo ich in den boss gegangen bin war halt noch eine viertel stunde zeit und den habe ich beim vierten drei oder so gemacht und dann war nur vier oder fünf minuten später ja und ja danke genau und da meinte ich schon so jung ich verspäte mich jetzt nicht gegen den boss nämlich einfach reingegangen habe ein paar mal ein paar op sachen gemacht und meinte also ja gut bin fertig hat das alles geklappt ja ist ja wirklich so du holst mir nicht die zeit du nicht jeder aber nicht du ne das ist auch einer der zieht die äh der zieht die haut von ähm adligen an also der hat überall so gesichter von adligen in seinem mantel und so weiter der verledert die einfach ein guter alter menschenhunter man kennt die davon gab es gab es zwei die hießen apostel also keine ahnung warum apostel adligen alles auseinander schneiden aber anscheinend tun sie das ich habe schon zwei apostel gekriegt der andere hat auch so einen scheiß an der hat mir eine kapuze gegeben wo eine wo oben eine nase und augen mit drauf sind okay da dachte ich mir ne digga ja digga so ich such einfach nur in jedem game eine coole kapuze weißt du die ich auch setzen kann oder was für den mund oder was weiß ich da hatte ich die ganze zeit so einen wüsten torbahn auf und dann hatte ich halt einen helm auf danach und jetzt habe ich halt einfach meine erste meine anfangsrüstung davon einfach die kapuze wieder genommen und eine restliche rüstung zusammengebastelt ging halt auch aber ist halt nicht das was ich habe ich werde eine geile kapuze nicht einfach nur eine schwarze kapuze weißt du halt irgendwie auch underwhelming am ende des tages so achso wir waren fertig in dem gebiet ne ich glaube ja ne ja außer genau außer dieses zeug mit ihm hier oben die er hat man ja sowieso die ganze zeit die haupt fest mit wie heißt er ähm walker genau ähm warte mal side missions waren lake country und return to schulds later achso immer noch sagt er uns wann oder müssen wir dann irgendwann hingehen er sagt uns bestimmt nicht wann deswegen werden einfach mal ein bisschen rumlaufen denke ich und dann werden wir irgendwann schon finden was los ist genau und er wollte was in infinity ach ja da hatte ich gestern geguckt die ganzen faktischen dinger sind in ganz verschiedenen sachen wo wir noch nicht sind wo wahrscheinlich ja faktischen dinger brauchen wir jetzt am anfang auch nicht machen lass uns am anfang erstmal darauf konzentrieren dass wir halt so ne gebiete und so und haupt story erstmal machen ja generell charakter progress meinst du halt ne ja jo kann man machen ähm ich gucke auch nur warte mal so rum ob wir halt alles hier fertig haben aber ich glaube also hier sieht es echt gut aus in dem gebiet ja sollten wir alles durch haben ähm okay weil dann als nächstes hätten wir ja smuggler kaufs mit nur objektives und keiner mission oder wir hätten die side mission von hier die aber irgendwie woanders hinführt ne ach ne das ist die mit von schulz die hier ist achja ah ich weiß ja nicht also jetzt ist es auf jeden fall noch nicht later weil es ist ja direkt nachdem wir mit ihm geredet haben eigentlich later thinking country hatten wir auch gemacht so wie ich mich erinnere genau da waren die collectables die wir nicht aufheben konnten yes yes desert eagle und scorpio fehlen hier noch ins thinking country anschein steht hier oder ne weapon objectives hab ich doch natürlich hab ich die ne scorpio ach ne die blueprints doch wir haben nicht der salige blueprints bekommen oder haben wir ne explore howard airfield in thinking country ja so howard airfield ist da wo er ist und behemoth defense area okay ja das macht sinn warum wir das noch nicht haben und walker auch noch nicht okay dann haben wir hier oben rechts auch die quests in thinking country halt alle sozusagen gerade fertig wir haben nur ehre wonnen wo wir mit dem typ noch mal reden müssen ähm ja ist jetzt die frage wollen wir jetzt hier erst oben die smuggler coves noch machen oder wollen wir direkt nach unten in diese riesen gebiete weil oben wäre halt wild coast ist gar keine quest wenn ich das richtig sehe wahrscheinlich auch nie wie es aussieht ähm da ist nur was zum aufheben und eine behemoth area wie ich sehe und dafür wärs halt schlau wenn man wenn vorher smuggler coves macht thinking country hatten wir ja dann hätten wir rundherum dann können wir nämlich als nächstes fanbog machen oder wie das alles da sind halt die main missions auch noch drin ach episode 3 und episode 1 was ist hier search for walker inside the howard episode 1 ist die hauptsache die wir erstmal machen episode 3 ist nochmal anderer kram jaja aber warum ist hier auch howard air defense field oder sowas weil bei mir steht die walker quest ist auch hier in fanbog aber da steht wortwörtlich darunter howard airfield base die ganz woanders ist also nicht in fanbog sondern sondern in ähm thinking country ist hier die ist ja auch nicht irgendwie so in beiden gebieten oder so die ist in thinking country wortwörtlich da kannst du ja drauf gehen die walker base und die angucken deswegen also check ich die mission da nicht wie da steht vielleicht kommen wir später von der quest dahin aber dann finde ich es wiederum dumm das schon anzuzeigen ne weißt smuggler coves haben wir halt schon angefangen gehabt über uns smuggler coves ja da hatten wir doch da waren wir beim sunken clipper bay und so wie die missions haben wir da doch gemacht für den einen die zeit mission von samuel oder wie der hieß glaube ich also willst du erstmal in smuggler coves weitermachen oder? weil wenn wir was angefangen haben oder wir machen heute ein bisschen missionen können wir auch machen, egal wenn wir willst du äh äh ja die nebenmissionen gehen halt auch nicht weil die sind eh überall in so komischen gebieten wo wir noch nie waren obwohl ja gut jeskell ist halt auch in new argyle ne new argyle ist auch das ding aber new argyle ist wenigstens hier nebenan also das können wir noch machen weil wäre das jetzt unten bei liberty weißt du dann würde ich sagen ne hab ich keinen bock drauf weil dann würden wir unten ein gebiet machen und dann dazwischen halt überall so die hälfte freilegen und alles dann ist alles so unvollkommen weißt du find ich nicht so cool und dann finden wir am ende auch die hälfte von unserem scheiß nicht ja dann oder dann movem wir jetzt zu new argyle und machen dann nächstes mal beim nächsten gebiet also wenn wir nächstes gebiet machen sozusagen dann die coves fertig erstmal wenn wir die angefangen haben bei argyle ist auch echt actually klein wie du siehst ja ist es ja dann können wir auch wieder zu erevon porten und von da aus weiter fliegen hier nach oben rechts in die ecke oder wir können auch ah ne wir können ja direkt mal gucken wo müssen wir dahin center of lake country province north of flock lake flock lake ist der hier unten oder ne lake irgendwas lake cliff flock lake ist der weiter oben so und mal im buck im 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 The im im Blackwater Lake, da Flock Lake, das ist aber nicht in Lake Country, achso, warte mal, ist das hier? Ne, das ist Lake Country. Achso, das auch noch, haben wir zwei Quests bringen? Wir haben zwei Quests bei ihm, glaube ich. Ja, wir haben zwei deswegen, da steht halt eine Mission, aber wenn du mal guckst, der hat einen in Uarge und dann hat der eine in, ach ne, das ist eine Nebenmission, Get Blueprint, Reach Scale Security Assembly Hall, den haben wir auch noch, deswegen, aber das ist halt woanders, das habe ich falsch gelesen. The Long Valley Residences, ich bin in der Southern Part of the Uarge Province, eh, Long Valley Residences, Southlands. Südlich kommt Swin Mountain. Ich gucke gerade, wo der Swin Mountain sein soll. Hier unten. Also das ist der Swin Mountain und dann in der Long Valley Südlich vom Swin. Hä, das ist auch in Lake Country. Oder nicht? Swin Mountain? Ach, ne, ich war, ich war gerade, ich war gerade in Lake Country, ja. Ich würde sagen, das ist hier. Ja, natürlich, in den Residenzen. Das ist auch in der Wohnanlage aus. Obwohl, ja, komm, das ist ne, J-Skill, der hat safe die große Villa, Alter. Man weiß es nicht, da oder da, wir können ja beide markieren. Ja. So, dann können wir da aber noch nicht hin porten in die Nähe, ne? Ne. Ne, da müssen wir so... Warte mal, haben wir da links daneben nicht? Ne, das ist... Erebon, wenn, oder über Skep... Ne, Skepter Peak Biwak. Da können wir auch noch hin. Und dann da runter, ja, da. Das wär das nächste. Dann lass da hin. Ja, da kriegen, wir kriegen sowieso ein Heli. Ja. Let's a go. Nur wegen den... Bei diesen Berggebieten ist halt oft mal Anti-Air. Das ist halt das Ding. Wäre auch besser, wenn du fliegst. Ich habe ein neues Fighting-Game. Okay. Was spielst du? Antaiger mir heute geschenkt. Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4. Ah, drei habe ich gespielt. Vier kenne ich nicht. Das Problem ist, ich bin von der Story her noch nicht so weit. Und das würde mich spoilern. Ah. 10% der Charaktere habe ich mich schon mal durchgeklickt bei Spieletipps. Aber, äh, ich kenne halt die Story soweit noch nicht. Und dann wäre halt doch schon ein bisschen Spoiler dann. Ah, stimmt. Da würde man lieber erst den Anime haben. Ja, aber geil, dann für später. Ja, eben. Warum nicht? So, Garage, ich muss mir den Heli auswählen. Warte mal. Wenn du guckst, ne, wir starten hier am Berg. Meinst du, wir können da runter Space Jumpen? Ich glaube, es ist so gedacht. Ja, komm, ich try das jetzt. Let's go. Also dafür ist es, glaube ich. Also, klar. Dafür ist es da. Ich weiß halt noch nicht, wie weit man damit fliegt dann, ne? Ja. Gucken wir dann. Ach, da unten bist du schon. Ah, okay. Da hin. Boah. What? Warte mal, das. Da hinten. Ja, ich komme. Verdammt, das funktioniert hier nicht wie ein Far Cry, dass du schneller bist, beziehungsweise höher kommst, wenn du über hohe Sachen fliegst. Okay. Ich habe hier meinen Fallschirm gezogen. Kann man den Aufwerk machen? Kilometer noch. Ja, keine Angst, ich hole dich mit dem Heli ab. What the fuck ist das, ich bin Spawn trunk? Der Heli knallt direkt erstmal mit dem Rotor irgendwo gegen. Spaß hier auf jeden Fall. Hä, aber sind die nicht dafür da, um so höher zu fliegen hier rechts, diese... Ah, ne, es sind Feuer, ne? Kann man die nicht in der Luft nutzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hast du es versucht eben, ja, ne? Das Feuer zu nutzen? Ja. Ne. Dass du wieder höher aufsteigst, das kann sein, dass das geht, weil hier überall so riesen Rauchschwaden halt sind, ne? Kann das sein, ja. Komm, ein paar Karren. Guck mal hier in der Luft. Oder einfach nur, weil es so kalt ist, I don't know. Na, vielleicht weil es kalt ist und die Leute machen es nicht Feuer, ne? Eben. Auch unmöglich. Eben, eben. Gehen wir erstmal, ja, das ist safe, seine Villa oder da rechts, guck mal. Ja. Guck mal da rein direkt, ne? Warte, lass mal hier schon landen oder setz mich hin. Ja, ja. Ich will sowieso hier hin, dann muss ich Drohne zünden. Und ich muss sowieso nochmal von drüben kurz, also ich muss nochmal kurz. Geil, mein Code über meinem Arsch weht, bis zu den Schultern hoch. Ja, das müsste es sein, oder? Es wird alles gescannt gerade, mal gucken. Skell Estate, J-Skell's Home on Aurora, ja. Das war klar. Ist auch ganz schön klein. Skell's J-Skell. Alles mögliche, ja, ich bin gerade durchgehend einfach nur um alles scannen. Ach da. Jetzt können wir wieder mit Schulz sprechen, ne? Hast du ihn gesehen? Ja? Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, gut. Dann können wir nach der Mission direkt mit Schulz das regeln. So nice. Also nach der Reihe hier, die wir sozusagen spielen, meine ich, wenn wir die Mission gemacht haben. Mission, die, was weiß ich, Auftragsabfolge. Das ist ein Fenster, darf man hier reingucken? Ein Fenster, aber... Ah, hier ist noch einer. Ist so durchsichtig, ne? Das ist safe einer beim Ausschau, der das bedacht. Na klar. Aber wir haben alle, glaube ich. Haben wir? Ja. Ah, ein Heavy. 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 Ich glaube, den Shotgun-Dude da vorne könnte ich eigentlich so ausschalten, ohne dass es einer mitbekommt, wenn ich ihn richtig sehen würde. Jo, ich begebe mich kurz auf eine andere Position. Jupp. Dann schläge mich hier irgendwie nicht. Oder ich setze mich jetzt nochmal hier in den Busch kurz. Geh nochmal ganz kurz drücken, um das Fenster zu machen. Ja. 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 das wenn man auf dem kabel ende jetzt oder so ein adapter oder so der so eine kabelverlängerung genau senkrecht auf dieses ding rauf was auf dem boden liegt natürlich über legos laufen wie früher wird einfach drauf nicht so darf mir so das kenne ich das gefühl früher drei legos hingeschüttet direkt schmerzen der hölle gehabt die alle dinger muss noch hochkant landen war wichtig wenn du so hingeschmissen hast lege und dann drauf drauf getreten ist ganz wichtig dass du da wirklich auch auf die hochkant seite drauf jetzt auch noch mal doppelt schmerz richtig reingehen so niemand wirklich niemand wir als backups kommt vom weißen hügel mit schwarzer ausgestattet wirklich niemand wir haben überall ausguckt eigentlich bei so einen posis oder das war das als feeling ist egal gerade ein bisschen näher ich glaube ich werde doch erstmal bevorzugen und dann auf seine anweisung erwarten ob ich ihn abspicken soll ja aber das ist warum da sind zwei so zwei leute also kann ich aber ja eben und du siehst auch also ich muss sagen ich habe probleme damit diese ich hätte mir gewünscht dass die weißen pfeile keine kleinen weißen pfeil ist dass sie irgendwie rund sind oder irgendwas dass man die wirklich auseinanderhalten kann weil jedes mal wenn du irgendwo drin bist du irgendwo einen weißen fall denkst du ja entweder im nebenraum oder im nächsten haus weißt du dann siehst du erst die range danach und ich bin unterm haus das war die drohne aber die drohne ist nicht mehr wohl die war gar nicht so laut die andere von den fliegenden gibt es auch noch unterschiedliche so die alarm cargo doch irgendwas es gibt richtig die fliegenden drohnen mit bewaffnung die bei dem wolf rumschwören hier glaube ich sind nur einfach welche so die aufpassen die dann alarm schlagen und so hier auf dem helipad weil die störe ich gehe noch mal auf die andere seite vom berg mach du mal ja ich bin noch um ich bin noch am umlauch ich habe ja auch sauer ach hier vorne hast du nicht habe ich ja feldflasche vorne hast du auf den weggeknallt oder ja da war dann noch einer der da hinkam dann habe ich den auch noch weggesnackt ich überlege gerade ob ich den hier liegt das ist ja wahrscheinlich schon ah ja die beiden ja die liegen sogar echt gut kriegen beide in so eine ecke reingeschossen war ja geplant na sicher meister scharfschützt und so geplant war dann läuft der aus bei hier sieht's nicht hinter dem busch der steht immer sehr oft alleine ganz außen muss kurz was trinken einen moment bitte hab keine aussah mehr zum luftanhalten vielleicht doch schon noch aber muss halt ein bisschen laufen ja das ist dein job gewesen ich kann halt hier also ab hier nicht mehr groß sein weil hier musst du den hinten holen und dann den heavy am besten damit ich bitte den hier vorne holen oder ich warte mal den hier vorne kann ich lernen der andere hat aufgehört der ist nicht schlimm also der eine bleibt dann steht wartet dass der dann gucken geht ich lass ihn gucken dass alles safe ist ach er hat den wo hat er den body gesehen kann sie töten ach wenn ich mache ich ne warte ah aber ich muss den da den da den da den da den da der hat kurz geschossen ja den da ich hab ihn doch schnell markiert aber ging nicht hier ist schwierig rein no joke hier ist ganz viel personal jetzt wissen sie bescheid ja aber die wissen nur von dem schuss die haben einen schuss gehört ah hier ah die haben wir gerufen ich hab's gerade gehört die tag 50 macht one hit auf äh bei 50 per lila lieber 50 so rum kommt auch welche glaube ich ach der ist schon tot so weg da das ist der kugelsicher glaube ich das glas da warte ich mal lieber wenn sich da rein ja mal oben rein ja wie gesagt sind sie nur versuche es ist ok hm warum ging die tür da vorne gerade auf oh ja ich hätte ihn absnacken sollen als ich ihn da können stecken alle nacheinander hoch gerade wir werden wahrscheinlich gleichzeitig hier die leichen sehen still bei der einen ja alles ruhig alles passiert jungs ja hier ist er ist unten an der seite deswegen sehe ich den nicht ganz auf bin auf dem kaktus gelandet er macht kein wunder was hat denn da weh der geht nach oben die tür ist verschlossen der eine tilt am lokal ist dein laptop hier hier die pad und weg na oh hast du getroffen ja ja hm hinter knife ah ja die kommen alle drei hierher weg da wird genommen warte alle drei hier ja und noch zwei über mir sein eine läuft da super schnell also nicht aber schnell aber der will wieder zum heli oder was der kollege also daraus musst du auge haben jetzt noch einer und an der seite dann komme ich mal rein ja sehr gerne darum great ist einiges 850 rate of fire 1200 alle besser da kann ich auch formel ran presser Nein, ich bin ein Inter. Ein dreckiger Inter. Will be applied on all MPX. Warum hat er letztens meine Vector das nicht mehr gekriegt? Hä? Vorschwecher? Ja. Ich vergleiche nochmal die Vector, die auf dem Boden liegt. Hier nochmal. Oh ja. In allem besser. Außer in der Feuerwehr. Das ist alles klar oder hinten? Sehr gut. Gehört? Alles klar, ja. Ah Who the fuck is Harmony? Ist it a bit? Woah Thanks, nice Ah, ah, ah Habt ihr den? Ach der steht hier, hast du? Mhm Ich hätte ihn doch jetzt getötet Können wir den Shit hier noch holen? Ich geh erstmal die ganzen restlichen Sachen holen, oh noch einen runter, okay Ein paar Sachen Guck mal nach, hier kommt man zum Helipad Hier ging es runter oder? Nee, ging es nicht weiter runter Warte mal, hier war doch immer eine Tür Hier, die hier Die hat ein Rotes Frost I don't know, ob das für Starts gilt Nimm mal einen Ich hatte keine Freigabe Oh, der hat was ins Gesicht gekriegt, der Bluter im Kopf So Gucken Nee, unlockt nicht Alles klar Noch eins hier Und runter irgendwie Ich glaube es ist über außen, ne? Ja Hier bei mir Ruhe Ah, nice Spike Ray Wow, 250 Credits wieder, das fällt mich ja maßlos Okay, hier ist nichts mehr Ah, hier war ich schon Runter uns runter müssen wir irgendwie noch Achso, hier Ah, ja Macht Sinn Macht Sinn, ja Ah Info Ja New Bio Oh, wieder ein Foto hier jetzt Ja Wir müssen alles über unsere Gegner wissen Richtig Er sagt, da ist ein Verbündeter aber Ich kann es nicht machen Alter Jetzt Hast du es gesehen? Immer wieder Ja Ich bin immer wieder weg gegangen Junge, Junge, Junge Ach, hier kann man nicht durch Voll der Scheiß Ach, hier ist so ein Room Wo man mit Dings rein kann Mit einer Wache Aber hier schlepp ich keine Wache runter Der hier nicht Die rote Klinke ist es nicht Da sind nur diese Türen, die wir schon kennen Die aufgehen Diese rote Klinke ging nicht auf auf jeden Fall Vielleicht müssen wir Jack Scales' Leiche dahintragen Geht auch Machen wir das Nee, ich glaub nicht, dass wir Jack Scales' Leiche dann erschossen haben Die mit dem Red war eigentlich noch Schlau da eigentlich Er hat die ganze Kacke vorhose Das war der feiner Herr hat noch einen geilen Wasserfall hier Irgendwo müssen wir noch rein Ach, hier ist noch eine Kiste oben Aber die unten, die weiß ich nicht wie hier ist Wo ich da hinkomme SSG Weg damit Schmutz Ich muss sagen, von außen müssten wir noch einen Weg nach unten sehen, oder? Oder ist Das versuch ich grad zu finden Also zu gucken Ja Brauchen kann man ja nicht Nee Ist hier ein geheimer Durchgang? Nee Warst du doch nicht durch die Tür mit der Wache, oder? Fangen wir eine runter Das ist noch zur Sicherheit Ja Ja Oder? Gucken Ähm, wo war die Tür? Noch eine runter, stimmt So Wo ist die? Hinten drin Ich probier ab nächster Runde ein bisschen Shotgun, ne? Kann man die auch silenzen, die meisten? Ja Tür ist noch nicht offen Ja Ja Ah ne, da ist eine andere Tür Dahinter wird sogar geredet Achso, ne, das ist ein Nachrichten Ähm, welche Tür war das denn sonst? Äh, das war doch hier eben Dann ist die wirklich schon aufgegangen, oder was? Ne, da hinten Ne, das ist die andere Seite Kommen wir nicht dahin Selbst wenn ich einen auf den Schultern habe, lehnt er sich nach vorne, um es extra aufzunehmen, das Zeug Hast die Leiche hier drin, dann bleibst du offen die Tür, aber ist nur Loot Also nur, äh, Granaten, etc. Da wo unten war nix, ne? Äh, ne Also rumherum meine ich Ja Dann lass uns vielleicht mal die Info hier nehmen, die Hauptinfo Und gucken, ob uns das vielleicht da hinbringt Dass irgendeine Tür unlocked wird, oder so Das kann natürlich sein Weil ich seh Actually sonst keinen einzigen Weg, wie man da sonst kommen sollte Weil hier sind richtig viele Türen halt rot Vielleicht können wir dadurch dann da durch, oder sowas Ich geh noch kurz hier in den einen Raum Ja Ja erstmal, ne, hier sind sehr viele elektronische Sachen drin Erstmal Hände vors Gesicht halten Ja, ist auch besser Elektrosmog, du weißt wie es ist Ja Also du musst ja hinter so'n roten Ra- Hinter dieser roten Tür aufgehen Das kann ja nicht anders sein Ach, die Scorpio Scout ist auch ne DMA, die hab ich mir gekauft, oder? Kann ich den Dota nicht tragen? Ach, die hatte fünf Schuss, deswegen wollte ich den Stimmt, ich will er nicht Man kann das auch nicht mal fokussieren, ey Und dass du da irgendwie drauf zugreifen kannst Ja, dass man's sehen kann halt, ne, wo's genau ist Ja Aber... Geht nicht Das die... Das die... Das die letzte Crate mit... äh... Weapon Parts Also... Selbst wenn wir die nicht haben jetzt, ist es wieder erstmal nicht schlimm Gut, dann lass dein Laptop gehen Ich seh hier die Bahn Ah Das war schnell Äh... Constalled Okay, okay, okay Mission complete Achso, das war die Mission hier War einfach ne Infos, oder wie? Ries, gell? Ja, und jetzt müssen wir noch Fanbock Alles klar Oh wow Also das war die... Das war die Quest Okay Äh... Ich hab... Ja eben, das ist halt das Ding, ne? Du gehst in ein Gebiet, dann schickt er dich direkt ins nächste, so Manchmal Guck er noch gerade... Was wollte ich hier nochmal hoch machen? Park Area... Nein... Nein... Es geht auch was hoch Ah ja Adds Icons to the Minimap that indicates resources Das ist nice Dann seh ich auch mal in der Wildnis was Cool, dann hat der Recon Drone ist destroyed Nö Boah, ich wollte doch hier auch noch was Wann mal Ja, EMPs werde ich hier skillen Item Capacity werde ich hier skillen müssen Oh, werde ich jetzt mal das skillen, oder? Cold Blooded Minus 30% Health Region Delay Und plus 100% Health Region Speed Ich glaube, das würde mir helfen Nehmen wir Mh... Ist das... Ist das... Ah... Muss mal die quippen... Na egal Cannot reach... Achso der Scheiß... Kill no ping Next Memo brauche ich nicht... Das brauche ich nicht... Nehmen wir jetzt erstmal... Kevin Schmopp ab Kevin Schmopp ab Ich kann einen wirklichen Schalldämpfer auf die Shotgun machen... Geil Pfff... Lass dich aber glaube ich lieber... Finde ich aber ganz cool immer... Schallgedämpfer auf die Shotguns muss ich sagen... Gute jedenfalls... Aber ich dachte halt erst das hier bei dem... Wasserfall irgendwie ein Eingang noch wäre ein Geheimer aber... Leider nicht... Deine eigene... Mh... Dann weiß ich nicht wie wir an die Crate kommen... Kannste ehrlich sagen... I don't know about that... Hm... Ja dann müsste es ja noch einen anderen Endschutz immer geben... Aber... Hast du nicht für Angst... Wie die Lasten aufzubauen... Aber... Ist es nicht... Sag ich... Sieht so aus... Sieht leider nur so aus... Eben drum... Geh ich mal rechts... Weil hier rechts... Weil ich noch nicht am Rande gucken darf... Und hier irgendeine reingript... Aber... Unten hast du geguckt... Außen zumindest... Und hier rumbleiben... Weg ist nicht großartig... Hm... Geht's nicht rein... So... Ah ja Ubisoft... Ich trete den Basketball ins Wasser... Und er... Ah... Bündelt unter der Wasseroberfläche... Macht Sinn doch... Also weil wir jetzt... Nach... Zu dem anderen Unterstar machen hast... Fanbock... Oder wie das heißt... Oder willst du halt jetzt... Eine Area lieber clearen... Oder wollen wir weitermachen... Weil dann... Können wir nämlich direkt... Da... Wieder nach dem Biwak... Also dann kann ich direkt nach dem Biwak... War doch... Lake Country ne... Ganz ehrlich... Die Area hier ist nicht so groß... Lass uns die Area hier clean... Ich denke mal... Das sollten wir heute in dem Run schaffen... Und dann nach der Area halt noch... Ähm... Kurz... Scale machen... Also... Kann machen... Kann machen... Kann machen... Hier gibt's auf jeden Fall ne Karre und ne Heli... Ich glaube der Heli wär schlauer... Hm... Sollen wir mal in die Wohnanlage hier direkt nebenan gehen? Achso ja... Können wir auch... Ich hab nur schon mal das äußerste vorgezeichnet... Ah ne... Nicht das äußerste... Aber die äußersten drei sind da unten... Können wir dann abfliegen... Da gibt's wieder ne Barrett oder was? Ja gut... Vielleicht spielst du noch direkt... Es gibt öfter... Ähm... Die ganzen Waffen in Desert Eagle... War doch auch mehrfach... Hm... In den Karates... Muss ich hier noch einen runter nehmen? Ja weil... Nebenan die Wohnanlage ist wieder ein größeres Gebiet... Wo wahrscheinlich ein paar Wachen sind... Wollen wir erstmal kurz die kleinen Areas hier schnell machen? Weil die müssen wir nur abfliegen... Das ist hier... Da ist kein Haus... Da ist kein Haus... Und da ist ein Haus... Also... Deswegen... Ich guck... Bin grad nicht ganz... Drinnen... Mensch... Ich kann doch mal gucken ob da was ist... Warte mal... Stimmt bevor ich losfliege... Ich kann mit der Drohne noch so weit... Gucken glaub ich... Ähm... Ich guck grad ob's irgendwo bei den Pyramid-Gebieten... Das gibt... Diese... Doch... Ja ich hab... Zumindest nen Biwak entdeckt... Guck mal... Sind das die drei gewesen? Nein ich hab ja was anderes noch... Ist die Scorpio... Ah der da... Und... Das ist die Vector... Hier... Ja... HT... Ja ne das... Andere Seite... Weiß es nicht... Ähm... Ja... Aber das muss doch... Warte mal... 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 So drehen... Vor mir... Warte mal... Nichts im Web updated... Ich bin noch am gucken... Da war doch was grad... Was ist hier... Ah... Scanning... Da hab ich doch... Neben uns... Wird's mir nicht als Order gezeigt... Aber warum sollten... Zum Beispiel... Ne... Dieses... Dieses? Das M82... Ich nenn's Barrett... Weil's ja Barrett ist... Ja... Warum sollte die Barrett... Nur so verfügbar sein... Aber nicht als Blaupause verfügbar sein... Nee... Die wird als Blaupause verfügbar sein... Hundertprozentig... Aber die... Wahrscheinlich nur noch nicht angezeigt... Ja eben... Nur wir sind nicht so weit... I guess... Hm... Ah... Okay... Ich hab... Einfach nur ne... Drohnen Patrol Area... War das hier... Können wir da drauf scheißen... Da hab ich schon mal geguckt... Da hinten ist ein Biwak... Brauchen wir auch nicht hin... Da können wir nur... Also bräuchten wir nur kurz hin... Die Waffe kaputt machen... Und dann sind wir da fertig... Und dann können wir direkt... Zu der hier eigentlich... Da haben wir nämlich alles... Unten schon fertig... Da oben nach A... Hm... Ja... Müssen wir nur kurz hinfliegen... Ich bin ja am Heli... Äh... Jo... Müssen wir nur die Waffe kurz kaputt machen... Dann können wir wieder in die City... Ähm... Problem ist... Immer noch die Crate hier... Ähm... Drinnen? Ja, ich komm... Achso, achso... Okay... Ich wusste nicht... Ob du zum Helipad kommst... Nur die Truhe... Fack mich ja... Ja, ich am Anfang auch nicht... Es ist bestimmt irgendein Untergrundgang... Habe ich das Gefühl... Von da... Weißt du... Irgendwie... Maybe... Ich weiß es nicht... Was wurde mal da... Das ist halt nebenan... Das ist halt 500 Meter... War mit dem Heli schnell hinter uns... Hier in den Gästen... Keine Gegner... Ah... Darum könnte man sich ein Bike schnorren... Aber das wollen wir nicht... Oder jetzt bauen wir mit dem Bike hier raus... Können wir auch machen... Was ist denn Info? Den Töl... Zwangspräufig... Dann brauche ich die Biwax so nicht... Ach, die MP7... MP7? Oh... Nicht, dass die MPX wieder switchen muss... Hahaha... Aber jede Waffe, die ich finde... Wird auf einmal besser... Ähm... Ne, wir können... Oh... Warte mal... Wir können es so machen... Ich kann dich ja rü... Mit dem Parachute rausschmeißen... Wenn du willst... Ja... Und dann kannst du dir eine Posey suchen... Wovon du ganz gut... Die... Village da sehen kannst... Weil dann kann ich innen drin... Halt ein bisschen säubern... Und du übernimmst draußen hauptsächlich... Ich habe keine Sniper mehr, ne? Ach so... Jetzt gerade nicht mehr... Doch, naja... Jetzt habe ich das Strom gewinnen... Muss ich halt damit ein bisschen probieren... Ach so... Nö... Du kannst halt auch reingehen... Dann... Dann... Müsste ich vorher wahrscheinlich... Kurz ins Biwax oder so... Aber das ist... Ne... Und links von uns ist das Biwax... Soll ich kurz hinfliegen? Warte mal... Das habe ich gerade eben neu entdeckt... Hahaha... Ja, dann lass kurz hinfliegen... Dann kann ich dann ganz kurz eben meine Klasse wechseln... Ja... Aber das ist hier... Jo... Ich lauf dann hinterher... Au... Loi... Ich dachte... Du bist schon drin gewesen... Ne... Noch nicht... Gewartet... Rückwärtsgang kurz eingelegt... Ah... Dann bist du runter noch, ne? Ja... Jetzt... Das Bisch ist nice... Wir haben auch noch nicht einen... Wir müssen mal den nächsten... Weil wir sehen die so selten... Den nächsten Transport... Der immer kommt überfallen... Und gucken was die bringen... So richtig... Genau... Einfach mal schauen... Fucking Mission war das ja... Dass einer dazwischen durchgefahren ist... Wenn das an der Hauptstraße war... Und dann kam nur... Fuck... Ich wurde entdeckt... Wovon? Fucking Leute hinter mir... Weißt du... Einfach ein ganzer Transport der da kam... Fähig so dumm immer... Ähm... Ja gut... Wenn du jetzt halt auch Sturmsoldat ist... Dann... Guck ich mal... Aber ich... Hab da... Du bist ja Panther... Ich will ja dann die Ablenkung... Damit du Silent... Irgendwo anders reingehen kannst... Ist ja... Ist ja... Ist ja völlig fein... So... Da sag ich ja nix... Aber äh... Ich wollte nur gucken... Ob ich dann vielleicht... Ein, zwei meiner Perks halt... Gucke, dass ich die anpasse... Weil... Slim Shadow brauche ich nicht mehr unbedingt... Wenn die eh... In deine Richtung ballern durchgehen... So zum Beispiel... Regen zur Node nehmen... Was plus 100% macht... Und minus 30%... Äh... Regen Delay halt... Den ich kriege... Wenn ich einen Schuss kriege... Weißt du... Ganz cool... Oder halt ein CQC Kill... Die muss ich glaube ich ja sowieso machen... Reload Speed Accuracy... Und ein Instant Heal... Falls ich Damage hätte... Ja... Ich glaube das nehm ich mit... Slim Shadow ist aber... Ich hab halt das äh... Drohnen Perk noch dabei... Damit ich XP sammle... Also ich sammle wirklich schnell XP... Aber... Vergiss nicht was in dein Heftchen zu schreiben... Ja stimmt... Muss ich auch noch machen... Hatten wir doch gar nicht ne... Voll dumm... Ne... Ist mir auch erst eben wieder eingefallen... Aber man... Brauch ich das? Brauch ich das Adrenalin... Ne... Ich lass es erstmal so... Weil dann... Slim Shadow ist ganz cool so zu haben... Wegen der Agility halt vor allem... Weil du schneller kletterst... Auch drin... Und... Ja nur wegen... Äh... Drohne... Weil ich hab die Drohne ja nur drin... Wegen dem Plus 50 XP Game... Die ich jedes Mal kriege... Wenn ich einen von denen marke... Weißt du so... Und stattdessen könnte man dann halt was nehmen... Was actually useful ist... Aber ich glaube... 6 Cent... Ja... Hab ich schon... Ähm... Ah ok... Ähm... Ich muss mal kurz... Ach... Hier kann ich jetzt was hoch machen... High End Weapon Parts... Wir haben sieben Stück... Oder ich... Zumindest... Ich bin auf Mark 3... Haben wir eben gefunden vielleicht... Ich hab nur... Ah... Mir fehlen nur SMG Parts... Äh... Krieg ich die nicht wenn ich SMGs kaputt mache... Oder... Ich hab kein einziges High End Weapon Teil... Alter... Lord... Ich hab sieben... Was hab ich denn kaputt gemacht... Was du nicht kaputt gemacht hast... Wahrscheinlich immer dann... Wenn ich verkackt hab... Meinst du? Wenn ich reingeinsert hab... Wenn ich mal wieder ne Waffe aufgepickt hab... Zum Beispiel... Ah... So... Ja die hab ich kaputt gemacht... Zum Beispiel... Ja das kann natürlich sein... Dass ich da nicht drauf geachtet hab... Und ich das gekriegt habe... So warte mal... Meine Klasse hatte ich ja gerade gelevelt... Äh... Fünf... Fünf Enemies with SMG without reloading... Easy mit 50 Schuss... Muss ich zweimal machen... Und... Enemies with TQC while using clock and run... Das kann ich bei allem am Straßenrand machen... So... Preparations... Rumschreiben... XP Bonus... Wir brauchen hier alles nicht... Außer wenn Max Level... Ist einfach so... Bisher... XP ist das wichtigste... Damit wir vorankommen mit unserem Charakter... Ja... Wollen wir schon eine Nachricht? Sehr gut... Dann brauch ich auch noch nicht drauf reagieren... Haha... So... Craft... Brauch ich noch irgendwas? Ne... Bei i Max... Ziemlich... Injury Resistance... Plus 10%... Wow... Die nutze ich nicht... Die nutze ich aber nicht... Ne... Die Rations meine ich halt... Die nutze ich nicht... Muss ich sagen... Da seh ich mich gar nicht drauf... Weil ich komm so sehr gut klar... Vergess nicht... Äh... Was in dein Büchlein zu schreiben... Hab ich schon... Hast du schon... Okay... Bei mir wird's noch nicht angezeigt... Ne... Bei dir wird's sowieso nicht angezeigt... Ah... Das meinte ich ja gestern... Dass ich's bei dir nicht gesehen hab... Du aber bei dir... Haha... Zwei Helis... Nice... Ähm... Deswegen... Äh... So... Dann lass uns kurz mal gucken... Wo wir jetzt hier gerade rumlümmeln... Wir lümmeln hier rum... Ja dann sollten wir... Base jump nach B... Geht das? Von hier... Bestimmt... Weil B ist nah dran... Das andere... Oh ne... Das geht hier nicht... Das geht nicht... Ah... Das war knapp... What? Du bist dead... Gunstead oder? Ja... Gunstead... Ah... Wow... Ja komm dann... Nicht runter... Oh... Dann ähm... Einmal... Ruhig den Heli... Oder wir zufliegen... Äh... Kann ich machen... Ja... Ich bin halt... Tatsächlich... So hart es klingt... Usevoller draußen... Weil ich halt ne DMR habe... Und schnell... Die Leute mal mal... Pup... 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 Schnell weg machen kann... So... Während du halt dann... Richtig hart aimen musst... Ich kann nur mit dir... Immer noch... Um... Achso... Okay... Übrigens... Das Ding stürzt da ja... So wie es sich auch nicht... Ja... Okay... Immer so wie du weißt... Wirst du... Ich markier dann mal... A... Da oben... Aber nicht da hinten... Sondern zu B... Du siehst die ja schon... Oh... Das ist auch ein Helipad... Aber ich seh keine Gegend... Aha... Aufgebling... Oh... Du hast den Stein gekisst... Oh... Du hast den Stein gekisst... Oh... Oh ne... Oh ne... Fast... Kann sein... Jetzt die Waffe wechseln... Mal reingehen hier... So... Setz mich hier mal auf entspannt hin... Sag mir Bescheid... Wenn mir eine Drohne kommt... Da ist Info... Ähm... Hier ist... Irgendwas... Was... Was scannt ihr denn da oben schon wieder? Ach... Ist das Gebiet hier? So... Meine Güte... Oh... Da... Da... Hier also... Kannst du gerne vorbeilaufen wenn du magst... Da ist auch schon mal eine Crate... Wir haben eine Cargo Drohne... Cool... Cool... Da haben wir einen Sniper... Ja... Da muss ich mich jetzt halt selber hauptsächlich auf Entfernung um die Sniper kümmern... Aber deshalb habe ich ja meine DMR dabei... Dass ich... Flexibel bin... Äh... Was ist das da links? Ein Knarrentransport steht da... Es ist ein... Es ist ein Transport... Aber es ist direkt vor unserer Base... Also vor diesem... Wo wir rein wollen... Was haben die dann? Waffe... Was bedeutet das? Hier steht auch nichts genaueres... Das ist das Problem... Jetzt vielleicht... Wenn ich die spotten kann... Warte... Jetzt... Maybe... Ne... Ich kann den Transport nicht spotten... Ich kann alles andere... Nur den Transport nicht spotten... Hm... Komisch... Hey wo fliege ich denn hier... Ja... Den können wir aber nicht holen... Oh mein Gott... Oh... Ja ok... Das ist bei Lust auch von mir... Da wurde direkt die Assault Rifle gezückt... Gerade wo ich den Schuss gemacht habe... Hahaha... Äh... Da oben... Sind Dudes... Ähm... Der geht nicht in Deckung... Gut... Dann ist der Kopf weg... Gehe ich genauso... Gehe ich mir die Craytes holen... Äh... Die Craytes da oben holen... Auf jeden Fall... Uuuh... Sagt er wenn er fast ausrutscht... Ok... Ha... Komisch... Ich sag so ne Sachen nicht... Sollen wir hier in der T95... Mal gucken... Aber hier bestimmt nicht High End... Oder... Metal... LMG... Standard Weapon Parts... Vielleicht ist das... Rare Loot halt... Das man kriegt... Kann natürlich sein... Dass man manchmal Advanced halt... Auf Rare... Hat... Und da... Das halt auf Epic Loot... Irgendwas... Was... Was jetzt schon wieder? Äh... Da sind zwei Cargo drin... Sehe ich gerade... Die eine ist nicht gemarkt... Ich... Warte... Warte... Gucken... Wir fliegen fast nebeneinander... Wo ist die andere? Die war da oben? Ach... Ist das eine die über uns rüber fliegt? Warte mal... Ne ne... Ist das nicht... Habt ihr das jetzt gesehen... Ne... Die ist auch noch da... Da ist eine... Wo ist denn die andere? Ist die auf dem Boden? Hör sie doch... Auf dem Baum... Ah... Ich will mich denn mal sehen... Das heißt recht... Eine Drecks Drohne... Aber ich weiß nicht wo sie ist... Ich hör sie nur... Unsichtbare Drohne... Ja... Ist das Snipperino... Die ich noch nicht gespottet hatte... Ah... Hier... Da ist sie... Cargo Drohne... Liegt direkt bei mir lang... Hier sind Cargo Optical Lens... Und äh... Low Power Microchipper... Ich bin auf der Straße... Hier hinterm Haus... Bei uns... Liegt die... Drohne... Guck mal Cargo Drohne... Falls du den Shit nicht gekriegt hast... Oh... Ich hab gesehen... Und... Und wo denn? Ach... Von dem Stürmer da hinten... Der war noch... Angefixt gerade... Ja... Die Drohne fliegt hier hoch... Die geht... Die ist bestimmt laut weniger... Wo es geht... Ich kann mir vorstellen... Okay... Geh mal weiter... Tivis... You don't juck my ass... Schnell... Frisch gejumped... Weiter geht's... Wie hey no no please... Ich will hier nur die Scalecrate abholen... Geht euch los... Guck mal... Ist das hier ein Raum für ne Wache? Ne... Oh... Das Drohinnchen ist bei mir... Seh ich... Ne Cam dran... Ich weiß nicht... Ob ich die einfach kaputt machen kann... Mach ich mal... War gar nicht so laut... Ja... Nur die Leute... Die hier sind... Weinen jetzt halt... Weil ich geschossen habe... Oh... Und wirklich... Ah... Hat der eine gerade gemacht... Ja... Soll ich erstmal... Stempel hier... Oh... Oh... Kann ich was sagen... Nein... Ich hab ihn kurz an die Schulter geschossen... Oh... Das... Shot hurt? Ne... Oh... Du läufst weiter... Du bist nämlich ein Rusher-Boy... Und sagst keinem Bescheid... Guck schnell hoch... Guck schnell hoch... Guck schnell hoch... Guck schnell hoch... Genau... Lol... Ich hab vier Balken... Als... Äh... Stürmer... 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 Ah... Nice... Jetzt müssen wir was tanken... Hm... Ist das noch ne Cargo Drohne irgendwo? Ich hab dir gesehen... Da vorne... Mir egal ob das wer gehört hat... Zwei... Oh... Nein... Da ist ein Baum vor... Jetzt... Hör auf hier runter zu rutschen... Der geht zur Drohne und guckt warum er runter gefallen ist... Na... Ja... Gut... Level up... Und Headshot... Oh... Das haben die nicht gehört oder? Was passiert? Was ist ein Shotgun? Ja... Wolltest du nicht Shotgun? Ja... Wolltest du nicht Shotgun? Rüstung und so... Jep... Das fährst du... Mal shooten... Und auf die kann ich keinen... Also ich kann Schaltermittel draufsetzen... Aber ich pack auf eine Shotgun... Kein Schaltermittel... Irgendwie ist es... Das fühlt sich nicht richtig an... Okay... Okay... F40... Sieht scheiß aus... Lecker... Hab nicht drauf gehofft... Dadurch ich irgendwas tolles gekriegt habe... Ich glaube nicht... Standard... Standard Weapon Ports... War das hier auch noch? Ja... Ne... Mir fehlt die Waffe noch... Die M82... Die ist dann wahrscheinlich hier hinten... Ah ja... Die ist hier bei der Info... Um uns mal was ab... Willst du die M2... Ach ne... Ich kann sie ja nicht tropen... Ach ist so kaputt... Da... Standard Weapon Ports... Keine Ahnung... Ob wir es vielleicht auch looten... Einfach... Oder so... Warum hält er sich denn schon wieder... Die Hände vor's Gesicht? Was ist denn los Jungen? Hier... Falls dann... Falls dir der Magazin zu groß war... Ist ein DMR Small Magazine... Nice... Warum auch immer... Man für... Nachladezeit... Seine... Fucking... Zehn Schuss... Oder was das hinwegpacken soll... Für Fünf Schuss... Mit einer 762er DMR eben... Ich meine... Du packst doch extra... Das größere Magazin ein... Damit du halt... Weniger nachhalten musst... Eben drum... Also warum sollte ich das... Freischalten ums... Also ich hab halt gedacht... Das ist bestimmt andersrum... So möglich... Aber... Das... Ist hier nicht andersrum... Sag mal... Du merkst auch gar nichts hier... Ich hab hier ne... Für MPs gibt's sowas... Zum Beispiel Trommelmagazin... Ja ja... Das hab ich auch bei jeder... Sollt euch hinsetzen... Das ist hier die verfickte Polizei gerade... Nicht direkt... Aber fast... Nicht... Das sind jetzt 160er... Ja... Nicht aus eurem Land... Aber fast... Aufm Boden... So... Und dir werbe ich jetzt ne Patrone ins Gesicht... Mal gucken ob's funktioniert... Ein Hals geworfen... Den setzen... Steht der auf... Und fasst hier den Kopf... Nachdem er ne Patrone abbricht... So... Dann... Soll ich dich abholen? Ja... Kannste machen... Der Sprat ist ja gar nicht mehr... Geil... Nö... Das ist der Sprat... Den ich mir erwarte... Von der Shotgun... Zumindest bei der Shotgun... Das ist ja eine von denen... Wo du einfach nur nachfällst... Ah nice... Es gibt eine Shotgun... Wo du so ein Trommelmagazin hast... Diese halt... Diese wirklich automatische... Beziehungsweise... Halbautomatische... Ja... Ähm... Warte mal... Da kann ich mir vorstellen... Dass man da das Magazin ändert... Aber ansonsten... Da sind zwei und ne Drohne... Ich würd die mit... Meinem Skill da machen... Damit ich fertig bin... Mit dem einen... Jo... Und ne Info... Also du kannst schon weiter zur Crate... Oh... Ich dachte die wär schon... Uiuiuiui... Ho... Fallback Junge? Nahkampf meinst du? Oh du lebst noch... Was machst du denn hier? So... Du hast ne Info für mich... Hab ich dich gerettet... Ich lief dich nicht hier los... Ähm... Saddle Ridge Biwark... Brewery... Oder... Collect Dash... Das ist alles... In ein Nutshell... Danke... Vielen Dank... Okay... Hätte ihn runtergeschossen... Hätte ihn runtergeschossen... In der einen... War direkt drauf... Ja... Mit meiner... Dem Ecke das gut... Brauchst du sieben oder acht Schuss aufm Rotor... Und dann ist das Ding weg... Ähm... So... Dahin... Können wir ja... Dann können wir meinetwegen hier so... Direkt dahin... So... Heli holen... Äh... Was rutscht hier? Ich darf nicht... Cargo Drohne über uns... Wo ist sie? Wurde mir eben angezeigt... Ach da vorne... Ja... Boah... Ich seh sie nicht... Richtig... Wie die Kugeln halt... Fliegen... Oh... Das war knapp... Im Prinzip... Sieh... Sieh einfach wieder ab... Alter... Ich dachte halt... Die fliegt bei uns lang... Aber... Die fliegt über den Berg... Also juckt mich nicht... Wunder... Außer wir jetzt draußen sitzen... Und ich flieg daneben... Und dann... Kannst die ganze Zeit knallen... Müsst doch kurz gucken... Was er ist... Aus der Sicht... Hat er... Ah... Welche Höhe hier geradeaus... Vor uns... Warte... Warte... So... Advanced Weapon Parts... Davon... Wahrscheinlich auch... Okay... Hast du ja irgendwie... Raketen... Aber es waren glaube ich... Keine Raketen oder? Äh... Ne... Raketen gibt's ja auch... Ich glaub ich... Es gibt ja auch keine Raketen... Also wenn wir runterholen... Obwohl doch... Es gibt ja... Anti-Air gibt's schon... Aber... Anti-Air gibt's... Ja... Äh... Trenn in den Büschen hier... Das ist sogar ne kleine... Reff in the rare... Kleine Reff in the rare... Kleine Reff in the rare... Ähm... Kann ich was hier... Korten für uns... Oder... Gibt's wieder keinen... Hier draußen stehen wir hin... Alle Dienst drin gekriegt? Da... Zivillon... Oh fuck... Äh... Ich bin gleich wieder da... Yes... Nach Ofen... Äh... Ja... Ah... Leuchtet immer rum... Hier kann ich bestimmt noch irgendwie dazwischen... Da ist ein Zivi... Aha... 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 Das ist noch ein Zivi... Ah... Guard... There's a Guard away... Guard... Stay sharp... Guard... Hinten? Na... Aufpass rein... In dem Typen da... Achso ne... Ist ein Zivi... Es juckt niemanden... Wer was mitkriegt... Ok... Der ist vielleicht hinter der Tür... Negative Kontakt... Negative Kontakt... Negative Kontakt... Oh shit... Er übt gerade wie man sagt... We got a contact... Das ist hier wo ich vorbeigeflogen bin... Geil... Ich liebe das... Got a contact... Got a contact... Got a contact... Ja... Haha... Oh... Scanning... Was? Ein Ort oder was? Ne... Ich weiß nicht was es war... Aber ich hab's gescannt... Ah... Und jetzt nochmal hier Linsen... Stimmt hier unter mir... Ne... Ah... Hi... Ok... Ok... So... Muss ich mal... Ach... Muss ich mal bandagieren... Sehe ich... Cool... Könnte ich da nicht irgendeine Essens... Ach... Ne... Das sind nur diese... Overtime Buffs... Kann mich nicht hier... Muss ich da spritzen? Ich hab da keine severe injury... Hallo? Verstehe ich jetzt nicht... Egal... Dann... Muss ich mir wohl eine Syringe geben... Mmm... So... Ja... Flash... Nein... Hier gibt's auch noch den gleichen Map-Bug... Gut... Haha... So gut einfach... Man hört doch was... Hört man da... Stehst du? Stehst du das? So... Ich würde jetzt gerne nebenbei... Nein... Schütten... Ok... Ok... So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Hi, ich bedeutsche die Drohne. Ah ne, ich war unten drunter, deshalb. Schneller. Das ist alles, was du dir geben kannst. Eieiei. Ich möchte gleich mal gucken, was passiert, wenn ich jemanden im Nahkampf fülle. Weil eigentlich müsste ich dann eine Lebensregeneration bekommen. Achso, dieses... Den hab ich ja auch, glaub ich, in ZB. Adrenalin, ja. Ja. Aber den hab ich nicht drin. Stimmt, könnte ich aber machen für Life Rack eigentlich. Hier hinten kann man rein, nice. Leg mich aber erstmal hin, oder setz mich hier hin. Und erstmal den Sohnemann. Da ist kein Eingang, gut. Da ist ein Schweißer. No movement, no contact, no nothing. Oh, oh. Oh, many movement. Oh, Matsch. Ehrlich, wenn man was nicht mehr erzählen kann. Movement hier ist. Aha, Info-Person. Nicht umbringen, I guess. Oder ist das er hier? Ja, ja, müssen wir nicht umbringen. Aber ist ein böser Mann anscheinend, oder? Ist ein böser Mann? Ne, ist ein Civilian. Okay. Darf wir ein böser Mann. Shut the hell, I got nothing. Night Vision would help. Ah. Das ist ein Sniper-Ross. Wir haben raus... Ach, ach, ich hab's jetzt gesehen. Ich hab meine Drohne kaputt gemacht. Ja, ich auch. Bin okay geflogen. Dann geh ich halt näher, um euch zu spotten. Komm da nachher. Ohne? Nicht C4. Geh mal da rein. Nix, what's that noise? Yeah, how strange is that? Ach, der oben. Der oben geht locken. Warte mal, ist das doof für mich? Weiß es nicht, wo er runterkommt. Er kommt wirklich runter. Extra für den Schaden. Wie schnell sich das regeneriert, Bruder. Das ist ja wild. Warum geht der nicht gucken? Ey, Mann. Wenn ihr euch wieder beruhigt habt... Oh, dann werfe ich euch beide ein. Nein, bleib doch mal hier. Wo ist das denn? Willst du den Knife dann? Das ist genug für das. Okay, dann... Schhh, next what are you doing? Geh mal da hinten hin. Das Constructions Worker, your kind. Weg mit dir! Der Messerknabe. Oh Gott. Okay, zumindest. Nicht what? Geh die Leiche aufheben und weggehen. Sehst du da nichts dran, oder? Oh, der kommt zu mir. Schnell, schnell. Geh zu anderen hier hinten hin. Ah, hier war auch noch Ammo. Danke. Okay. Teammate detected. All detected. Move your ass detected. Der hat einen Schuss in den Hinterkopf gekriegt. Ah, ihr Pistolero gar nicht mehr dabei. Brauche ich gar nicht. Oh, geht's nicht durch? Mach hoch. Chit, 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 chit. Hat der eine gerade gestammelt. Oh meine Güte. Hi, wer sieht mich? Hä? Wer sieht mich? Zeig dich. Böseer Geist. Du da hinten? Du fällst mich auch, ne? I'm taking some cover. Weißt du, das ist süß. Okay, hier liegt ein MK14 direkt. Mal gucken. Ach, da hinten. Oh, da kommt der Kurschen. Die haben gerade einen Zivillen genaded, die Jungs. Die sehen mich nicht mehr. Der Sniper da oben sieht mich auch nicht mehr. Die haben einfach... Ach, das war er hier vorne, oder was? Digga hat einfach eine Nade zum Zivilien geworfen. Er ist weggesprengt worden. Ich war gar nicht in Range. Ehre. Wieso tötet die Zivilisten? Scheiß auf sie. Was ist eigentlich mein Panther-Shit? Den ich noch machen muss? Oh, hinter mir? Hä? Noch ein Sniper? Nein. Oh, ein guter Auge da hinten. Okay, ja gut. Dann pisse ich mich hier gut. Dann hatte ich mein Skill ready. He, he. Ich rumlaufe euch Jungs jetzt einfach und dann... Was war schon? Ja, gucke ich nicht. Oh, er weiß, wo ich bin. Nicht gehört? Oh, cool. Wir haben uns beide getötet. Er hat anscheinend in der Zeit mir eine Shotgun-Shell in den Kopf gejagt. Weißt du nicht, wie er es geschafft hat? Aber er hat es geschafft. Ich bin rum... Ich bin rumgegangen, direkt getötet. Hab trotzdem Shotgun in die Fresse. Also da bei denen darfst du... Mein Jensen ist ready. Darfst du nicht pieken. Ja. Du schaffst das, ne? Ich bin immer im Inventar, was ich eh machen wollte. Ja, okay. Bis gleich. Jo. Stimmt. Fünf Enemies ohne Nachladen. Das muss ich nochmal machen. Laden muss ich nochmal machen. Kann ich ja sogar gleich nochmal machen. Hm? Hm. Wo ich respawne? Banished. Ah, da sind nur vier. Ruft Verstärkung. Ah, wir haben fünf. Aber einer ist ganz weit weg. Hm. Was? Hier vorne ist doch was? Hm. Kraftsverstärkung, Baby. Oh, ich muss ja nur nicht reloaden, ne? Dann warte. Einmal voll machen, das Ding. Äh, ist das richtig? Der Weg ist. Ich stehe den Kopf nicht so richtig. Ich glaube da, oder? No. Oh. So. Sehe ich, Kontakt. So, hier war noch irgendwer. Freischuss kann ich verkraften. Ist hier ein Snap-Raum drauf? Ach ne, die sind hier rumgegangen, ne? And he's still on the lockout. Ist hier drin oder oben? Oder vorne? Vorne. Genau, bleib stehen. Oh, nice. Da ist der Rest, ne? A-Sap. A-Sap. What? What? Da do ich. Oh, du. Da oben. Da war noch einer. He's out there, guys. Oh, noch einer ist hier. Den mach ich auch noch mit dem Mag. Oh, nee. Muss hier sein. Hä? Wird da draußen jetzt? Ist das eine Drohne? Nee. Der ist halt ein kompletter Russian. Ach, das ist der Russia, der überlebt hat? Ach, komm. Jo, ich habe meine Panther-Quest-Standard-Zeit-Mal fertig gemacht. Also nicht fertig, aber eine davon. Von den Parts fertig gemacht. Äh, jetzt muss ich nur noch einmal fünf Leute mit einer SMG töten, um nachzuladen. Das geht halt auch in Leise. Ich muss einfach nur nicht nachladen. In der Gruhe oder in der? Ja. Okay. Hi. Ah, hi. Äh, Collectible. Bitte? Ah, aber das weißt du. Okay. No, sagt er. No. I don't know. Dann ist die Scale-Crate, ne? Ah, ja. W-W-What is this? Und? Ja, 1,5. Das ist auch in Ordnung. Solang es über 1k geht, alles in Ordnung. Ah. Hier ist die Scale-Crate. Karski wieder. Ich habe immer die Karski übel gefühlt in den meisten Games für Schallgenämpfte Shotgun. Fand ich immer geil. Weil die halt eigentlich ja in den meisten Games zumindest die übelste Präzision hat. Und nicht mal Slug verschießt. Ich habe immer so diese One-Shot-Gun, ne? Knappt. So. Wo ist die Treppe? Wahrscheinlich wieder rechts. Oh, ja. Scale-Crate ist oben. Okay. Got this, Scale-Crate. Ach, ja. Hier waren wieder. Genau. No Parts. Mal gucken, was ich kriege. Ah, Improved und SMG. Oh, SMG-Ball? Muss ich mal gucken, ob ich gleich voll machen kann. Hier haben wir alles. Okay, den nächsten Spot. Okay, nehmen wir an. Komm von hier runter, Base-Jump. Probierens. Wir waren noch nicht. Nein, kann man nicht. Er ist einfach runtergerollt. Schade. Ich habe jetzt kein Leben mehr, aber das passt schon. Komm, mein Mann, das ist der Ringe. Oh. Leider. So. Stimmt, ich habe auch für die Drohnen mein Cloak-Spray. Das nutze ich auch viel zu selten noch. Äh, so. Hier gibt es ja nur die Karre. Zumindest hier vorne. Ich fahr dann draußen. Und wenn du das hast? Mir fehlt nur noch die Kiste da hinten. Jo. Junge, ich fahre Scheiße. Oh. Da musste ich noch nicht rechts. Egal. Hä? Warte mal. Ach so. Das ist im anderen. Okay. Oh. Oh. Steine. Schaffen wir. Schaffen wir. Ja, locker. Gut, dass du drin geblieben bist. Ich habe dir vielleicht gerade in den Kopf abgesehelt. Ich weiß es nicht. Hier. Ah. Money. Ah, ein alter Schacht hier. Oh, wow. Danke. Muss ich wiederholen. Bei Animes nicht so aus, ne? Ja, ist richtig. Das ist eigentlich so ein Ding, dass es manchmal einfach Charaktere gibt, die dabei sind, aber halt wirklich einfach nicht wirklich was können. Ähm, ja. Ja. Die Meister bei der Hintergrund-Story haben. Die irgendwie da mit rein spielt. Zum Beispiel so ein alter Freund oder sowas. Einfach nur, der dabei ist. Zum Beispiel bei... Ähm, hast du Tokio Ghoul gesehen? Nee. Also ich kann halt... Boah, Empfehlung geht halt hart raus, ne? Weil das ist halt ein Anime, den viele nicht als Anime erwarten, so. Und das ist, ähm, wie soll ich sagen, in dem Anime wird sehr viel... Du siehst sehr viel Blut, du siehst sehr viel Kämpfe und übel krasse Kräfte, so mäßig. Das ist halt... Es gibt Ghoul und Menschen, also die leben in einer Stadt. Das hat sich halt irgendwann ausgebreitet, so ein Virus, und die sind zu Ghoulen geworden. Und Ghoulen sind halt einfach... Die ernähren sich halt nur von Menschen. Alles andere, was sie essen, schmeckt wortwörtlich nach Scheiße halt. Und, ähm, sind nicht so cool. Ähm, das heißt, äh, Ghoulen jagen Menschen, Menschen jagen Ghoulen, damit sie nicht Menschen jagen. You know? Dafür gibt's halt, ähm, ja, Hunter von denen sozusagen, mit besonderen Waffen, die aus den Ghoulen gefertigt werden. Und die Ghoulen haben halt eine Fähigkeit, jeder, der ein Ghoul ist, hat eine eigene Kralle bei sich, wenn er sie benutzen kann. Und dann eine Kralle, das ist sozusagen so ein Schwanz, der aus, äh, aus denen rauskommt, der eine besondere Fähigkeit halt hat. Und, ähm, der Hauptcharakter sozusagen ist ein entspannter junger Mann, äh, der zur Schule geht und jetzt gerade zur Uni geht und sich auch auf die Uni freut. Ähm, ähm, weil das gibt's auch im Trailer, das kann ich dir so sagen. Deswegen dann, ähm, verliebt er sich in ein Mädchen, geht mit der aus. Oh, mal grüßt euch, Jungs. Und die ist ein Ghoul. Ähm, die ist tatsächlich ein Ghoul, äh, führt ihn an so ein, ja, an so eine Baustelle, sag ich mal noch. Das siehst du auch alles im Trailer, deswegen sag ich's dazu. Ähm, an so eine Baustelle. Und dann passiert da an der Baustelle was. Ähm, sie wollte ihn dann natürlich halt essen, ne? Und hat reingebissen, aber dann ist was passiert und dadurch ist es dann im weiteren Verlaufe, kann ich nur sagen, also das weiß man halt schon, ist er, äh, oder wird er zu einem Halbghoul. Durch gewisse Ereignisse, die dann stattfinden. Und das trägt halt dann so ein paar Sachen mit sich, ne, die dann halt scheiße sind und gut sind und scheiße und was weiß ich. Und dann wirst du halt merken, wie er so richtig, wie diese, diese Charakterentwicklung ist in dem Anime halt so krank. Also das ist halt, du siehst wie so ein normaler kleiner Bursche halt, sagen wir mal, irgendwann zu einem richtig schlauen Dude wird, dann zu einem, zu einem richtig menschlichen, obwohl er halt nicht mehr so menschlich ist und dann zu was richtig Krankem noch, was jedem Fan halt richtig gefallen hat. So, das ist halt das Ding. So, das ist halt, du siehst eine Charakterentwicklung, die du nicht erwartest und ein Ende, was richtig traurig ist, aber das war das Beispiel und da gibt's einen, ähm, gibt's einen besten Freund von ihm und der kann gar nichts. Der ist einfach nur, er geht mit ihm zur Uni. Okay, und, ähm, der ist bis zum Ende von der zweiten Staffel, spielt er mit als Hauptrolle und kann gar nichts. Der läuft nur mit rum, der redet nur und was weiß ich und dient halt einfach nur so gute Friends, weißt du? Warte mal, B, hier waren wir schon, ne? Oder? Warte mal, ich seh nur deinen B, ich kann da nicht skinnen. Ja, da waren wir aber schon, das ist, äh, Accessing Center. Ah ja, da ist das ganze Loot. Ja, nach A. Okay. Ähm, ja genau. Und das meinte ich halt mit dem Beispiel, also da gibt's halt einen Charakter, der ist einfach nur ein Kumpel, der ist einfach nur dabei, der kann gar nichts und der will halt einfach nur die Wahrheit über ihn herausfinden die ganze Zeit und checkt halt nicht, was da los ist, warum er ihn meidet irgendwann und so, weißt du? So, will einfach nur die Wahrheit daraus nehmen und das ist einfach die zweite Hauptrolle. Weißt du? Also, deswegen, also das gibt's häufiger und actually sehr unterstützend für manche Storys, also bei Tokio Ghoul ist es sehr nice, dass der mit bei ist, auf jeden Fall. Nicht, weil der Charakter cool ist, sondern weil er viel zur Situation beiträgt, also zu dem, zu der Lore, dass du die richtig verstehst und sowas. Weißt du, weil er ja Nachforschung anstellt und sowas. Er ist halt der Dude, der dir, der dir Lore liefert, aber dafür keinen coolen Kampfkontent oder so, weißt du? Das ist halt das Ding. Sowas gibt's immer mal. Oh, ich verdammt, ne, guck, von einem Auto. Die fahren hier einfach lang. Ja gut, also worauf ich halt eigentlich hinaus wollte war, ähm, zum Beispiel bei Naruto, sagt dir der Name mit Tenpen was? Äh, nee, Naruto sagt mir ganz wenig Namen was. Nicht mal die, nicht mal Rock Lee hat mir bis vor ein paar Jahren wahrscheinlich was gesagt. Okay, aber Rock Lee kennst du, ne? Äh, ja, vom, ah, jetzt hab ich ihn, vom, äh, vom Hören und wie er aussieht mit seinem Pilzkopf, ja. Genau, genau. Aber sonst weiß ich halt nichts über den so. Das ist halt das... Tenpen ist die Teampartnerin von Rock Lee. Okay. Junge! Mann, fickt euch, es kommen überall Leute. Ah, über uns ist ein Transport, steig in die Karre, wir haben eine Waffe. Können wir schnell machen, das Ding. Okay. Und wahrscheinlich mal versuchen, den Fahrer rauszuballern, dann... Wie, willst du nicht schießen, soll ich, oder? Doch, ich muss nur richtig ran. Ich muss jetzt halt nur die Hauptstraße wieder hochcruisen, weil ich so nicht schnell hochkomme an der Strecke. Zumindest dieser Charakter Tenten, ne? Ja. Können ja super viele Leute, können ja bei Naruto Jutsus. Ja, ja. Auch Tenten kann Jutsus. Und da hast du schon bestimmt sehr viele Jutsus gesehen, wie... So gehört von mir. ... oder so. Ne? Und Naruto mit Rasengan. Dieses Schatten-Doppelgänger und sowas. Genau. Ja. Tenten kann Waffen beschwören. Ah. Nicht werfen. Ach so, cool. Das ist wie in... Fate, glaub ich. Stay Night heißt es. Da gibt's einen, der... Also da gibt's Klassen, die beschworen werden. Also das ist der Anime-Inhalt sozusagen. Da gibt's Magier und die Magier können einmal um den Heiligen Graal kämpfen. Mit ihren Servants, die sie beschwören. Es gibt halt immer einen Assassin. Es gibt immer einen, äh... Einen Berserk. Es gibt immer einen was weiß ich. Und der wird halt Archer und der... Ich weiß gar nicht mehr wie... Ach, Gilgamesch. Genau. Und der schießt komplett, äh... Ja, ne. Was heißt schießt? Der beschwört hinter sich ein Tor in den Himmel und holt heilige Waffen daraus. Späere, Bögen, alles. Und knallt halt alles gleichzeitig auf dich draußen. Hunderte gleichzeitig. Das ist halt so... So ähnlich, würd ich sagen. Oh, pass auf dein Leben auf. Und den nur ein bisschen... Oh, warte mal. Ich fahr vor. Damit kannst du ihm nach hinten... ...den Fahrer rausballern oder nach rechts. Mal gucken. Boah, der ist echt richtig schnell. Oh, der geradeaus kommt noch ein Fahrzeug. Genau. Das reicht schon, wenn der raus ist, I guess. Nice. Hast du. Sehr gut. Genau. Und du hast ja auch schon mal... Du hast vielleicht schon mal gesehen, dass da auch Schlangen beschworen werden. Tenten beschwört halt nur Waffen. Und die Waffen rufst du dann einfach auf dich. Und das war's dann. Okay. Ist aber ganz cool. Dieser Charakter ist so billow und trägt null zur Story dabei. Also hättest auch... Auch Rock Lee hätte jeden von Tentens Fights kämpfen können. Dann hätte wenigstens Rock Lee mehr Screentime gehabt. Hat Rock Lee Jutsus dir in das? Oder ist das nur so ein Schläger? Nö, er macht nur Taijutsu. Also Taijutsu ist halt komplett Kampf-basierend Jutsu. Ja. Der kann halt kein Gen-Jutsu, keinen besonderen Tricks. Aber das, was er macht, ist halt fucking krass. Oh. Grüßt euch. Ist dunkel heute und wir sind getarnt, wie du siehst. Sorge Jungs, ich nehme einen schnellen Weg. Voll gut. Ich habe einen schnellen Weg gemacht. Oh, jetzt. Wir fliegen so über diesen Berg jetzt. Ich glaube, ich kann schon mal dein Testament schreiben. Ah, nicht mit so viel Speed. Ich habe es mir besser vorgestellt. Ja, nee. Ich habe es mir schöner vorgestellt, dass der hier vielleicht ein bisschen steiler runter geht. Oh. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Wozu fahren wir hier in Hambi, ne? Oh, Fallbremsung. Okay. Sind da. Waren wir hier nicht? Warte mal. Nee, hier waren wir noch nicht. Skycrate und alles. Wir hatten, ja, wir hatten verfolgt. Genau, weil ich eine neue Marken muss auch. Deswegen war ich gerade verwundert. Da vorne endlich. Was scannst du da schon wieder? Ach, ein Potential Place für Info-Segg ist. No. So. Hier links soll einiges los sein. Was ist hier los? Wird gescannt? Hier hinten hin. I don't know. Ah. Da sind ein paar, ja. Jetzt sehe ich es auch. Auch noch. Instruction Boys. Wie, wie alleine essen geht. Peinlich. So. Habe es gesagt. Wenn du den Döner auf der Hand mitnimmst, ist das cool. Aber der Rest, da muss ich noch überlegen. Denke nicht. Kommt man hier in den Untergrund vielleicht? Sind die Gegner nämlich nicht mehr. Die restlichen. Warte mal, oder? Kommt man hier rein? Nee, kommt man nicht. Naja, wir haben alle, ne? Auf meiner Seite, ja. Ich glaube, wir müssten alle haben. Ja. Sieht so aus. So, SMG, bist du voll. Leg dich hin. Oh, ich mache wieder 5 mit SMG. Jetzt auf entspannt und. Nothing to report, Junge. Der hier halt einen kompletten Headshot kassiert. Das soll das ja reporten, wenn es geht. Ehrlich. Das ist ein Weltklasse-Headshot war immer. Solltest du dazu noch sagen. Also 4 bitte noch überlassen am Ende, wenn möglich. Selbst wenn wir dann aufgeflogen sind. Egal. Muss sie ja noch killen. Soweit ich das gesehen habe, ich habe noch gar nicht nachgefunden. Ja. Einfach okay. Schade heard. Steht gleich draußen, ne? Shit. Hoch. Ah, Blume, gib mir Kraft. Blume, gib mir Kraft gegeben. Wer guckt mich hier schon wieder an? Brauchst du, brauchen wir noch 3? Ein Sniper da oben. Oh, ich seh. Hier ist immer noch was, was wir gespottet haben. Weiß nicht. Ein Sniper da geholt. Scheiß, hatte ich nachgeladen? Nee. Pulp ab PDR. So eine PDW, wie ich sehe. Find ich nicht cool. Das ist Metal. Da ist die Feuerwehr hat immer sehr peinlich in den Spielen. In echtheit auch, aber Wie viele Gegner sind noch im Leben? Zwei, oder was? Eins, zwei. Einen sehen wir dann nicht, oder? Wir haben ja nicht gespottet. Ja. Ich wollte schon sagen, ich brauche halt noch nur die paar, dann bin ich schon leveled, dann kann ich es das nächste Mal wieder weitermachen, deswegen. Äh, muss ich runter irgendwo, oder? Wo geht es da hin? Ach hier. Veranda. Er hat ihm gerade geantwortet. Der fuck. Rank up, ich hab's. Oh, nur noch zwei. So. Das haben wir jetzt. 50 Enemies was steht, destroy enemy Drones. Kill 3 Enemies in less than 3 seconds und kill 5 Enemies without being detected. Ja, das ist, also das Stealth mache ich sowieso mit dem without being detected eigentlich. 3 Enemies weniger als 3 Sekunden kann ich eigentlich machen, wenn einfach eine 3 Gruppe da ist und Enemy Drones musst du halt dran denken, dann, dass ich die dann machen müsste. Oh, ach, dadurch kriegt man auch ein Level ab, ne? Ja. 23. Bin ich. What's that noise? Ach, da steht noch einer. Was ist ein Headshot? Oh, die Pesser. Aha, was gibt's hier, MK14? Wollst du die nicht? Ich bleib erstmal bei der Silverstick, glaub ich. Okay. Mach bitte mal aus. Ich habe überdies kein Sturmgewehr und da bekomme ich keinen Bonus drauf. Silverstick? Ist doch das Sturmgewehr, das war's, ja, oder nicht? Ja, Silverstick, ja, aber die, äh, MK14 ja nicht. Achso. Die ist ja keins, deswegen, da würde ich keinen Bonus bekommen. Mhm. Okay. Mhm. Mh, brauchen wir 10 Zentimeter nach oben auf den auspassen und dann... Oh, das ist eine normale Karre. Fisch? Hoffentlich. Ähm. Geh hinter, oder was? Ah, was bist du denn? Ex-T... Ich bin grad verschwunden. Ich werde... Ach, ist auch eine Ehekarre. Es sind alles Ehekarren hier. Kann nicht sein. Ridiculous. Ja, mega. Ich gucke übrigens, Dragon Ball Z gerade wieder. Ich spiele Dragon Ball Xenobus mit meinem Kumpel die ganze Zeit, wenn wir so chillen bei mir und so und wir haben einen neuen Charakter gemacht und alle möglichen Skills wieder freigeschalten. Ich dachte, ich muss unbedingt wieder sehen. Ich habe jetzt schon gesehen, wie er Raditz wieder gefeiert hat. Hast du, jeder hat Dragon Ball gesehen? Eigentlich? Ja. Raditz ist der Bruder. Mhm. Jetzt ist gerade der WG-Junderbar da. Also ganz am Anfang noch halt, ne? Sehr nice. For Freezer, ne? Ich habe gar nicht so viel Dragon Ball als Serie geguckt. Ich habe das meiste Dragon Ball-Wissen actually aus Dragon Ball durch die Games. Mhm. Games waren auch. Tausche mal geiler, immer. Alles andere. Tausche mal vor, ja? Äh, ja. Weil hier ist nur... Oh, hier ist eine Drohne direkt. Ja, gut. Zivillian, zwei Leute und eine Drohne, okay. Drohne weg. Oh. Alle weg. Und dafür habe ich nämlich auch meinen 3er-Kill da direkt gemacht. Einen der 3er-Kills, die ich machen musste. Infos! Du kostest einen Infos von mir! Let me see that. Outpost Black Tiger. Aha. Tiger, willst du uns was erzählen? Hast du dich nochmal umbenannt, oder? Hm. Halt dich ein bisschen Ridiculous an gerade. Ridiculous. Mhm. Hier ist eine Crate zum Kaputtmachen, ich weiß noch nicht, was drin ist, aber ich werde sie kaputt machen, wie ich mich gerne. Vertreibt Urwächter. Hä? Nee, ich kann sie nicht kaputt machen, das ist keine Waffe. Oh, ich muss runter. Ich muss runter. Oh, ja, oder so. Hallo. So. Ähm. Warte mal. Ach so, einfach nur gegnerische Autos lang. Ich dachte gerade. Hö. Hörte ich mir ganz kurz. Hier oben müssen wir immer noch hin. Aber die E-Karre. Junge, das sieht doch nicht aus, als wenn sie es anhören müsste. Warum ist die kaputt? Bin nirgendwo gegengefahren. Direkt auf dem Bahnsteig, hier, sorry aber du musst wenigstens ein bisschen was hören, also ehrlich, das ist doch keine E-Karre mehr, das ist ne Karre die auf, keine Ahnung, nem Handy-Akku läuft oder so, Elon lacht, wenn er das Spiel hier sieht, so leise geht das auch nicht, soll parken mal am Seitenstreich, weil wir haben was zu tun Das einzige, was du hörst, ist halt einfach nur das Getriebe, was da über dem Boden knistert, ey Ja, scanning, die scannt, oh hier ist ganz schön viel los, ganz schön rot Hier ist gleich richtig viel los, Alter Rote Angelegenheit hier drin, muss ich sagen, VR Heavy, CV-Iliens, CV-Iliens, Digga, wo sind die Boys? Ach, die, ach, den rundherum verteilt, I guess, ne? Naja, überall hinten, ah, now I see, now I see, aber hier fehlt noch was Oh, ich hab'n Messer gehört bei mir an der Drohne, ganz schön laut, was soll das? Ich hab'n so'n Gehört ganz kurz, war'n bisschen peinlich auch, muss ich sagen, so, ich find' den hier nicht, hier steht auch hier draußen und ich hab'n gemisst, das ist ne andere, das sind Panäle, da kann ich reingucken Ja, wo denn? Kleine Drohne, die einmal kurz durchfliegt Der ist crazy, wo kommst du denn jetzt her? Versteh' ich nicht Ja, jetzt bleibt halt da liegen, mir auch egal Ah, endlich Oh Hab' ich voll missachtet, dass hinter mir so viele sind Ich muss jetzt jemand mit einer Granate töten Oh, geil Von deiner Quest her, oder was? Ja Ich muss halt wild Stealth leider alles machen, ne? Also muss ich gucken, dass ich halt einfach nicht gesehen werde in dem ganzen Combat Dann ist, glaub' ich, noch Stealth, ne? Frag mich, ob meine Gasgranate auch mir Schaden macht Nö, tut sie nicht Ah, doch, tut sie Hihi Ich dachte, bei'm Fenster, shit Oh Ah, shit Okay Here we go gang Ah, fuck, ich bin down Ich hab' gedacht, dass meine Schotwinte mehr penetriert durch die Wand Okay Oh, alle haben sich beruhigt, instant Wie so, ach, er nur Na gut Ja Hahaha Hallo wieder auf eure Posten Oh, Junge, die Sprinter sprinten wirklich immer auf ihre Posten dann Hä, manche, ich seh' gerade mal die Civilian sehen so ähnlich aus Durch die Arbeitshosen, wie die Sogar echt schlau Äh, vorher mal zu spotten War ich so dumm Vielleicht sollen die sich auch so anziehen Ich weiß es nicht Aber vielleicht ist es einfach nur ne knausrige Firma, die dir immer die gleichen Hosen gibt Das kann auch sein Nix, hey Da war ich grad eure Sache Improved Weapon Parts Ich krieg's brechen Oh nix, please Alle Uhhh, 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 wenn sie mich sehen Junge, so eklig bin ich auch wieder nicht Ehrlich Warte mal Expecto Patronus dahin Nein, nicht zwei Deswegen sollte dann Expecto Patronus dahin Was hab ich hiervon jetzt gemacht? Destroy Eine Drohne Drei in unter drei Sekunden Fünf Ohne detected zu werden, okay Warte mal, du hast kein Nix mehr Geh mal da hinten hin Ich werde hier auf den Weg wegknallen Ach ne Du Ach, ihr, ihr läuft da Kommt der von drinnen? Wait, jetzt sind zwei Echt, Mann, was? Patronen funktionieren gerade nicht so wie ich das haben will Aber von dem bewegt sich keiner, die sind zu weit weg No more contact Soll ich da einen von nehmen, den linken? Aber wo bist du gerade, bist du unten? Oder vorm Zaun? Ich bin vorm Zaun, ich schneid den kurz auf Moment Kann man den, müsste man eigentlich aufschneiden? Als ob man den hier nicht aufschneiden Ich kann den hier nicht aufschneiden Ich kann den hier nicht aufschneiden Das ist so dumm Oh, er kommt doch gucken Da kommt einer in gelb Also aufpassen Oh no Oh Hat das gehört? So, okay Jetzt, wenn du Du hörst nicht auf, okay Aha Nee, das ist besser dir einfach nur einen schnellen in den Hinterkopf zu geben Der hier kommt auch Hier muss ich wohl auch weg holen Er sieht mich nicht, bin ich so gut Gut Oh, haben wir etwas Was dahinten passiert? Nix Oh nein Ich wird jetzt immer im Aufheben Dass man die Scheiße nicht abbrechen kann Ey Mann Jung, ich hasse es Mach die Granate jetzt Haha Warst du schon? Ich hab die schon, hab die Ah, okay, dann töte ich jetzt drei Gegner in unter drei Sekunden Mal gucken Hier ist ein Heavy Boy Ähm, Heavy? Hier bin ich Genau So, jetzt bräuchte ich dich da hinten Boah, du bist nicht tot? Nein, nein, dich nicht Ich bin hier eigentlich, aber die drei Sekunden sind weg Auch hinter mir sind die Ach, hier drin Ah Ja, ne Shotgun leider Oh, noch einen, komm Wo ist er? Er ist dahinter, ne? Scheiße, ich kann den nicht pulle Hier drin Ist auch noch einer? Oh, die drei Sekunden sind auf jeden Fall vergangen Passt schon Okay, ich hab ihn extra nicht genommen Ja, ich hab ihn nicht gesehen Ich hab den hier draußen gewollt eigentlich Aber der wollte wohl selber nicht Ah, warte mal Der wollte hier selber nicht Schade Ich dachte, hier durch kann man vielleicht Penetratraten, aber kann man nicht Zumindest meine DMA nicht Ja, komm hier rum, Junge Ja, komm hier rum Oh, ne Hey, es gibt nen Fight, what the fuck Wenn die genau wissen, wo du bist Oha, wie cool Ja Du gibst ihm ne Kopfnuss Dann ist er kurz Stunt Dann trittst du ihm, glaub ich, die Waffe aus der Hand Und schmeißt dich so auf ihn drauf Und messest ihn so ganz langsam Und halt Musst du dir dann mal angucken Wenn du gesehen bist, einfach mal auf ihn zu laufen Wenn er die Waffe wirklich zieht und so Dann Also dem hab ich grad ne komplette Also wirklich ne MMA-Combo gegeben Ja Richtig harte Kombo Nein Das ist ne Dessert der Agler drin Die müssen die kaputt machen Und Standard Parts auch so Ja gut, aus denen kriegt man glaub ich immer Standard Wie das aussieht Ach die Ist draus ne great Gib es Gib es Es ist Geld Ah 500 ist es nur Hätte doch behalten können So Habe ich überhaupt irgendwas gemacht oder davon? Warte mal Äh Ne Gut Achso Without being detected hätte ich ja nicht machen können Okay Passt Straight da hinten nach Nice Vier Fertigkeitsrunde Geradeüber Dann hau ich doch direkt Weapon Mark 2 rein Beziehungsweise Mark 3 Ah das hab ich schon Ich glaub ich hab die Waffen noch nicht Kann ich noch nicht Doch ja die GE 28 ist schon Mark 3 Die MPX Kann jetzt auch Elite Waffenteile Okay High End Weapon Parts Und dann hier Genau Elite Weapon Parts hab ich auch nicht Der war wohl noch nicht Okay War das die oder die? Das war die andere Okay Dann hier Oh was High End für die nutzen so oft Eieiei Ja Elite Okay Ja Hab beide wieder gestackt Ach die Maxim muss ja auch noch Fuck High End Kann ich es mir noch leisten? Ja gerade so Pfff Ah noch ein High End Oh noch ein High End Was soll das? Hab ich gar keine mehr Scheiß Egal Auch Mark 3 fast voll Dann sollten sie gut performen können die Dinger Was cool dass man sich halt auswählen kann was man so hoch macht Finde ich sehr nice Mh Ähm So dann gucken wir mal was ich so skille Ich wollte eigentlich eine EMP Nate Das ist sehr hilfreich eigentlich Und die Item Capacity Was wollte ich noch? Das mit der Drohne wahrscheinlich dann Na Wo war das? Die Minimap Da ja machen wir Recon und Sniper frei Aber Sniper brauche ich nicht skillen eigentlich oder? Was ist da? Using a Sniper Rifle For every hit Shots Achso Okay Ne Äh Breath Control brauche ich nicht Range Nope Okay Also brauche ich bei Sniper Nix Und hier Drone Mark Area Easier to Mark Enemies with Recon Drone Ja das werde ich wahrscheinlich mal skillen irgendwann Drone Speed brauche ich auch nicht Das ist fein Dann mache ich erstmal EMP Und Item Capacity Sehr schön Ok Nächste Ok Let's go Ähm Hier oben ist die nächste Base Wo wir hin können Ja Nice Ich bin nur noch 3000 Dann habe ich mein Outfit Ja Nice Ich muss mich einmal spritzen Sonst habe ich wieder nicht vor das Leben Hm So Hey nice Das regnet Dann sind meine Blitzzauber stärker Hahaha Weil in Ring ganz kurz Ich kann so ein paar Blitze ziehen und auch die werfen Oh Hatt ich jetzt nicht erwartet So ein Drift Ah Wo? Was? Ach hier links Könnte ich noch Au Ist das hier? Maut Junge? Ist das hier Maut? Hä? WLAN 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 Das wird schon bei denen über die Luft übertragen Kleine Wasserpartikel drinnen Eben Seiten Man muss nur nutzen Äh Wir wissen halt wie man es nutzt So Warte mal Gibt es hier Syringes? Na Gibt eine Coconut hier für mich Aber auch alles 250 Scale Credits Das ist äh 1000 High End Hahaha Vier Stück Ich dank dir Das habe ich aber auch gebraucht gerade Weil ich habe alle benutzt gerade Das war wichtig So Äh Ab nach A Na ja Ja Gute brauchen wir eigentlich nicht aussteigen ne Ich schon Ich will nämlich Pumpst du? Ja ich weiß Ich will Ich will gucken ob ich auf Fange ich irgendwie auf den Zug drauf Shit das Auto rollt Wie drauf Nee ne Ja Stimmt Entschuldigung ich schon Oh man Ey der hat mein Auto weiter gezogen Ey man Was soll das? Ah hier ist Was ist das hier? Ist das Maut? Ähm Oh Man muss das darstellen Soll ich das nicht ne Ach das ist ne Absperrband oder? Da? Ne Haha Ne Ahnung Ich glaube das sollen hier einfach nur die Signalfosten sein oder so Aber warum haben die nen Steckplatz und so Für die regelmäßigen Wartungen Haha So hin jetzt n wieder Oh Die sind so richtig fette Trucks die man klauen kann Nicht will Ah das ist ein Reinforcer Die ist am schreien wenn er was sieht Lautstark So hier haben wir noch gar nix Ey was macht ihr denn hier ist das hier Versorgen den du weißt ne Geise nahe mach Mal nicht so gut reingucken in den Laden Och nee Och nee Was war denn das jetzt Kannst du den zufällig schnell wegnehmen dem Sniper Welchen welchen wo welchen Ach da Oh Ich auch nicht gerade warte ich lauf hoch Ah ja Okay Hat sie erledigt Hoch sorry Oh was An der Straße You dead asshole Welcome boys Ah da kommen noch welche Ja ihr sollt mich eigentlich auch sehen aber ich will Eigentlich näher ran für meine SMG Noch einer komm Nein Wir können aneinander Ah das war mir nur zwei Da kommen wieder nur zwei Da kommen wieder nur zwei Da ist einer Oh Vielleicht Vielleicht Ah nö hier vorne ist ja alles warte mal das kann ich hier mit machen Ich muss nur rechts safe sein ob ich das machen kann Oh Shotgunner Oh nein ich muss nachladen Halt die Fresse Nein Nein Wieder nur zwei glaube ich Oh Was war der denn Zu mir ist ja nade geworfen worden Hä Ach er wollte abhauen Er hat sich selber genadet I guess Hinter mir Auto Nein Oh es sind vier Leute drin Alter Es lieb alles noch im Plan Und dann kommt ein vier Mann Auto Oh nein jetzt habe ich meine drei Gegner Ey genau wo ich beim killen war wurde ich gekillt Ah, ich will einfach einen aus deren Auto holen, schade. Nein! Hey, komm jetzt werfen hier Tom die Ecke. So, zack. Schade, dass man da nicht spectaten kann, wenn man nicht schniegt. Uh, ziemlich getötet. Sachen passieren. Joa. Wird ja keiner erfahren, das ist deine Bruder. Mann ey, warum wechselt er die Waffe? Ich hab nicht gedrückt, dass er die Waffe wechseln soll. Jetzt noch mal ruhig. Ich stell mir das jetzt ein, dass ich auf Mausrad drehen nicht mehr die Waffe wechsel, das ist ja richtig nervig Bruder. Okay. Ich bin da nicht mal rangekommen. Dann keine Ahnung. Meine Schusstaste ist grad sagen weit weg von der Waffenwechseltaste. Schade, ich wollte grad sagen respawn und vom Zug weg geholzt werden, das wär doch was. Die Zäune muss man hier aber irgendwie können, das ist, also hier, oder? Require Breach Kit, aha. Hals, Maul, einmal ne? Einmal. Ja, meine Cracker brauch ich nicht, da kann ich die Breaching Torcher doch nochmal reintun, ne? Breach Fence. Oh, es dauert ein bisschen, Alter. Oh, da kommen welche. Aber es sieht keiner. Stimmt man, Breach auf schlau. Mach dir nur ne Ecke auf. Oh, eigentlich, wenn wir auffliegen würde ich immer gerne die Autos glaube ich anknallen. Dann kann ich versuchen, die direkt kaputt zu machen oder gleichzeitig zu töten. Und was sind da drei Enemies? Ist nicht so richtig. Soll ich da kommen? Man erkennt's halt auch gar nicht, wo ich durchgegangen bin. Nein, die sind... Doch, die sind hier. Vielleicht werde ich gesehen. Nein. Kann ich den machen? Nee, ich kann den nicht machen. Den wir links wollen. Nix? Oh, Gott. Ist du noch da Ronan, oder? Ich bin noch da. Ich hab jetzt entspannt was eingestellt. Ja. Jetzt nicht gehört. Hol ich mir jetzt den Sniper dahinten. Äh... Warum hatte ich keinen Schaft? Scheinten keinen Schildemper drauf? Einen Schaft einfach? Das ist nicht. Ist nicht. Ah, ist Ruhe wieder. Schottelt, alle so. Ah, nee, doch nicht. Ja, ein paar davon hab ich schon ausgeschildet. Ja, bei mir hier vorne hatten welche Fragezeichen die alle weg. Ich hab jetzt CQC den Jungen. Ähm... Dann würde ich jetzt wahrscheinlich gucken, dass ich wieder zwei, drei... Oder drei brauche ich ja. Einen Schlag irgendwo finde. Hm, ich brauch auch drei... Äh, fünf mal zwei. Hm. Ja, ich brauch noch drei mal zwei. Einem Nagel. Einem Nagel. Ja, wenn du das machst, dann würde ich das von der anderen Seite auch machen. Ach, du meinst die Fünfergruppe da auf der Straße, oder? Äh, nö. Äh, warte mal. In weniger als zehn Sekunden. Ach so, in weniger als zehn geht. Aber ich hab in weniger als drei. Ah, okay. Das ist halt das Ding. Deswegen muss ich am besten entweder ein Auto oder Leute die nah beieinander stehen haben. Also, ich könnte hier versuchen, das schnell zu... Obwohl, er steht hier. Wenn ich den weg habe, könnte ich den da an der Straße und die beiden, ja. Also, wenn du irgendwas machen willst, ich töte den jetzt hier sowieso. Der zählt ja noch nicht zu meinen Sekunden, I guess. Ich hoffe, das war noch... Ich hoffe, das war noch drei Sekunden. Ich denke mal, gleich werden Leichen gesehen. Aufpassen. Ah, den kann ich nicht töten. Der ist hinter der Wand. Wo soll ich doch? Ah, warte. Oh, er bugt bei mir rum. Jetzt. Oder wohl nicht mehr. Gibt ich die drei in einer Reihe? Wahrscheinlich nicht. Kannst du den Rest da machen? Oh, wait. Er dreht um. This dude gave me the creeps. Ja. So. Drei Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden. Komm, komm, komm. Nice. Vielleicht. Vielleicht. Müsste fertig sind dann. Ja, ich habe einen Skill fertig. Ja. Nein, das war kill five enemies without being detected. Wow. Okay, three enemies in less than three seconds. Irgendwie ist das ein bisschen buggy, glaube ich. Ich glaube, wenn man den ersten anfängt, zählen die schon. Dann werden die nächsten nicht mehr gezählt. Sozusagen, wenn du es sowieso nicht erreichst. Hier ist eine Recon A1 wieder. Ah, ja. Ja, dann muss ich das mit Autos und so einfach machen. Das ist ja scheißegal wann, ob ich das Stealth mache oder nicht halt, ne. Das Schöne. Da wird immer einer, den ich nicht richtig sehen konnte. Anstrengend. Nein, nein, nein. Komm. Skale Credits, Metal Parts, Assault Rifle, Impro. Ja. Oh, da ist ja noch einer drin, wa? Hast du eine Leiche gefunden? Wunder. Don't be afraid. Don't be afraid. Das war ich auch immer so zu zivilisten. Ich habe dir bereits alles erzählt, was ich weiß. Danke, Trainer. Ja, doch sicher nicht. So. Da hinten. Reingehen. Letzte Truhe, glaube ich. Ich brauche hier. Hm, hm, hm. Komm. Was ist drin? Okay, 90. Okay. 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 Komm wir auch hier hin. Das ist ein einzines Haus. Da können wir gleich vorbei driften kurz. Hier gibt es nur LKWs und einen Moped, Alter. Ne, da vorne gibt es, okay, da gibt es noch eins. Neh ich das Moped hier, Alter. Ist das wieder ein E-Ding? Ne. TraityX. Die wahren Dinger. Geht nicht durch. Schuss dich ins Glas. Hm. Versuch das mal wie die ganzen Poser kurz. Es geht einfach genauso. Oh Mann. Hier wie die ganzen Poser nochmal für dich. Immer auf jedem Skateplatz oder so. Dann immer so rumhüpfen. Ja, da vorne, hier ist noch ein Bike. Hier vorne rechts. Hier rechts. Wo wollen wir hin? Ich habe schon markiert, das ist direkt vorne rechts. Das ist nur ein Häuschen. Ich bin mit Bikes gut hin, das ist 300 Meter weg. Ich bin schon auf dem Weg. Boah Junge. Da ist ein Scale Crate drin, siehst du, hat sich so gelohnt. Und eine Info. Also Collectible. So, das war's. Hast du den LK genoff? Warum? New Treasure Lead. Gambling Den Part 2. Das macht man irgendwann am Ende, wenn man es noch nicht hat, ich weiß. Kann man da eine Schatzsuche machen. Gefangenen von Sporter. Was? Wie Gefangenen von Sporter? Ja, da kann man hinten jemanden einschließen. Achso, nice. Kann man glaube ich an die meisten noch, oder? Einfach auf den Beifahrer und so. Ähm. Ja, ist ne Base hier. Wieder mit Zuganbindung. Die Sachen auch gut ankommen hier. Warte mal, scannen wir den Spot mal. Ist das der Spot? Ich hoffe. Fish Processing Center. Aha. So ne Sachen macht ihr hier. Junge. Wait. Du hast es eben gerade nicht geschossen. Du bist irgendwie rumgefahren oder so, ne? Es hat sich schon wieder angehört, dass wenn ihr rumknallt. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, was ist denn da oben los? Was ist denn das für ein Dach? Das ist ja ein komplettes VIP-Dach. Da stehen mega viele Gourds. Viele Gourds over here. Viele Gourds. Kommt eine Karre, die wird mich gleich wieder sehen und anmucken wahrscheinlich. Hier kann man Zäune durchbrechen, Bruder. Ja, fand ich eben auch bei dem einen. Das Durchgehen ist nice, aber... Das ist ja nur hier, das ist alles wieder so ganz normal aussieht danach. Übel getan, das findest du nicht wieder den Scheiß. Jo, hier ist ja eine ganze Menge unterwegs. Als ob. Teammates detected. Teammates. Na jetzt ein kleiner Gabelstapler Robo. Witzig. Nie gesehen. Ja. Ich chill einfach immer noch. Von wo? Da ist noch einer. Ach shit, da oben, Bruder. Du brauchst schon wieder super low irgendwie. Call aboard it. Die haben dich voll getötet, konnten keine Reinforcements geholt, dann geh ich dich holen jetzt. Weil die denken du bist, du bist dead as fuck. Aber du bist nicht dead as fuck. Ich bin ja näher. Bist du drinnen gewesen? Ja ne? Ja. Ok. Ich laufe, werfe mich schnell ins Gras und liegen. Something was just here. Ja. Hier irgendwo was ist. Ne Breach fence. Bist du nicht irgendwo durch? Bisschen weiter noch. Bisschen weiter. Ah, bisschen weiter noch da. Bisschen weiter noch. Äh, ja. Ah, hier. Ich seh's. In drin. Ja. Komm auf jeden Fall zu dir. Seht der mich da vorne? Ne. Seht der nicht. Die ist einfach wie so ein Messer, wo ich wieder rausziehe. So, du da vorne. Fuck off. Aber ich muss mal kurz überlegen. Ja, wenn der weg ist, dann kann ich da hinten ne Dreier auf jeden Fall machen. Hey, das ist ein Skellwagen. Er ist tot. Cheat. He dead. Hier ist noch einer irgendwo. Neben uns. Weiß wir nicht wo. Ah, jetzt war der gesupport. Ach. Grüße gehen an dich. Du bist ein Runner. Runner, Runner, Schornstein Gunner. Ist erstmal weggemessert. So, da sind drei. Sind es drei? Ne, vorne sind nur zwei, oder? Ah. Shit. Shit. Der ist vorne. Shit, dude. Der ist shit. Komme ich hier rüber. Ja. Wait. Hier kommt einer. Dann geht es vielleicht doch. So. Uh, hier kommen zwei gleich. Den da anders hier. Hab ich. Die drei. Junge, hör auf. So. Ich hab die drei auf jeden. Oh, hat einer was gesehen. Da vorne. Ah, der hat einen Schuss gehört. Glaub ich. Nichts. Was ist das? Shit. Jetzt hat der andere ausgehört. Haha. Ich will nicht check that out. Hey. Danke. Svilien stand nicht im Weg. Alles gut. Ja, noch einen Dreier kriege ich nicht hin. Außer da hinten. Gehe ich hin. Ach, das ist oben. Da bist du gerade auf dem Weg hin, ne? Hm. Das waren nur zwei. Schnell eine Judo-Rolle gemacht. Hahaha. Aber das hat nicht gezählt. Einmal hat gezählt. Was? Fünf brauche ich? Oh, fünfmal brauche ich. Alles gut. Ich muss eh, wie gesagt, vier Ketten an sich machen. Aber ich... Ich seh den anderen nicht. Ist nicht geil. Schaff ich da nicht in drei aber... Nein, I can't see you. Ja, komm. Entgegen. Komm schon. Ja, der stirbt mich in drei. Oder? Nein. Natürlich nicht. Oh, Mann. Ja, ich versuche mal so Karren und so hoch zu jagen, wenn die kommen. Das ist eine Idee, glaube ich. Oder zumindest alle gleichzeitig rauszuballern. Einfach so, wo gibt's, wie manche Leute sagen würden aus Norddeutschland. Ist sehr weird anhört, muss ich kurz an dem Rande sagen. So, ähm... Du willst einen Nade haben, was du mir mal erzählt, ne? Heads up. Grenade! Und tot. Kannst jetzt auch mal einen Spieler wechseln. Danke, dass du die Schuld da wechselst. Oh, mein Gott. Hat das lange gedauert, ey. Ich kenn das. Oh, da vorne gibt's Medica-Ausrüstung. Dann geh ich gleich mal hin. Wollen wir da ein paar Syringes, soweit ich weiß. Und 2k Credits. Wir sollten echt gut Geld schon haben, oder? Weiß ich gar nicht. Wie viel hab ich denn? Sieht man das irgendwo? Äh, wenn du i drückst. Äh, nö. Im Inventory, oder wo? Ja, dann bist du direkt im Inventory. Ah. Ah, stimmt. Du spielst ja mit Controller, Bruder. Ja, beim Inventory seh ich's auch nicht. Oder wo? Nee, du musst extra auf die Inventarsachen, also in deinen Loot gehen. Die du lootest. Deine Syringes und so. Darauf musst du gehen. Da siehst du es dann. Wie viel Cash ich habe? Ja. What? Warte, ich guck mal. Und da wo ich das finde. Bewaffnung und dann Inventar. Ja. Neben dem anfertigen, beziehungsweise Crafting. Bei deinen Verbrauchsgütern. Ja. Da ist es, dann kannst du es dann oben rechts sehen. Unter dem Namen. Ach, da. Unter dem Namen. 24-9. Das ist gar nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Was ist das? Was ist das? Kann mir einer mal die Tür öffnen? Mann, Mann. Eigentlich müsste man hier einen einfach kurz nehmen. Also einen der Arbeiter einfach dran halten. Ja, alles klar. Haben wir geklärt. Mach mal hier jetzt. Ist so. Hallo, ich will mit ihnen... Was? Ach, wir haben nichts zu tun. Ich habe gelesen, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Direkt die Schüsse gefeiert auf die von deiner Richtung aus. Shit, die Leichen hier sind alle dies vor. Wo ist die Leiche? Glaubst du? Du bist noch keine Leiche, leider. Hier liegt eine. Oder? Ja, carry. Carry me home. Direkt neben dem Eingang. No joke. Das Aufheben wurde nur dafür gemacht, um in die Räume zu kommen. Changed my mind. Wirklich. Nee, nee. Das ist auch, damit du Team mehr jetzt bergen kannst. Und zwar. Ja, dafür vielleicht noch. Aber für Leute oder Leichen wegdrehen auf keinen Fall. Das dauert so lange, Alter, bis du eine Leiche aufgehoben hast. Musst eher schnell die, die nachkommen, halt direkt weghauen. Die Tür ist offen übrigens. Die Leiche liegt drin. Sollte die offen bleiben. Die ist bei gegenüber... Nee, neben den Trucks. Die beiden. Die hier vorne in meiner Richtung stehen. Wenn du da auch noch reingucken willst. Da gibts ja eben P-Nails und alles mögliche. Ich hab auch schonmal wieder voll gestackt. Wie läuft denn so scheiße, wenn er die Pistole in der Hand hat? Ich hab keine Ahnung, was das soll. A2. Nee. Dank dir. Was ist hier alles? Hallo? Ah, wir sehen sein Ziviles. Ich hab noch mal eine Weiß, wie grüß. Ich geh da bitte raus... Ich geh da bitte raus. Ah... Ist das denn eine Leiter oder so zu dem Scheiß? Hä, warte, wo ist denn die Treppe? Ach, hier rechts wieder, ey. Den Raum übersehe ich so häufig. Dicken Berge, ey. So. Nächstes. Hier liegt doch eine Leiche. Achso, hier waren die mehreren Leute oben. Stimmt. Open it. Ähm. Ich gehe noch kurz hier den Loot abholen und dann gehe ich ganz kurz zum Biwak. Den wir da oben freigeschaltet haben. Wo? Ach, da oben links. Okay. Why though? Können wir dann auch zu den Wolves gehen. Zu den Wolves? Was sind denn ja Wolves? Hm, Wolves aus dem Posten. Gibt's hier in der Nähe. Ja, ja. Gibt's aber auch noch 100 andere Sachen, das ist das Ding. Oder nicht? Hier gibt's auch noch eine Raffinerie, also nicht eine Raffinerie, aber sowas Kleines. Dann haben wir mehrere Spots noch. Hier müssen wir wahrscheinlich noch die Village raiden. Oder wo? Das ist halt einfach nur, dass es nur gemarkt war, weil wir es gesehen haben. Also weil wir es entdeckt haben durch eine Info. Ah, ja. Deswegen ist es groß. Alles andere ist ja auch hier noch nicht fertig. Ja, true. Aber wir können da trotzdem hin und die vier Dinger hier wieder kurz abfliegen. Hier oben. Und wenn wir damit auch schon wieder hier... Weil hier oben ist nur die Village, da ist nichts drin. Das haben wir schon gesehen. Dann spotte ich vorher und dann gucken wir, ob da vielleicht noch ein Biwak ist. Weil dann denke ich mal, dass da vielleicht noch ein Biwak ist, weil hier Spots fast nebeneinander. Und dann können wir mal mit Schulz auch mal immer reden, ne? Spät mir ein. Ja, true. Ist ja eigentlich nur das Wegbringen der Quest, oder nicht? Obwohl schon. Ja. Wir haben ja doch schon über Kale, das ist doch immer noch die, ne? Dem Skelett Boy. So. Komm mal, ich bin refilled, ja? Gut. Die Epic-Teile habe ich leider noch nicht. Schade. Ähm, mein Buff ist voll. Garage niedrig ein Heli. Ah, du machst hier drin noch was, ne? Warte, ein Biwak. Hm. Dann bräuchte ich nämlich nicht lief. Warte mal, dann gucke ich nochmal in den Shop. Fahrzeuge könnte ich noch holen. Aber... All Wheels Drive. So eine kleine Zwei-Sitzer-Karre. Ich weiß nicht, ob die geil sein kann. Leer Venom. Nur wegen dem Skin kostet das 16k und das andere 4,5. Ja. Lassen wir das. So, Helme. Ne, ich hatte einen coolen Helm eigentlich gerade. Soll ich einen Chesterick haben hier von? Ne. Neue Sneaks auch nicht. Oh, Black Hawk Fury Glows. Sieht cool aus. 5k. Und für den Kopf? Hm. Ich brauche mir erstmal das Eclipse vielleicht. Von Theracalon. Aber eigentlich will ich nicht. Das ist mein Problem. Hm. Boah, die kann ich doch auch schwarz machen. Ich brauche die jetzt nochmal. Geht das gut. So. Haben wir noch ein Messer, was ich haben will? Ne, eigentlich nicht. Mein Messer gefällt mir. Das normale. Das ist so lächerlich. Beim Tech-50 und bei MSR stehen beide Kaliber 3.8. Aber... Es ist halt einfach nicht 3.3. Das ist ja trotzdem unterschiedliches Kaliber. Das ist ja geil. So, ich brauche also noch 3x3 Enemies in 3 Seconds. Neun Drohnen. Was war das mit den Drohnen? Da müssen wir dann mal kurz in irgendeine Drohnen Area oder so, dass ich kurz welche wegknallen kann. Damit wir das dann schnell fertig haben. Weil sonst werde ich das halt nie fertig haben. Bei diesen ganzen Bases sind halt immer nur 2 oder so höchstens. Ich brauche 10. Und ich bin fast schon wieder fertig mit den Enemy-Stuff-Kills. Das sind immer die meisten. Ähm. Ja, ich wollte noch kurz bei Craft gucken, ob ich irgendwas... Ah ja, ich hatte... Ich hatte Nutz. Oh ja. Machen wir mal ein bisschen... Bisschen C4 hier wieder. Rein, die Olga. Ne, die machen wir noch nicht. Ne, 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 ne. Ne, ne. Brauche ich auch nicht. So, und jetzt kurz rein in die Kleidung. Hm. Shirt. Hey, das hatte ich doch schon angeguckt. Warte, warte, warte. Ähm. Okay, okay. Geht dann ja auch nicht mehr nach. So. Warte, nicht mal mehr ne Cap nehmen. Hm. Das ist fucking schade. Haben wir dann was los? Ne, gar nichts mehr. Mhm. Dann... Mittelgeil. Wirklich nur Mittelgeil. Wolves, okay. Dann... ... Oh man, hab ich geholfen, Alter. Lief recht, ne? Ich hab jetzt den Fliegenkopf auf. Entschuldigung, du bist ja fucking naked auf einmal. Ja. Ich war gerade am anpassen. Achso. Dann bin ich raus geflogen. Achso. Ah ne, warte mal. Nicht, nicht, nicht. Ein Heli. Aus aus dem Heli. Sofort. Geht ja wieder kaputt, weil ich mit einer Drohne reinfliege. So. Ich muss nichts scannen, auf den Boden gucken. Ich will gucken in die Richtung A. Ich seh gar nichts davon. Oh Gott, wenn wir auf dem Hill sind. Das haben wir schon. Aha. Das erste. Das kommt mal vier, das kommt hin. Ah, langsam. Ist out of range. In der Höhe geht's schnell. Out of range, muss ich sagen. Aber sonst. Waren das alle? Ja. Das waren alle Sachen da. Einmal eine Waffe kaputt zu machen. Da ist eine kleine Operation Citadel. Was soll man das einsetzen? Bruns, da haben wir nichts. Und da haben wir 1000 Scale Credits garantiert. Nice. Oh. Warte. Ja, ja. Ah, ich markiere das dann immer nacheinander. Ah, ist was. Weil wir müssen nur zu einem Spot dann nicht. Das ist einfach nur so ein kaputtes Dorf. Okay. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Huwa. Huwa. Oh mein Gott. Schon wieder gesagt. Das ist nur eine Crate. Oh, ein Thorn, oder? Ich hör zumindest so was. Hm. Funden wohl. F2. Oh. Oh, hörst du das? Ja, was ist das? Das ist Bienen. Der Riesenpimmel hat gerade Drohnen losgelassen. Ich hab's gertleih, dieses ppppppppppppppp vor allem. Ist das neben uns der Pimmel? Ähm. Ach, da. Ja, ich seh ihn. Der ist hier am Rande ja. Ist der kein… Der ist kein Spot wo man hingehen muss. Achtsung, da kommt eine Drohne. Hm. Leg mich hin. Okay, weil da sind nur die beiden. Hier hinten muss die dann sein, ne? Da. Ne Keine Drohne, Rifleman Dann war es nur der Riesenpömmel, den wir gehört haben Ja, waren alles die Töne von ihm, aber gut Hol den Heli Lass mal am Riesenpömmel vorbeifliegen Wo bist du? Da rechts Trade hatte ich schon, ja, fertig Ich möchte gucken, was passiert Der Pömmel müsste hier sein, ne? War da? Da links Ja, da links Komm rein da, oder? Warte mal, hier kannst du reinparachuten, wenn du willst Seit Wildlands keine Risiken Ne, ne, lieber nicht Ne, vor allem, wenn mein Insta-Dead ist, ne? Oh nein, der Heli geht Spott Nur die Rotoren An sich ist er nicht kaputt, aber nur die Rotoren So, was gibt's hier? Es gibt Kredite Hier sogar, oder? Kann ich kurz machen, warte mal Wollte ich kurz machen, warte mal Die Drohnen sind zwei Bikes, wollen wir lieber zwei Bikes nehmen? Können wir theoretisch auch Ich würd gern mal kurz warten, wie lange das dauert, bis die Drohnen wiederkommen Achso, bis der wieder rumpimmelt Mhm Der hat wirklich überall Wartungstüren und so Das ist eh so'n Tirret, der automatisch funktioniert Können wir da oben drauf und zugucken, wenn wir uns da draufsetzen? Oh, man hört was? Man kommt auf jeden Fall hier hoch, das weiß ich noch Okay, gucken Ansage, warte mal Wollen wir nicht, ob das kommt? Ja, aber du kannst ihn fokussieren hier oben Ja, warten wir mal Vielleicht werden wir uns nicht angegriffen Achso Lass mal Uh, dumm as fuck Wie kann er dich mal miteinander steuern? Nee, das ist hier nicht möglich Das ist auch gefährlich bei der Weih Schade, es gibt kein Es gibt hier kein Hinsetzen Dann weiß ich, wie ich mir helfe Ähm Ist die Drohne über uns oder unter uns? Unter uns Nein, müssen wir looten Geht das hier nicht mehr? What the fuck? Ach, nur wenn man aimt Oh Dass er sich so hinlegt Oh Wow Wow Das ist wack Das hätte noch Ich will hier so liegen halt Aber ohne unbedingt hier gedrückt halten zu müssen oder so Mh Ziemlich friendly Ziemlich friendly Ähm Kommt der eh hoch? Wurde dem Bescheid gesagt? Wieso da sitzen zwei Leute drauf? Wo soll der Scheiß? Da fällt der eine einfach raus Ach du Ich hab den Fahrer auszusehen getroffen und dann einfach weiter drauf gehalten Hast du geschott gehandelt? Ach du hast ne ne 78 sozusagen Ne M4 Warte mal Ocean Airborne? No other way Nein Warte Hörst du das? Achso Ne das sind Leute die uns suchen Oh man Wo sind die? Ah hier hinten Oh fuck Hier Die gehen da lang Die hör ich hier Ah Okay Mal durch eh Bäume versuchen Aber ein Headshot Noch ein Ja moin Bei mir zielst du in Richtung Norden Jetzt hab ich mich wieder langsam gedreht Ich will das aber aussehen wir bleiben hier bis es passiert Ich geh nicht anders Das kann nicht länger sein als so 15 Minuten oder so höchstens Mhm Und ich hab Verpflegung hier Ja eben Äh Äh Hi Shreddlefreak Was geht? Danke für den Follow Gute Nacht Freu mich auf morgen Oh ich bin morgen um 13 Uhr in der Stadt sag ich ja voll streisig Oh das ist bitter Ja die will mit mir noch brunchen gehen Hahaha Um 13 Uhr noch brunchen ja gut Nochmal Also Lieber zu spät Als zu früh Früh ja ja Ne Ach oder wir gehen zum Ender oder so und ziehen was uns geiles rein Die werden wir morgen einfach wieder abhängen sie so ein bisschen spazieren Ja nicht so okay Und dann was essen wieder ne Weil auf Schickimiki muss ne Instastory gemacht werden Weiß wie es ist Es ist halt immer so glaub mir Egal wann ich mit dir irgendwo essen bin Es kann Döner sein Digga wir legen den zu Das ist so eine die dann sagt Die dann sogar sagt Okay warte noch kurz Ich möchte das erst ab Ja 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 Ich muss warten beim Essen damit sie Fotos machen kann Hm das ist so eine Hackt der eine? Nein warum? Hm? Hat einer im Chat gefragt Nein bei uns hackt keiner Wieso denn? Vor uns hast du gerade Hackiges passiert? Oder sieht das so aus dass ich irgendwie so scheiße da rumliege oder so bei dir? Ne ne also vorhin war dann wahrscheinlich weil du Weil ich die Headshotte da oder was? Wahrscheinlich weil du gerade in Richtung Nordosten geguckt hattest Achso Und in Richtung Westen so geschossen hast Ne ich denke ja dass das an dem Ding liegt worauf wir sind Bin ich ehrlich Hm Weiß ja Koop Haben die zwar schon immer in ihren Games auch noch nicht vernünftig hingekriegt Dass alles connected wird dass selbst wenn ich in den Koop trete dass du das siehst weißt Ne darfst du nicht Wie hart nimmst du da Rücksicht drauf beim Essen? So ganz selten wenn sowas eingepacktes ist was sie nicht mal auspackt dann Ist halt auch so und fress ein bisschen rein und dann kann man es wieder einpacken so Weißt du? Aber ähm sonst wenn wir wirklich so essen sind ist das schon stressig und ein bisschen cringe In so einem Restaurant wenn da so Fotos gemacht werden neben dir Schon ein bisschen cringy und dann vor allem schieb das mal ein bisschen da rüber So ok Schieb das so rüber Und dann so ne schieb das mal zurück Ok ok Dann schieb ich zurück Und dann einfach so Sie ist Gott sei Dank nicht so eine so Halt mal das und das in die Kamera oder so nen Scheiß Das ist voll anstrengend Sie packt's halt immer nur irgendwie hin macht ein Foto und Schreibt dann her Guck mich an Wir sind komplett reich Weißt du? Äh wir warten gerade darauf dass der Pimmel wieder seine Drohnen loslässt Und dass der Heli hierher kommt anscheinend Ne der nächste jetzt hier Obwohl ne warte mal meine 3er Kills mach ich da Eben Oder? Hab ich dafür Oh ok Doch hab ich Kommt der hier wirklich? Ja komm Bestimmt Die müssen hier auch hochlegen Ich glaub Hält der wieder an? Ich glaube wenn nicht so gefragt werden würde So ob ich da helfen soll beim Essen Oder ob das so gut aussieht Dann würde ich das Das Alter Die Stresser Nein Ich hab die falsche Waffe merk ich gerade Ja Muss heute aufgehen Erschießt im sterben Hahahaha Ich Hat nicht geklappt Ne Müsste einer noch drin bleiben nach meinem sterben Ich hab leider wieder den Fahrer getroffen Äh den Den Piloten getroffen Fahrer Ja Warum denn das? Weil wir's noch nicht gesehen haben Ist so Also ich hab Äh nur als Info Ähm Ich glaub du hattest das Game Keine Ahnung Keine 5 Stunden oder so gespielt? Ja Zweieinhalb glaub ich Ja eben So Und ich hatte's auch nur bei Release gespielt Weil ich's mir vorbestellt hatte Und dann auch Auch nicht viele Stunden Deswegen Wir spielen's grad das erste Mal wirklich durch Yes 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 Wir kennen uns gar nicht aus und das ist auch gut so Yes Ich spiel lieber Games blind als vorher was davon zu wissen Irgendwo ich spiele Also ich hoffe jeder tut das so Weil Ne Games dann die Storys so ein bisschen sich selber vor Spoiler macht das Game noch voll kaputt In den Elden Ring hab ich mir bis zum Release den nicht angeguckt Spielt ihr mit Gearscore? Ne wir spielen ohne Wir spielen mit Entspannung Hm Musst ne Hakenreise Neue Hidden Stat Entspannung Ja Richtig Junge was mit dem Pimmel der hat jetzt einmal kurz rumgepimmelt aber Dann irgendwie nicht mehr Vielleicht wenn wir eine halbe Stunde warten und dann losfliegen dann auf einmal Dann pimmelt er uns auch Ja Dann gibt's kein Handy also keine Angst wir müssen mit dieser Dreckskarte weiterfahren Richtung A ist eh nur bergab Und da ist eh nur noch ne schöne Scalecrate für uns Ich guck mal ob ich nen Base Jump machen kann vielleicht Ja das wäre cool glaub ich Ja Nice Oh Oh Auf Kurve angelehnt Okay aber Schwierig auf Kurve Oh du hast ganz schön spiel gezogen kann das sein? Ähm Ja ich komm vielleicht nicht mehr hoch Ich brauch ein bisschen bis ich wieder da bin Ist kein Ding Ich brauch richtig lange bis ich wieder da bin Bruder Ja gut ich hab ja Ausdauer Perks Und du hast auch noch ne Ration die ihr da reinkneiden könnt 20% mehr Ausdauer Alter Alter Okay Ja dann machen wir jetzt ein paar Meter gut Ich brauch keine Karre und ne 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 Wird so traurig du bist grade in soem Dschungel wo du nicht rausgucken kannst und dann auf einmal so Ja jetzt Erst noch ein paar Meter gut machen dann fühl ich mich direkt wieder wie Fritz Meinecke alter Hast du instant versucht zu ziehen gerade? Ne ne du bist ein bisschen gestürzt Ne ne ich bin ein bisschen Äh Ich hab erstmal versucht nach links Was passiert? Die sind ausgefahren ich steh da drauf Ich hörs Ich steh direkt daneben Ich hör zu sterben Schieß ist gar nicht real oder was? F**k. F**k. Hat er bei dir jemand geschossen? Ähh Nö Naja doch ein bisschen Also die töne hast du gehört aber hast du's gesehen Ja Ne gesehen nicht Er hat nämlich nichts geschossen ich sprach da neben Er hat ffffffffffffffff gemacht und ist wieder eingefahren Wenn das jetzt alles war, ne? Also ich hab's auf Kamera auch für dich. Soll ich den Clip schicken? Nee. Ist ja jetzt nichts besonderes, die vordere Klappe, die vorletzte Klappe geht auf. Wenn du da drauf stehst, wirst du einfach auf die andere Seite gedrückt und siehst gar nichts mehr. Wenn du auf der vordersten stehst, siehst du einfach nur, wie gesagt, so ein Minigun-Ding, was kurz ausfährt und wieder einfährt, nachdem es ein paar Töne gemacht wird. Das war jetzt ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen unerwhelming, muss ich sagen. Oh, ich pack sogar meine Waffe weg und bleib mir die Hände, weil ich mir fucking gar nicht... Gut. Ah, bist du wieder da? Fast, ne? Ja. Alter, als ob der jetzt hier nichts mehr macht. Das war's jetzt aber nicht, oder? Kann ich hier irgendwas aktivieren? Nee, klettern. Das kann's jetzt nicht gewesen sein, komm. Der speist doch uns jetzt hier nochmal ein paar Drohnen ab, oder was? Gib uns mal ein bisschen... Rein ins Knie, obwohl ich's eigentlich in den Arm hauen wollte. Sag dir eins. Wie macht man das nochmal? Wo ist das? Boah, das war... Nee. Warte, Befehle? Ich hab keine ausgerüstet. Warte. 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 Soll ich so ne Knarre hochzeigen, sagt niemand. Shotgunner. Hahaha, so einmal gepumpt. Ja, das ist Zeichen für Leute mit denen du nicht kommunizierst, aber die ist halt wenn ich will. Kann gut machen. Wo stellt man das denn nochmal ein? Ah, hier. Der zweite von rechts der Reiter, genau. Wir haben aber noch keine coolen Tattoo oder so gefunden für die Waffen. nicht so ein schade ist ja nur schwankt immer drauf nämlich den rot weg sieht aus wie ein diamond dog ruhig bei uns gerade hoch wieder langsam ich glaube ich fliegt nach oben da ist er fliegt wieder hoch wir kriegen keine items auf so ne range dürfen wir auch mal items kriegen ja aber das ist auslösungsvoll scheiße hätte ich gerne, also das kann man natürlich, äh quicksport finden glaube ich schott gerne, mach ich nicht garantiert nicht einzig was ich mache ist wenn wir irgendwo hin laufen, also warte, was ist gut, was sonst? grüße hm ähm ja wie hoch piki ziemlich hoch hey wenn drohnen kommen können wir die kaputt bauen dann kann ich die kaputt bauen ich glaube du müsstest auch dafür zählen die 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 müsste drüber fliehen da die über uns nicht da da öh ich hab sie ha 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 sieht auch als drohne ich geh ein bisschen runter aber das ich will denn sonst springen jetzt kommt ein heli ich hab nichts dafür bekommen das ist nett ich guck auf Börserhills hab ich gehört aber da kommt ein heli aber den kann ich machen muss noch versuch keinen da sind ein paar Wolves drin ja keinen von den zu töten dafür jedes Wort tatsächlich ich muss nur den heli kill kriegen sozusagen den heli kaputt habe ja ist fast kaputt, da ist der drin ich will abdrehen ah jetzt hä ja Junge ich geh kaputt what the fuck wie viel tankt auf einmal der heli ich hab noch ein bisschen Leben oh jetzt nicht mehr jetzt will ich gleich helfen ja abs glaube ich aber bin tot hat's gezählt hat's gezählt du hast den letzten Tag gemacht meine Drohne jetzt auf cooldown ja tot war ganz kurz Drohnen cooldown ne wegen dem EMP ach hier war ein EMP ach hier war ein EMP naja stimmt wegen der Drohne aber die Drohne war doch Insta kaputt das Ding mhm der EMP glaube ich wird von den bin ich mir nicht sicher aber ich glaube der wird von den Wolves dann ausgelöst wenn die dieses rote Signal hier haben wenn die in der Nähe sind dass die da unsere Drohnen stören auch mein Charakter ist kalt hier oben ja komplett unverständlich ach was hast du da ach du bist bei mir runter gefallen du bist bei mir einfach uns zu ihm runter gefallen gerade und wieder oben gelandet ja moin geil ja warte mal dann kann ich schon mal ein bisschen rumspotten weil ich weiß dass wir nur das hier nicht haben dann kann ich nämlich gucken was da schon mal drin ist nein das ist ja ja das ist ja ich ne ich guck ich muck es ja 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 Aha. Ah ja. Guck mal. Ähm, geht doch noch was. Direkt in meinem A. Warum sehe ich das nicht? Da hinter. Das da, ah. Oder? Was ist das? Nicht? Was mit A sogar? Ah, jetzt. Ich mag da jetzt nicht. Immer noch nichts. Und hinter meinem A. Das neue A. Das ist direkt daneben. Ah, das wollte ich. Dann gucken wir doch mal. Wir haben. 2 Waffen. 2 Waffen. Okay. 12. Neues Piwak. Nochmal die M4 zum aufnehmen. Ach, die Benelli hast du, oder? Hast du die? Was denn? Eine Halbauto. Ah, nee, du hast eine Pumpaction, ne? Ja. Obwohl? Ne, ich glaube, das ist eine Halbauto. Oh, Heli. Kopterus. Oh, was? Kommt uns. Werde ich euch anscheiden? Ja. Oh, ich habe den Fahrer getroffen. Das kann nicht wahr sein. Ihr sterbt nicht innerhalb von 3 Sekunden. Junge, wieso treffe ich immer den Fahrer oder den Piloten? Alter. Ich glaube, dir passiert nichts mehr. Hast du die Rage gesehen, worauf ich geschossen habe? Hm. Moment, war kein Instanz ziehen, oder? Ja. Äh, nein. Wo waren wir hin? Ich bin tot. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht ziehen. Du konntest nicht ziehen? Nee. Das ist bitter. Komm, versuche ich mal zu dir zu kommen. Mhm. Ähm. Oh, oben müssen wir noch hin. Ah, ah, ah. Ich bin mega dumm auf den Steinen hier gerannt. Ich seh dich nicht mal runter runter. Über mir wahrscheinlich. Mhm. Da ist es. Und also. Ich bin jetzt links von dir ein bisschen. Ich bin tot. Nee, ich bin doch nicht tot. Ah. Ah. Wrong call, wrong call. Ich bin noch ein bisschen weit unten. Ah, da. Moment, ich muss mir selbst kurz eine Spritze geben. Dann bin ich bei dir. Oh. Oh, ein bisschen zu weit. Ah. Toll. Ich lieg ganz ran. Bin ich runter geflogen? Ich lieg ganz ran. Bei dir? Nee, nicht hier. Ah, okay. Also, du saßt bei mir hier unten. Du bist ein bisschen runter gerutscht, ja? Äh, ja. Kommen wir von hier aus nochmal leben. Du zappelst bei mir so rum. Wir kommen leben weg, bestimmt. Mhm. Aber hoch wird schwierig. Wenn nicht, guck mal, was haben wir denn an der Seite? Ja, da sollte doch auch noch was sein. Guck mal, da noch Bikes. In der, äh, Südosten. Oh, ich muss mal unbedingt sprennen. Nein, ich, nein, 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 nein. Ich weiter runter. Spritze geben. Das ist so voll. Ich bin ja frisch aufgestanden. Ich bin in einem Busch. Das hilft mir gerade mit der Seite. Nicht rutschen, nicht. Ich bin so tot. Ich lebe so hart, ohne Schaden zu kriegen. Liegt ein toter Zivilist? Ah, nee, das ist kein Zivilist. Das ist ein Ausmehly, glaub ich. So, und jetzt die Rutschpartie. Stopp. Das ist der mehr. Stopp. Oh, stopp. Ich muss hier runter gehen am besten. Komm schon, jetzt rutsch doch. Jawohl. Nein, nein, du nicht, du nicht. Er. Let's go. Alter. So, jetzt reicht's. Rutschen. Jetzt reicht's. Welche nehm ich nie. Eigentlich brauche ich keine Spiegel. Die nehm ich mal raus. Dafür nehm ich mir in der Fitness-Ration rein. Ich kann's noch reinfressen. Um hier gut runterzukommen. Warte, was denn? Was macht der da? Ah. Jetzt läuft die. 10 Minuten. So, unten gerade wen? Contact! Ey, bin ich kacke, Bruder. Echt? Ich bin irgendwie A-Bot heute. Boah, Junge. Das ist schon reduzierte Kosten. Ah, ich bin Level Up. Bild. Nehmeine Blume. Nehmein Blume. Und da links ein Boy. Ich muss die übernehmen können. Sind da nur zwei? Leider, ne? Oh, da kommt ne Karre. Da sind auch noch zwei drin. Dann müssen wir's gleichzeitig machen. Nein, lacht, 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 lacht! Ja, ich glaube, ich hab's. Der hat ne Shotgun. Lieber kein Risiko eingeben. Mich, also mich hat der so oft geaim-bottet, ne? Jetzt schon. Und da weiß ich's nicht mehr, dass ich den einfach lasse. Äh, willst du E-Bike oder Dings? Oder Trail-Lax? Ich nehm E-Bike. Äh, 1x3 brauch ich noch. Und dann bin ich da fertig. Das ist auch ein E-Bike! Oh, das sind also nicht immer richtige. Wir müssen zu A hoch. Das ist halt das Problem. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen crossroaden. Sieht's hier hoch? Sieht's so aus. Oh ja. Weil die E-Dinger sind so gut für Offroad einfach, weil die so beschleunigen können. Tatsächlich. Bisschen rückwärts. Da oben kommt man da lang? Oh! Boah! Riecht hier die Seite. Ah, das war ein Heli. Ah, fuck. Nee, der ist weg. Ähm. Vielleicht hier rechts? Ja, hier rechts lang jetzt vielleicht. Ah! Mann, soll ich... Das ist so schwierig, weil du halt entweder Gas gibst oder dann lenken kannst. Achso, echt? Ja. Das ist ja mal mega scheiße. Oh, kommt man hier hoch? Na, oder? Oh, das wird vielleicht gefährlich. Ja, das ist gefährlich! Oh! Lebe. Ah, ja, ja, ja. Ja, sieht gut aus. Oh, oh! Komm schon! Komm, den Stein hoch! Komm schon! Ja! Den Stein auch, komm! Oh, easy machst du das. Mit der Beschleunigung, ey. Oh! Es ist am Smoken. Müssen wir auswechseln. Ah, hier können wir wieder runter. Nice. In die A-Richtung. Ich rolle einfach nur. Jetzt Gas. Fuck, hast du dich lenken? Ich auch. Ich hab das gespuckt, I guess. Nee, aber da ist ein Bike in deiner Nähe. Soll ich sie markieren? Ich seh's. Okay. Da sind zweimal zwei Bikes in deiner Nähe, deswegen. Ich meine, es geht noch. Ich werde... Oh, fuck, das ist da oben. Ich muss also doch wieder hoch. Okay. Warum habe ich nicht drauf geachtet, wie hoch das ist? Aber Wildlands nicht unbedingt auch nochmal komplett... Wildlands hat für mich eine richtig cooles... Story halt auch noch. Das ist halt... Aber ja gut, das hat die... Das hier auch. Also, habe ich ja gesagt, finde ich... Hat auch eine coole Story bisher. Aber ich fand halt die vom Wildlands so nachvollziehbarer. Weißt du, weil's so wirklich... ...passiert so mäßig. So ne Sachen. Das hier ist ja ein bisschen Future. Aber Wildlands sich auch nochmal komplett machen auf jeden. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Und hier gibt's dann ein Auto, weil's dein Bike auch so gut wie kaputt ist. Wie meins. Der hat fast in den Tod gefallen. Während ich geredet habe, nicht drauf geachtet. Also, was trinken. Weil ich keine Aussaugung mehr... Weil ich ein bisschen Aussaugung verkackt hab. Helpen! Ah, hier ist noch ein Fragezeichen direkt neben. Was ist das? Was... Ah, hier ist ne Höhle, oder was? Oder was ist das hier? Ja, ja. Ne Cave direkt bei meinem A noch. Ah! Warum konnte man dich... ... bei überirdischen Welt nicht sehen, hä? Meine Frage. Geht doch einfach hoch, Junge. What the fuck? Klein Blätter. Äh, bleib kurz dran stehen. Gebe her runter. Ha, ha. Gut. MP7. Ah, haben wir auch den Blueprint für... Uh, warum ist die denn noch viel besser als die MPX in allen Sachen? Sogar in der Feuerwehr. Mann, die ist Mark III gewesen. Muss ich die Waffe wechseln. Alter, ich hab, glaub ich, noch genug für eine Waffe. Ah, egal. MP7. Geil. Liebe die Waffe. In jedem Gang. Oh, hat sie Rückstoß. Warte mal. Oh, ein bisschen auf Entfernung im Sitz. Oh, obwohl. Kann ich sehr leicht kontrollieren, okay. Kann schon sagen, beim Sprinten hat es ein bisschen Rückstoß. Ah, da ist er ja. Oh, da oben kann ich mehrfach kill machen. Oder da hinten unten. Ah, zwei Leute. Ist das peinlich. Warte, ich muss die verfolgen und den anderen Wagen noch anschießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Da. Ja, drehe um. Genau. Und ihr auch. Genau. Und kein von euch treffen dabei. Danke. So. Ich platziere euch dann hier mal ein C4. Falls ihr das haben wollt. Oh, die kommen beide auch zusammen. Zusammen, zusammen. Du müsstest es jetzt haben eigentlich. Da kann man sogar noch ein Auto. So, party. MP7. Zeig, was du kannst. Mit deinem 30er Mac unangepasst. Ziemlich viel, anscheinend. Hat auch mehr Durchschlagskraft. Ja, da vorne ist was hochgegangen. Ist mir natürlich leid, aber... Es hat nicht gezählt. Alles klar, Digga. Mit meinem C4 habe ich anscheinend nur Dings gemacht. Nur Autos hochgejagt anscheinend. War niemand drin. Das war eine Frau der Morgana. Bitte. So, Mark 2 schon mal. Ne, Mark 3, wenn ich direkt... Naja, Mark 3 nicht fertig, aber ich bin... SMG-Parts brauche ich noch. Und Elite, genau. SMG-Parts kriege ich auf Nick. Okay, dann kann ich mich kurz anpassen. Ich bin zwar hier an der Straße, aber wenn ich aus meinem Inventar gezogen werde, weiß ich, dass ich mehrere Leute umbringen darf. So, Trommel. Sehr gut. Ach, du hast keine Trommel. Das ist ein längeres Mac. Aber auch hübsch. Raycover? Ne, warte mal. Gecko. Panorama, weil es hier nichts Cooleres gibt. Und einen Griff hast du schon dran. Nice. Okay. Äh, achso. Färben. Cooles. Oh, ich hatte anvisiert. Hä? Da war kurz ein Auto. Ach so, ein mit dem... Eigentlich dem Loot-Dude, wenn der aussteigt. Da müssen wir das Auto halt immer kaputt machen. Ja, lass mal hier einfach den Path überwinden. Ähm... Wir müssen nämlich eigentlich nur hierhin zurück. Dann geht's rein. Ah, da kannst du hinten sitzen, ne? Das ist voll geil dafür. So müssen wir mal die Transporter-Hänge. Können wir ihn sehen. Oh, ist weg. Dinger sind nämlich auch noch so kleine Buggy-mäßige Boys. Aber warte mal. Sollte man da... Achso, man fährt ja eh hoch. Sollte man da links hochfahren. Ich denke nicht. Ich denke, ich kann auch hier hochfahren mit dem Ding. Hattest du die Crate hier schon gelootelt? Glaube. Äh, ja. In der... In der Dings? Ja, ja. Das ist in der Mine drin. Das ist der MP7. Die Mine ist direkt daneben. Ja, aber hier ist... Hier vorne ist es jetzt gleich noch mal so. Achso. Hier an dem Dorf. Komm mal rund. Das ist hier gerade einer. Achso, ja. Komm mitnehmen. Oh, ein Scout auch. Ich bräuchte die beiden Kills, weil ich brauch noch. Mach es. Wenn nur zwei da sind. Mehr, glaube ich, oder? Dann drei, oder? Ha, dann bin ich fertig. Ich spott eh auch mal. Oh, die kommen um die Ecke. Hier zwei. Noch einer? Ja, waren drei. Aber passt. Da hinten ist noch einer. Hinterm Haus. Genau. Yo, wie geil er geflogen ist. 5, 16 hier drin. So, nix. Neue Star-Drival-Parts. Schade. Schade. Aber dafür gibt's Money. Ey, aber warte mal. Bei der Ancient Village, da steht sogar, hier gibt's kein Money. Oh, fuck. Siehst du mal. Was soll der Scheiß? Kommt wieder ein Auto zu? Kommt das... Kommt ein Auto zu unserer Straße? Warte mal. So, der unten. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Das ist mein Problem. Oh, ne. Schade einfach schraubst du... Schraubst du ganz schnell wieder drauf, mein Freund. Müsst du hier dann kommen, ne? Oder welche Straße war das? Hier ist. C4 hab ich noch. Den letzten hätte ich im Nachkampf machen müssen. Hätte ich, glaube ich, wieder volles Leben machen. Jo. Ich fahr schon mal wieder das Auto zu dir. Äh, ja, ne, nicht in die Nähe, bitte. Ah, okay. Also, bis hier, wo ich stehe, kann sie kommen. Im Auto. Weil hier kommt nur gleich was entgegen, kurz. Ich will nur gucken, ob da... Ah, da können vielleicht mehr drin sein. Vielleicht aber auch wieder nur zwei. Ich weiß nicht mehr, wo es C4 liegt. Mal gucken, auf gut Glück. Nein. Es sind auch nur zwei. Oh. Mann. Das ist doch scheiße. Ich hab auch mehr. Oh, ich hab kein SMG-Emo mehr. Ja, ich muss mal wechseln. So. Der hab ich immer, immer. Wie wird ich da fest, ey? Ah, ich darf es, denke mal. Eigentlich für Sanddünen, aber... Vielleicht auch für sowas, wenn man ihn so benutzen will. Ach, der kann ja Bäume umfahren, Kleiner. Ja, stimmt. Ah, das ist ein Trait schon mal. Dann ist das hier eine Baumhaus-Base. Ah. Ein paar Evox hier. Ah, wir sollten einfach aufgeben. Ich würde gerne. Da sagt er was Wahres. Können wir wirklich. Oh. Hier, Helipad ist auch ganz schön voll mit Leuten. Warte, mein Auti habe ich nicht gescannt. Macht das mal. Doch, hatte ich schon. Siehste. Ei, ei, ei. Trotzdem sagt er, ich soll ihn scannen. Jetzt bräuchte ich nochmal drei auf einem Fleck irgendwo, wenn es geht. Oh, die sind hier vorne, oder? In drei Helis. Oder da, ja. Ach so, drei beim Helis oder hier vorne? Ich habe nämlich nur eines im G-Mag. Das kann ich nutzen, ja. Hier vorne stehen doch... Oh, ja, hier stehen... Oh, oi, oi. Hier stehen echt genug. Warte. Kann ich die? Ja, die kann ich so. Ich werde wahrscheinlich gesehen. Also, du kannst dann ausrasten, wenn du magst. Äh, noch nicht. Ich bin noch nicht irgendwo zum Ausrasten. Okay. Ich bin ready. Ready to fuck four Bodies. Wenn ich noch hochklettern darf? Einen Moment. Ziel auf die Köpfe. Irgendjahr, dass der Laser noch nicht bemerkt hat in seinem Gesicht. Oh, ich... Los! Los geht! Oh. Kann doch nicht. Oh. Ich kann nichts dafür, wenn Ubisoft so ein Scheißprogramm geht. Oh, jetzt kommt der nach hinten. Mach hinne! Mach hinne. Ich kann ausdrucken. Achso, ja, dann los. Ja, so habe ich schon mal alle. Hier zumindest. Ja. Oh, ihr Runner. Ich komme von der anderen Seite, Boys. Mach mal. Ich habe noch einen neuen Schuss. Ich muss Waffe wechseln, Boys. Bam. Contact, contact! Nice, er reinforced. Oh, er ist dort da hinten. Ja, das ist schon. Oh, er ist hinter mir gewesen. Sergeant Boy. Sergeant Opferus. Oh, du Snatch-Jot. Das tut mir leid. Hast du Ammo für mich? 9 Millimeter. Nimm die MP7 nicht. Was soll das? Kann nicht sein. Alle Waffen haben hier einfach... Alle MPs haben hier 9 Millimeter. Alles klar. Okay. Bei 45 ACP gibt es doch auch. Nicht so verbreitet halt, die Ammo. Die nimmt ja nichts anderes, was wir zu machen. Eigentlich, ne? Nein, M1911 gewechselt. Schade. Gib mir doch... ...ne Waffe wieder. So, und die andere ist wahrscheinlich auch wieder da hinten oben, oder? Ne, hier unten. Okay. Das war ein schnelles Ding hier. Aber müsste... Ja, hat gezählt. Jetzt brauche ich nur noch... Drohnen. Haben wir hier ein Drohnengebiet? Ne, wir werden ein bestimmtes Drohnengebiet finden. Noch. Muss ich sagen. Ein Gebiet gibt es immer. Ein Drohnengebiet. Ach, ne. Das war da unten. Das hier. Ja, egal. Das können wir am Ende machen zur Not. Ja, ich gucke nur noch nach dem nächsten... Oh, ah, das ist die nächste Destination. Können wir die drei da in einer Reihe und dann alles Mögliche da machen? Jo. Muss mich von hier unten abholen. Ah, hier ist es nur gerade ein bisschen eng. Ich möchte hier mal... Obwohl, ich kann auch zu dir hochlaufen, sehe ich gerade. Ja, warte. Warte da. Hier unten ist es wirklich ein bisschen eng. Übersteht irgendeine Lampe rum, die dann unseren Heckrotor wieder wegknallt. Äh. Ne. Leute, nein. Er hat sie leider abgebrochen. A, also. Oder wir machen... Warte mal. Ne, mach mal so. Das A. Machen wir von rechts nach links. Ah, Pimmelsohn. Willst du vorfliegen? Also, hallo? Oh. Leuchtet's rot? Ne? Passiert nicht. Das ist nur die Lampe, die uns kurz anscheinend davon. Das ist ja schade. Sehr boring, ey. Schade, da hätte ich auch mehr erwartet, aber es ist Juhi so. Wir dürfen die Erwartungen auch nicht zu hoch schauben. Ja. Wir müssen... Wir müssen auch noch irgendwie... Was? Kann ich drehen. Jetzt... Oh! Jetzt gehen alle auf. Das ist ein Vogel neben uns. Lass hier nicht in Rot aufliegen, den Jungen. Okay. Jetzt. Ich hör's nur. Ja, das passiert ja nicht. Nein, nein, das ist gerade. Ich flieg ein bisschen höher. Falls wir rausspringen müssen. Er fliegt nicht. Er ist zu. Ne, der kommt gerade. Das war's wieder. Der hat so getan, als wenn man schießt und macht wieder zu. Die haben keine Particles dafür gekriegt. Das ist ja mal mega sick. Ha! Oder wir müssen mitten davor stehen oder so. Ich weiß es nicht. Das kann's halt echt nicht sein, so. Hm. Hm. Das ist ja schmutzig. Wäre, wäre schmutzig. Naja. Ach, die klappen nämlich... Ja, er macht die immer auf, wenn wir wegfliegen. Guck. Jetzt offen. Man sieht's gleich wieder gar nicht. Gucken, ob man's hört. Ne, ich hör nix. So. Hier geht wieder zu. Ja, hat wohl geschossen, was wir nicht gehört haben. Wow. Cool. Hätten sie auch rauslassen können dann. Hätten sie auch einfach, dass die... Was weiß ich. Auf uns nicht schalten. Keine Ahnung, nur auf Civilian-Boote. zwei nebeneinander eine ist wie eine cave glaube ich oder nee nur eins was auch alles komplett safe bei mir zumindest wenn du ganz hinten am wasserver startet ist kannst du langsam runtergedockt wenn nicht bist du denn das nebenan ist nämlich eine m4 gegenüber aber die interessiert ich nicht open gegner eine drohne auto jetzt muss ich hier in matt werfen meine obwohl warte mal entdeckt mich jetzt drohen wenig schickst jetzt drohen ja bei mir im umfeld ja so eine landpanzer und ist glaube ich auch einer bei mir muss nur sehen hier rum blicken der typ ach warte mal ne da 1 2 enemies der letzte was weiß hier noch das ist ein einfacher stein da kannst du einfach deinen fuß drauf sitzen und dann ist dann mann oh das ist ein piragopter take cover junge ich sitz über euch kannst du mir mal irgendwann erzählen welche cover du attacken willst ja es kommt nix weil die hier nicht hinkommen können es ist aus es kommt nix außer dieser kleine panzer russ der da kam der kann hier anscheinend nicht hinkommen doch nicht so geländet tauglich war m4 das mann eben drum ich krieg's brechen wenn ich das lese was soll das ak12 haben wir nicht noch ein heli hier ja drüben kann ob wir schon lernen oder so cool an seinem mate vorbei laufen und so oooooh oh da kommt doch mal ne drohne geflogen g gosto ah so eine ja die seh ich schon nicht mehr ich check mal kurz nebenbei die waffe gut dass ich das mache ich will auch einsatzbereit sein so wie komme ich da rüber vom heli wieder hier unten oder was oh no Panzer Drohne aufmischen? Ich weiß es nicht. Die Töne kommen von einer Wolf-Gruppe eigentlich. Die haben mich nicht gekriegt oder was? Ja, Drohne mit Wolf-Gruppe. Hier, Wolves. Und eine Drohne. Ich brauch nur die Drohne. Ich glaube aber, dabei werden sie es nicht gelassen. Guuuut. Ihr wollt ja so einen Flashbang haben. Wo treffe ich den, oder? Ich sehe nicht, ob ich die treffe. Scheiße. Was für eine Drohne ist das? So eine Schilddrohne oder was weiß ich. Detect-Drohne, die darüber fliegt. Warum kann ich nicht weiter geradeaus gehen? WTF? Warum kann er nur zur Seite gehen, wenn du diese Granate hältst? Das ist so schwierig. So, ihr seid alle in einer Area. Okay, dann los. Wurdet aber nicht alle geblindet. Ja. Jupp. Aha, 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 aha. Ammo, das ist das Wichtige. Und die Drohne. So. Ich bin Heli. Wait, war das Richtige, was ich gemacht habe? Achja, ist es. So fliegen soll ich fliegen? Äh, ich kann fliegen. Okay. Ich kann nur hier nicht an die Seite gehen. Wissen. Okay. Soll er was bemerken? Soll er doch? Der Arsch. Mhm. Ist hier ne Drohne, hallo? Vielleicht muss kurz drei Leute. Das ist drei, Jana. Weiß ich nicht, ich gucke hinter uns gerade. Das ist ne, hier ist ne Dreiergruppe hinter uns. Hab ich gerade gemacht. Okay. Die laufen da, die patrouillieren da nur. Also chill. Kannste reingehen. Und nochmal drei. Eigentlich egal wo. Aber die kannst du jetzt easy holen. Die laufen hier einfach den Weg lang. Eben drum. Brauchst du nochmal drei? Ich würde nochmal welche nehmen. Ja, die sind hier. Ich brauche noch die Drohnen-Kills, sonst kann ich nichts mehr machen gerade. Ich komme hier einfach die Crate und kann sie hier weg machen. Oh shit, I'm moving! Oh shit, I'm moving! So. So, jetzt brauche ich nur noch Kills, 20 für den nächste Level. Okay. Äh, wie viele Points habe ich eigentlich? Einen. Wollte ich den irgendwo reinknallen? Ich glaube schon. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Überall nicht eigentlich. Drone cooldown auch nicht, da wollte ich auch nichts. Ach hier. Ähm. Wo ist es? Easier to mark enemies with Recon Drone. Yes. Einfach hoch fliegen, alles automatisch marken. Okay. Ich habe leider keine Drohnen im Umfeld. Keine... Irgendwann machen die nicht immer so mega laute weirde Töne. Sollen die abschrecken oder? Mir würde das so auf den Sack gehen, wenn ich da die ganze Zeit mit rum patrouillieren müsste. Ja, ehrlich mal. Ja. Und welche Wow-Sounds die ganze Zeit? Oh, da gibt es eine MP5. Interessiert mich nicht. Gott sei Dank. Erstmal. Dann fahren die Autos hier lang oder was machen die hier? Ja. Keine Ahnung. So langsam das eine, das andere so schnell? Mhm. Handgun-Parts also, ne? Aber SMG-Parts brauchte ich glaube ich noch, ne? Warte mal. Wo habe ich jetzt alles? Ja. Gut. Alles klar. Ich bin hier die Chopter. Ähm, obwohl, warte mal. Ne, bräuchten wir den noch? Warte, ich nicht. Kommen wir ohne weiter? EMA Small Magazine? Haben wir hier nicht? Hab ich nicht geholt. Ah halt Small, das habe ich doch vergessen. Das war auf dem Dach. Ich erinnere mich. Ähm. Ja, ist hier nebenan. Also da. Ja. Shit. Dann muss ich mir das nochmal fix holen gehen. Dann mit dem Auto oder so. Dann muss ich ja nur kurz rein aufs Dach. Ähm. Alles easy. Mhm. Das ist hier unten, oder? Die 28. Was ist hier unten? Great, aber nass ich ja. Ach nee, nicht hier die Waffe, sondern... Mhm. Die hast du eigentlich. Die habe ich nicht. Okay. Ähm. Thema Small Magazine. Ich dachte, ich hätte das aufgesammelt. Habe ich aber nicht. Man schlägt auf diesem Dach, wo man mit der Leiter drauf lädt. Von außen. Hm. Dann muss ich lieber nochmal kontrollen. Mit dem Bike oder so. Na gut. Er kommt gucken. Keine Drohnen. Also wenn da drei. Wenn du drei machen willst. Ja sind drei. Wenn du sie brauchst. Ne. Ja. Weil das ist hier neben. Der hat mal gestoppt anscheinend. Hm. Ich muss rein. Warte mal. Äh ja. Ja. Lass mich einfach... Ohhhh. Alles easy. Ja so startet man. Denkrecht Starter nennt man das auch. Den Heli. Genau. Schmeiß mich drüber ab. Dann hole ich die kurz. Die müsste auf dem Dach sein. Hier waren wir schon. Hier haben wir nämlich den Rest schon. Müsste auf dem großen Dach glaube ich sein. Ja. Hier. Ja. Ich werde da anvisiert von Snipern aber. Es juckt nicht. Du holst dich gleich mal wieder ab und dann ist gut. Hier oben drauf. Bitte? Was schießt denn du da hinten? Ja. Hab den mal. Den Sniper. Der Rest. Äh. Muss kurz aus der Zone bleiben am besten. Du holst gerade. Oder du holst mich jetzt instant ab. Dann. Recording Reinforcement. Oh. Du bist richtig runtergeballert. Oh. Wir sind hier gestrandet. Wir sind hier gestrandet. Wir sind hier gestrandet. Nee. Nicht okay boys. Let's get em. Weil die wissen genau wo wir sind. Oh. Die wissen genau wo wir sind. Da oben sind. Alter. Oh. Da kann ich hinvisieren. Geil. Oh nein. So nicht. Eieiei. Pff. Pff. What the fuck. Bin so ein richtiger Doppelnieser geworden. Das ist von anstrengend. Oh lai. Ich wollte eigentlich in die andere Sicht. Kann man das hier schon switchen? Ich glaube nicht. Das hier ist der Hund. Nö. So. Ihr wolltet also eine Blend haben. Ich sonst nicht mehr. Oh. Umgehst du da direkt rüber. Der Hund. Da ist der andere. Ach. Ich muss nachmachen. Sit your ass down. Du bist immer noch geblindet. Alter. Zu schlechte Augen. So. Stay out of the open. Aber ich weiß nicht von wo er hier ruft. So. Ich habe bei mir eigentlich so ziemlich viel geklärt. Okay boys. Let's get em. Ach. Die sind hier. Ah. Ihr könnt hier nicht hoch. Dann kriegt ihr mal so ein Teil. Dann schmeiß ich euch mal ein C4 runter. Wenn es euch nicht stört. Ah. Das hat sogar mich geinjured. What the fuck. Geil. Was gemacht. Jetzt hoppel ich hier rum. Haha. Oh. Kommst du perfekt hier hoch. Und hält. Sind hier nicht gestrandet. Wir wollten hier hin. Ah. Na da kann ich mich bandagieren. Oder endlich mal wieder. Schnell. Okay. Wir könnten ihn wieder ablösen. Glaub ich. Und dann geht das nicht. Ich muss ein Leben von denen zurückholen. Gucken ob das wegen dem Hackrotor. Oh. Sobald ich in den Helden steige. Wird auf den Helden geschossen. Ernst. Sobald ich da gerollt bin. War ich in der Animation stuck. Ich habe ihn umgerollt. Junge. Wait a minute. Wait a minute. Hit him. Hit him. Gibt's dir gleich. Wo ist der andere? Da hinten. Warte ich hole die. Warte ich dich. Oh. Switch it. Gut. Wo ist der andere? Ah. Ich bin bei deiner Leiche. Okay. Alles clean. Heel. Und aufstehen. Sehr schön. Vanished. Wen denn jetzt? Sogar keiner mehr. Sind wir mal kurz gestrandet. Junge, Junge, Junge. Okay dann. Äh. Würde ich sagen. Können wir hier unten gucken. Warte mal. Haben wir hier noch irgendwas. Tolles? Sat hier hinten. Okay. Heel hier, I guess. Oh, da hinten gibt's Infos. Ein Infoboy. Reden sie. I'm not gonna hurt you. Oh, doch. Wenn du nicht redest. Na. Hier ist ne Leiter. Ein Chopper. Und ich muss mal unbedingt nachladen auf dem Dach. Vergesse ich immer mit dem Waffen. So. Ich flieg mit dem mal zum anderen. Da hinten hin. Dann hole ich dich. Will ihn nur nicht kaputt machen. Den anderen beim starten jetzt. So, glaub ich. Es sollte gut sein. Ja. Nur nochmal hochlaufen. So. Dachte er es wär ein neuer Heli aber. Ne. Ist nur ne Gatling dran. Kann ich starten? Ja. Kann safe starten. Okay. Bist du? Ah. Einzige lebende zumindest ist hier. Oh. Obwohl. Kleine Dudes sind da auch noch. Sogar mit dem G. Hm. Die Gatling Version haben wir gekriegt. Die. Wettlauer Folge. Wieder nur bis zum drei machen. Maximal halb vier oder so. Jo. Schon wieder neue Fälle. Jetzt musst du hier auch. Drei neuer. Ja. Das muss ein toller Tod sein. Ich gelöchert von viel zu großen Patronen für deinen Körper. Ah. Das ist halt so. Aua. Ah. So. Gib mir Ammo. Das ist sehr nett. Gib mir Ammo. Sehr nett. Von allem über wenig gerade. Und Crate. Ah. Sogar keine Waffen Crate. Nice. So. Mal umvisiert. Mal drei ist ne gute Zeit. Ist ne gute Zeit. Ich hatte gestern dann auch Probleme mit dem Streamen und war dann auch instant offline. Am Ende noch. Internetprobleme. Ah. Ist ja manchmal so übel late night bei uns. Und es war wohl ein Tag. Wo das so sein musste. Und dann hab ich drauf geschissen und hab gesagt. Wie komm. Gehst du da mal ins Bett? Was willst du jetzt machen? Ah. Hab ich lieber sieben Stunden Dragon Ball geguckt. Nicht ganz so lange. Fast. Oh. Ja. Der war ein bisschen voll. Hab ich so gesehen. Deswegen. Ich will mal ein bisschen was mitnehmen davon. Mit dem Baum looten. Ha. Was ist hier los? Gar nichts. Ah. Ein Biwok. Ja. Dann können wir hier weiter. Warte. Kurz auf eine Map gucken. Da waren wir noch nicht. Aber ich hab's gespottet. Aber da ist nicht direkt was. Aber vielleicht liegt wieder was daneben. Mal sehen. Auf jeden Fall. Ja. Hier ist schon wieder eine Crate. Sky Crate. Siehste. Bullshit ist das. Wenn das da nicht angezeigt wird. Bullshit ist das. Zwei Crate. Drei Crates. Wtf. Ja moin. Deswegen. Überall muss man mal hin. Ich guess. Was wurde hier? Lol. Es geht gleichzeitig. Ah. Da sind sogar Gegner. Was gibt's hier tolles? HTI. Das ist auch nochmal ne fette Sniper. Aber die magst du ja nicht. HTI. Wie. Nicht so der Fan. Finde ich in Ordnung. Von. Von den Dingen her. Ne ehrlich. Äh. Ich find's. Äh. Ich find's. Äh. Ich find die so in Ordnung. Aber ist jetzt nichts besonderes. Äh. Sieht nicht so geil aus. Also sie. Sie macht ihren Job. Aber sie sieht nicht geil aus. Sie ist ein bisschen angesternid aus. Finde ich. Ja. Wie viele Sniper in Games vor allem. Die hat die. Gibt's auch in richtig vielen Games glaube ich. Hm. Oh. Da ist gut wenn wir da mit dem. Chopper. Hochgehen. Ich werd nochmal kurz nicht. Der Chopper. Den Jeep hier riden. Den Watcher mal wieder hoch zu unserem Chopper. Ah grüßt euch. Verziegen. Oho. Da muss ich die Doppelbremse ziehen. Damit ich nicht in unseren Heli fliege. Oder fahre. Oh wait. Ah fuck. Ich kann nicht mehr driven. Zu nah dran. Warte. Bisschen weg da. So. Reicht schon. Danke. Nur wegen dem Start von dem scheiß Ding weg. Ich glaub das Heli halt jetzt gut wieder für diese kleinen Punkte oben. Oh suspiciousest fuck sind wir gerade. Die hier sind auch richtige Trollpunkte. Muss man mit dem Heli hin. Oh da unten. Schlawin hat wer rum oder? Dronen. Oh hier ist ein Drohnengebiet. Ja. Lass mal machen. Guck wie viele. Ach da oben. Ah. Nur dieser? Warte noch mehr. Die drei ne? Ja dann lass mich gleich mal ein bisschen sch... Willst du die machen oder soll ich helfen? Ne erstmal... Helfen verstehe ich unter du schießt die ab und falls du halt drauf also Schaden bekommst dann helfe ich halt. Achso ja ich ziehe mit drauf sagen wir mal so. Okay. Wollten nämlich gucken ob die One-Shots sind oder sind sie nicht. Die entdecken mich. Mich haben sie entdeckt. Einen hab ich. Noch einen hab ich. Muss kurz nachladen. Der macht aber gar nichts. Naja schieß doch deine kleinen Pupsdinger. Jupp. Ah jetzt kommt noch ne dicke Drohne. Geil. Hier bin ich. Mal gucken ob ich die treffen kann da oben. Ah. Ne oder? Doch zwei Treffer. Das auch. Das nicht. Das schon. Das auch. Auch. Shit. Man kann die halt wirklich zerstören. Das ist ziemlich geil. Haben wir ja gesehen. Und hab's da. Kommt jetzt noch was? Ah ich hab's versaut. Eigentlich hat's aber ja hier Bescheid gegeben ne? Also was ist los hier? Oh. Was ist hier los? Ja. Ich glaub die werden gleich kommen. Was meinste? Hier liegt Loot. Danke. High End Weapon Parts plus 4. Ah ja. Da unten liegt auch noch eine Drohne. Close the carbon armor plate. Ich glaub die kommen nicht mehr. Standard Weapon Parts. Schade. Ich glaub die kommen nicht mehr. Das war's. Ja gut. Dann geht's weiter. Müssen eh nur hier kurz mal ein kleines Schritt hier runter ne? Wo bist du denn überhaupt? Noch am Looten hier. Hast du? Bei den Troonen. Ich kann dich grad nicht sehen. Irgend. Da kommt noch was. Ah. So ne Cargo Drone. Ja. Und abschließend jetzt kannst du dich außen ansetzen aber. Obwohl. Wo fliegt die oder wie hoch fliegt die ist die Frage. Die müsste jetzt bei uns sein. Ach über mir da. Ja die könnte ich glaub ich treffen warte. Zählt auch als Drohne soweit ich weiß. Warum nimmst du dich die Heli Geschützer? Weil das. Ich weiß nicht ob's zählt. Hab's eh. Und ich hab die Parts gekriegt. Ja die too. Gut. Haken. Standard Waffen. Teil leider. Ja hab ich auch wieder. Aber dafür einmal unten heilen. Fehlt ne Karre. Da müsste niemand. Trotz wenn ich frühen Exit genommen. Exit noch abholen. MG. Amo wichtig. Ah. CT. MMG sogar. Muss das sein. Soll ich nicht. So. Kannst du auch eigentlich mal fliegen wenn du willst. Kann ich auch machen. Hast du die Gatlins. Dann mag ich dir wieder die Places. Ah hier kommen wir nämlich hinter der Wolf Base lang. Dann können wir nämlich außen rum schön die Wolf Base einkreisen mit den Sachen. Und dann richtig reingehen. Dann können wir uns hier mal schon mal angucken irgendwie. Weil Wolf Base ja wieder ein bisschen schwieriger. Bisschen. Okay ist der so im Ass. Der war doch eben noch heile. What the fuck. Was ist das denn? Wetter Ballon. Wahrscheinlich. Na ist das ne Wetter Station. Hä. Oder ist das n. Warum ist da Glas dran. Geht nicht kaputt. Wow. Interaktives Gameplay. Carbon Ballon. Aber ein Towie-Scale-Credits, da seh ich mich. Wenn nicht, müssen wir mal gucken. In der Base können wir eh dann einen neuen Heli nehmen, aber... Gucken wir mal. So, nächste wäre das. Ich guck gerade mal die Spots unten ab. Da haben wir alles. Das ist Story. Das ist... Area patrolled by Drones. Hab ich's jetzt eigentlich? Ne, ne? Wie viel fehlen noch? Drei. Die Wolves sollten wir hier haben, ne? Hier? Ja. Ja. Gut. Hier ist... Hier ist schon mal das nächste. Äh, ist hier auch eine Drohne oder was ist das hier? Da oben. So blinken. Ne, drei Leute hier. Brauchst du wieder drei Leute oder was? Ich brauch's auf jeden Fall nicht. Die XP kann's da haben. Wo ist denn den? Na? Strikepans, Kneepads. Die sehen vielleicht ganz geil aus. Watermelon! Wofür sind die Resources? Frag ich mich. Also ich... Ist mir noch nicht aufgefallen, wofür die sein sollten. Wow, nicht mal ammo. Ähm, mega dreist? Recht. Muss die Wolf Base denn überhaupt sehen wir die nicht von hier? Hinter uns da. Ach, ist das das Bergding da? Ach, da. Ist ja eine Bergbase hinter uns. Ah, jetzt sehe ich's. Aha. Achso, warte mal. Hier, sorry. Ah. Bist gerade rüber geflogen. Da ist mir aufgefallen. Was ist das hier für den Scheiß? Ist das ein Biber? Ja. Weiß nicht. Ja, jetzt hab ich's gesehen. Oder? Ja. Ja, dann zum anderen. Wo der irgendwo hinweilt ist. Hier. Irgendwo Drohnen. Nicht mal so beim Beobachten jetzt. Nicht mal so beim Beobachten jetzt. mitzusehen. Das ist doof. Bin gerade. MP7. Tut mir leid, wirst du es mir endet. So ne Scheiße spiele ich nicht. Hm. Schmutz. Ah. Geht gar nicht der Scheiß. Ich will das überhaupt wem anbieten, weißt du? Hm. War schon ne leichte Frechheit, äh. So, hier neben. Nächste Village. Ha. 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 Uns könnte man engagieren, wir hätten in einem Tag ganzes Land durchsuchen. Ha. 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 Ja, ja. Ha. Ha. Hier oben ist die. Und hinten ist. Ah. Eine Stoner LMG. Ne. Dafür müsste ich mehr zu smilken haben. Kann ich hier ins Fenster oder so? Ah. Engage. Ich komm von außen. Und wie viel Kredite? Guck mal. 500. Naja. Immerhin. Immerhin. So, hier haben wir alles soweit, wa? Auch das haben wir. Hier sehe ich kein Pragestechen mehr. Da haben wir nur noch die wolfige Base, wa? Da müssen wir vorher Einsatzbesprechung machen, wa? Ha. Hm. Uns das von oben immer angucken. Einsatzbesprechung. Das ist halt auf nem Berg, ne? Ist halt das Ding. Kann man nicht wirklich angucken. Muss man mit Drohnen wahrscheinlich erstmal hin. Achso, warte mal. Ich muss ja raus den Heli. Ich hab's vergessen. Oh. Komm wir lebend raus? Ja, ne? Rein da. So. Ja, komisch haste. Richtung A. Rechts. Wir haben jetzt noch einen kleinen Spot rechts von uns. Achso. Den hab ich noch extra gemacht. Das ist der letzte. So wie ich das gesehen habe. Danach ist noch die wolf Base zu hocken. Dann passt das sogar. Dann können wir noch die Quest machen. Und dann ist es fast 3 Uhr. Hm. Nice. Ja, geht ja auch ein bisschen. 3, 4. Ich glaube, wir über 10 Jucht ja nicht. Ja, ja. Ja, ja. Es sei denn, du brauchst unbedingt 10 Stunden. Beziehungsweise 12. Äh, 9. Wenn wir einen schon fertig machen. So. Hey. Mega. Polar Fleece Beanie. Ahja. Ja. Ab hier können wir auch eigentlich. Gucken wie wir hinkommen. Ich snack mir kurz die 3 Leute da vorne. Mach es. Mit meiner Kampfgeist Technik. Was wo immer das ist. Ähm. Ich habe mehr Resistance. Und ich habe geringeren Rückstoß. Mehr Resi... Achso. Okay. Muss mal nochmal ruhig gucken. Was ist das? Kommt ein Heli. Das jetzt bitte. Reduzierter Rückstoß. Und hoher Schadenswiderstand. Kills heilen. Und verlängern die Burgdauer. Ja. So. Ich will da unten einfach mal ran run. Run run? Okay. Run run. Run. Das ist auch ein bisschen... Oh längst ein Gegner. Kann sein. Ich nicht. Ich bin schon weiter gelaufen. Sollen wir da irgendeinen Loot haben. Haben sie aber wieder eh nicht. Vielleicht 20 Scale Credits. Kann ich mal sparen. Wenn ich hier unten ran, damit ich dröneln kann. Und dann gehe ich klettern, Alter. Der ist sold von wirklichen Special Forces. Wo sie es gar nicht erwarten. Junge, die klettern einfach in deiner Base. Machen keine Breach Ladung oder so. Hier ist kein... Kein... Kein Swat hier, was hier reingeht. Kommt ja auch darauf an, worauf die Special Ops spezialisiert sind, ne? Seals sind ja Wasser und so. Naja. Es gibt halt auch wirklich welche, die mounten. Soweit ich weiß. Ja. Äh. Die viel wandern und so ein Shit. Also im Training und so. Das ist richtig dumm. Da hätte ich gar keine Bock drauf. Ja, ja. Stressig. Stimmt. Wir haben auch so eine Bergsteiger-Einheit. Ja, genau. Es gibt Fallschirmspringer, ähm, oder Fallschirmsjäger, um sie genau zu benennen. Ähm. Die haben ja auch ne... Das ist ja auch ne eigenen... Ich weiß nicht, ob das wirklich Spec Ops sind, in dem Sinne. Naja. Eigene Einheit, ne? Ja. Bei Wolves sind immer gar nicht so viele hier, aber dafür sind die Wolves halt anstrengender, ne? Ja. Ja. Ach, da ist ein Corona. Hier muss ich dann snacken, oder? Ja. 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 Guck ich mal hin. Oh, doch. Doch nicht so wenig. Ich dachte es wäre weniger. Wo ist der Eingangs-Dude? Stellt mir die spannendste Schicht. Wartet darauf. Ja. Dann kommt er ihn umbringt. Ah, hier drin. Ah. Nee. Winter wohl. Ah. Wulfsson. 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 Die haben gut viele Raketen-Sniper-Boys, äh. Einer fehlt. Aha. Okay. Hopp. Alles. Ich würde eigentlich erstmal den Sniper hier oben ausschalten. Ja. Dann muss ich hier rein. Wer du oder ich. Aber den sehe ich gerade nicht mehr. Ich muss kurz warten, bis er sich wieder ein bisschen bewegt, oder du siehst ihn. Nee, ich sehe ihn nicht. Ich sehe den nicht. Was sieht mich denn jetzt? Ach, der andere Kollege da vorne unter dem Sniper. Ich muss den kurz holen, ansonsten sieht er mich gleich wieder. Kann der Sniper nicht rollbangen, glaube ich? Ja. Wer mit? Nö. 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 Wir sind weit genug weg, glaube ich, die Schüsse. Komm schon, du musst hier hochkommen. Warum nicht? Du willst doch nur nicht. Sei doch ehrlich. Du willst doch nur nicht. Mach doch auch mal das, was ich will. Fak, da komm. Oh Mann. Nun steige, be. Nun besteige, be. Okay. So, dann hole ich mir da hinten den Rocketeer. Oh, das wird schwierig. Ich hab's verkackt. Ich hab's nicht verkackt. Uh. Ich klau den schon mal die Scalecrate jetzt hier schnell. Ne, den da hinten trau ich mich nicht. Also, A und B trau ich mir nicht zu. Die sind zu weit entfernt für das Sturmgewehr, als dass ich da... Oh, irgendwie... Ah, nee. Hat nicht. Das... Oh. Von der anderen Seite wär hier griffiger was zu kommen. Ah, hier ist die Drohne gerade. Sieht ihr mich, wenn ich hier kurz reinslippe und ihn... Ah, warte mal. Der sieht mich schon von da. Okay. Mit Slimsh... Oh. Der da. Hab ihn. Okay. Ah, okay. Der hat hier drin gehört. Hab ihn genifet. Oh, ich wollte auch grad rein, Bruder. Weg vom Eingang. Müsste ihn eigentlich wegcarryen. Ach, warte mal. Hier, wenn ich ihn hier aufnehmen kann. Pfff. Ja. Ja. Ist sehr gut. Ah, fuck. Da ist diese Riesendrohne, Bruder. Ja, deswegen. Da versuch ich drum zu arbeiten gerade. Mhm. Ich glaub ich den mal hier hin. Ah, ähm. Er und... Er sind ziemlich easy zu holen. Ich geh außen rum zu dem. Zu B. Okay. Soll ich dann A nehmen? Ja, ist sehr gut. Sag Bescheid, wenn du bei B bist, dann laufe ich ja bald zu. Bin da. Okay, ich hol A. Synchron. Ja. Du hörst du's. Hahaha. Bin auf den Call gewartet, dass du da bist und dann... Ich saß da doch schon bereit, Junge. Du kennst mich doch. Ich bin noch ein Schatten, der überall sitzt. Man sitzt hier aber neben dir und du wusstest das nicht. Wie vorhin. Liege ich in so nem Busch drehen. Okay, vor uns ist einer, ne? Oh, zwei. Die hier unmittelbar. In... In... In einen Rockettier mal. Ja, deswegen... Ähm... Ich kann A machen auch. Ja, alles gut. Okay, dann hol ich mit B. Okay, mach. Krone hat auch nichts bemerkt. Sehr schön, dann können wir uns hier unsere Skillpoints holen. Wie das aussieht. Sieht aus wie ne Skillpoints holen, ja? Ah ja. Wie ich dich dabei schütze. Erst mal kurz. Ein Skillpoint. Immerhin, immerhin. Warum ist ne Waffe. Gut, dass er auch Crouch bleibt, wenn man klettert. Machen auch nicht alle Games. Das nervt auch maximal, wenn ihr es nicht machen. So. Dann haben wir hier ne MP7. Die Blueprint dafür. Ah, Objective updated. Find Blueprints. Und jetzt muss man wahrscheinlich irgendeine kaufen noch. Kannst du jederzeit dein MP7 kaufen. Das ist der Mörser hier. Ich gucke mal gerade hier mal ein bisschen drüber. Da sind auch nur zwei, das ist doch nicht so schlecht. Gehe ich mal nach unten. Das ist der Sam Fischerpistel. Ähm. Gute Augen, die Jungs. Wollen wir das Ding zerstören? Ich will's wagen. Vielleicht werden wir auffallen. Aber ich will das Licht zerstören am liebsten hier vorne. Weißt du was ich meine? Hm. Soll ich's versuchen? Ja, ich glaube das fällt auf. Ja, dann lass ich's erstmal. Dann töte ich erstmal die, wo's auffallen wird. Braucht hier MP7. Also eigentlich hätte ich kein Problem damit, wenn hier kein Panzer wäre. Wenn der Panzer nicht wäre, würde ich sagen, scheiß drauf, mach einfach. Stimmt, Panzer. Wo geht Alan jetzt gucken? Ich hab mich doch gar nicht gesehen, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Aber gleich kann er mal die Bullet hier suchen gehen. Kann er mal... What? Is that a Bullet? Should investigate. Should investigate. Du sagst es. One company? One company? Oh, sieh, du bleibst da unten. No sign of threat eben. Zeige. Oh, du kommst da rum. Würde ich eigentlich gerne neifen. Schaff ich das? No sign of threat. No sign of threat. No sign of threat. Oh. Oh fuck, ich werd' gesehen. Wo? Ich werd' nicht gesehen. Eben. Ich war das, falls du das meintest mit dem Zeichen eben, oder? Okay. Weil das ist Messeranimation. Siehst du den da, den ich grad gemerkt hab? Ah, hinter dir. Ähm. Außer, sag ich mal. Ja. Also, ja. Seh ich. Willst du den holen? Theoretisch soll ich den holen, oder willst du den holen? Dann kann ich die... Kann ich die anderen beiden da holen. Ich seh' ihn nämlich nicht. Das ist das Problem. Ah, da kommen grad welche. Ja, deswegen. Ja, das war laut. Das war richtig laut. Ach. Fall. Warum war das? Ah, mein Schalldämpfer war runter. Huch. Ja. Okay. Engage. Auf was ist denn die Frage? Hoooooooahhhhhh. Knife party! Hat's jemand nicht gewehrt, der hat mich noch nicht gesehen. Schade. Mann, das war's schon. Warte mal, ich kann aber meine Leiche wieder zum Raum tragen und den Loot mitnehmen. Hat die getötet. Ach, die haben MP7. Ah ja. Jetzt auf einmal. Öffnen sie die Tür. Da gehen. Und du wirst die Tür auf die Klappe gelegt. Ah ja, passt. Kann man Summe-Bilds mitnehmen hier. Okay. So, jetzt einmal die Kleidung. Wo zur Hölle ist die? Ach, da unter dem Sniper-Türrl. Habe ich gesehen. Blackhawk Solid Gloves. Ja, die Blackhawk-Dinger sind eigentlich ganz cool. Gucken. Warte mal, die Drohne lebt noch, oder? Hast du die schon? Ja. Ah, da hinten. Ja, das ist gut. Dann mach ich mich da gleich mal aufm Weg hin. Sonst hatten wir ja, glaube ich, alles. Ich gucke kurz wieder auf der Karte. Karte. Ja, haben wir alles. Karte. Da habe ich einen Raketenwerfer dabei, damit ich da raufschießen könnte. Ich brauche einen Raketenwerfer, glaube ich. Aber ich brauche den Kill da dran. Aber mit einem Raketenwerfer ist das Ding noch nicht kaputt, oder? Nein. Würde mich auch wundern. Dann will ich kurz gucken. Habe ich? Ich habe auch einen Rocket Launcher. Stimmt. Warte mal, Rocket Launcher. Okay. Ja, dann lasse ich dich als erstes shooten und guck mal, wie viel Damage da noch über ist. Bin bereit. Mit dem Rocket Launcher schon ausgepackt und auf ihn am Ziel. Steht da noch rum, macht Töne, der Typ. Mhm. Oh. Ja. Was war ein Raketenwerfer? Ich habe nicht gedacht, dass das Ding das one-hitted. Oh, das ist crazy. Dann weiß ich für die Zukunft. Dann können wir oben den dicken Hawk nehmen, oder? Warte mal, brauchen wir gar nicht. Wollen wir jetzt mal kurz mit Schulz reden, oder wie er heißt? Weil jetzt haben wir das Gebiet fertig. Das war die Side-Quest, dann haben wir die abgegeben und dann können wir die Jskelder in dem Eingebiet da weitermachen. Wie du noch machen wolltest, in Fenn... ich weiß nicht wo. Fennbong, glaub ich. Fennbock. Fennbock? Ja, keine Ahnung. Irgendwie so'n Scheiß. Boah, aber ich habe auch immer zwischendurch wirklich wieder richtig Bock auf die Far Cry Teile. Aber es wäre mir einfach zu teuer, diese Collection zu kaufen mit allen Teilen. Weißt du, ich bin... Für mich war Far Cry 2 das beste Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du Far Cry 2 gespielt? Nee. Oh nein, da hat das Spiel Geschichte geschrieben mit dem Kugeln rausholen. Da ging's los. Da bist du, ähm, da bist du in... Das war übel geil. In Afrika mit so Warlords dazwischen und musst Blutdiamanten als Währung finden und sowas. Damit du dann halt dir davon Waffen und so'n bisschen Rang und sowas holst und so. Und da hat er angefangen mit Zange und Messer und so weiter, sich die Scheiße rauszuholen. Bei 1 war das ja eher so ein Verbinden immer. Ja, deswegen. Ich glaube da was gesehen zu haben, aber... So cool gewesen, no joke. So cool gewesen, da konntest du einfach alles noch anzünden. Wirklich, du hast ein Feuer gelegt, das ist... Weil du... Du warst so fucking Afrika, es hat einfach alles gebrannt. So geil, da war auch der erste Map-Editor und sowas. Da hab ich mal auf Spaß ein bisschen was ge-edit. Kann man hinpacken, was man will? Kann sich selber so Arcade-Maps auch machen, wenn man will, aber... Hab ich jetzt nicht gefeiert. Ich hab's nur gemacht, um mal zu sehen, wie's aussieht. Aber es war cool. Actually, also... Für mich in Far Cry 3 auch noch echt cool. Aber in Far Cry 4 ging's langsam so... Wo ich gesagt habe, nee... Muss das nicht mehr sein, die machen immer dasselbe mit einem anderen Charakter. Gegen den du fightest und das hat sich ja bewahrheitet eigentlich. Es ist immer eine kleine, also ein bisschen andere Story, aber... Hm. Wenn ich halt den... Wenn ich halt so'n Pack hätte mit mehreren Far Crys, dann würde ich safe sagen, Können wir spielen so, oder so. Auf Far Cry wäre ich eigentlich auch down. Aber ich muss gucken, das neue halt nicht. Also das Fin war erstmal nicht, eigentlich. Müsste erstmal gucken, ob ich vielleicht wirklich noch was anderes auf dem PC habe. Es kann sein, dass ich irgendwie eine CD noch von einem davon habe, oder so. Ist derzeit. Scheiße. Ich habe leider glaube ich sonst gar keine... Also ich müsste gucken. Aber ich glaube, ich habe nur Far Cry 5 und New Dawn auf dem Account. Mal gucken auf... Vielleicht noch auf einem anderen Account. Ja, das ist gut. Alles gut. Noch sind wir hier beschäftigt. Downrange, Downspeed, braucht kein Schwein. Das braucht alles kein Schwein, was hier oben ist, ne? Ja. Far Cry 4, äh 5 war halt einfach geil. Also halt mit einem Maid mal auf japanisch gespielt. Das ist halt... Hast du so'n Bären, den du mitnehmen kannst als Freund? Du kannst halt auch nen Hund oder nen... Puma, glaube ich, irgendwie sowas mitnehmen? Oder halt nen Bären. So, und der Bär heißt halt Cheeseburger. Und dann im japanischen, wurde der Name halt übernommen. Dann nennen sie ihn halt immer Cheezabugger. Das ist mega nice. Oh man. Ah, Craft Advanced, man. Ich war schon echt gut da bei Far Cry. Ich schon... Warum habe ich diese Skills hier nie gesehen? Speed Climber und Stamina, äh, hier Tireless. Stamina kostet minus 40% Passive und plus 20% Climb Speed bei Speed Climber. What the fuck? Habe ich die nie gesehen. Länger. Direkt... Oh, Junge. Bin so langsam dann noch. Bei Überleben, meinst du? Oder was? Ja, da hab ich noch fast nix... Also hab ich gar nix geskillt bisher. Tactics nicht großes. Class Item Capacity. Nee, das brauche ich auch nicht. Ah, Drone Hunter und so gibt's da auch noch. Ah. Kontrolliertes Rutschen. Sie verbrauchen weniger Ausdauer beim Rutschen. Hm. Deswegen fall ich überall runter. Mach ich dann auch noch. Okay, ähm. MP7 Blueprint. Abhaken. So. Achso. Stehst du ja auch schon? Nee, ne? Stehst du schon bei ihm? Moment. Ich glaub ich steh bei wem anders. Ah, da. Was man den Stuhl gegen den Tisch werfen und Glas zersplittern? Ehre. Faktor Schulz. Kritiker Mass. Oh, jetzt seh ich mich wieder ohne meinen ganzen Gesichtskram. warte. Ich hab da, rote Haare und rote Bart und grüne Augen. Neongrün. Ja. Ach jetzt auf einmal. Es war ein paar Jahrzehnte zurück, aber ich habe noch nie gewusst, also ich habe es nicht viel Zeit. Testen? Hier? Das war nicht in meinem Briefing. Offiziell, das nie passiert. Es gab viel mehr weirdes Sachen hier, die meisten Leute wissen. Aber wenn deine curiosity ist, dann gehe ich nach Howard-Port. Harbour ist tief da, und der Ort ist alt. Das ist, wo die Behandlungen kommen würden. Howard-Port ist nämlich in Sinking County. Wo wir fertig sind, oder? Waren wir da fertig? Ja, da waren wir fertig. Genau. Das ist, glaube ich, das hier oben. Nee, nicht hier oben. Wo ist das? Howard-Port. Der hier, oder? Nee, Radio Station. Das ist der Howard-Port. Können wir sogar hin. Das Gebiet haben wir eh schon clear. Dann können wir die... Wir haben noch eine Nebenmission sonst, glaube ich. Dann können wir die Nebenquests noch fertig machen. Achso, mit ihm reden nochmal, oder was? Nee. Ich bin grad beim Laden, also wäre nur eine Idee. Wenn du willst, können wir die sonst auch noch annehmen. Wo ist hier eine Nebenqueste? Ich habe hier keine. Keine? Also, mir wird... Zumindest sehe ich hier was gelbes. Da hinten. Moment. Ist das Raids, oder was? Sind das die Raids? Wenn ich gerade hinlaufe, dann sind es wahrscheinlich die Raids. Ja, das sind die Raids. Ja. Okay. Ähm, nee, weil da können wir uns auch schon hin porten. Moment. Ich guck noch kurz im Laden, was da geht. Ja, kann ich auch da dann auch machen. Muss ja eh zum Biwak. Aber müssen wir da oben hin, okay. Dann lass ich A markiert. Dann müssen wir da nämlich nach Infos fix suchen, I guess. Dann geh ich schon mal nen Biwak aufbauen. Und dann nehmen wir meine neue Karre. Die wird auch E sein, hundertprozentig. Ich versuch alles mit meinem Geld, damit ich kein E-Auto fahren mache. Ich weiß, dass jeder SUV nicht E ist. Aber das weiß ich nicht. Also im echten Leben hab ich nix gegen E-Autos. Aber hier will ich halt schon ein bisschen Sound von meinem Auto auch haben. Dieses. Hilft mir nicht so beim Fahren. Fühlt sich gar nicht an, als wenn ich überhaupt fahre. Das fühlt sich ja an, als wenn ich fliege wahrscheinlich. Gib ne M4 Assault. Sag's jetzt einfach so. Ne, seh ich hier. Siehst du hier einfach so. Ja. Aha. Oh, mir fehlen noch drei Drohnen. Mal M4. Oder ich spar auf die M90 A1. Aber das ist wieder ne Pump-Action. Pump-Action. Ja, ich warte mal bis ich die hab. Dann guck ich mir die an die M4 Assault. Vielleicht ist die was für mich. Shop? Ich hab 18k. Ich kann schon wieder ne Karre kaufen. Ne. Gerade nicht, glaub ich. Ne. Scheiß drauf. Ich spar jetzt mal jetzt. Den was ich habe. Ähm, Ding ist nur. Hä? Hier waren noch sogar Drohnen in der Nähe, oder nicht? Glaub ich. Oh, noch drei. Die in der Base konnte ich nicht nehmen, wie wir wissen. Ah ne, das ist gegenüber. Ach, das ist gegenüber vom Howard-Port. Ja, wenn wir da sind, dann können wir einfach gegenüber nochmal kurz ins, ähm, Patrolled-by-Drones-Gebiet. Noooice. Äh, okay. Ist markiert. Kannst du noch im Biwak oder was auch immer du tun wolltest. Das war wütlich, du bist auch E. Bestimmt. Du bist nicht E! Gut! Gut! Das ist ne kleine Karre, die eventuell also ich weiß nicht wie schnell sie sein wird vielleicht ein bisschen schneller als diese ganzen fetten Karren, aber eventuell auch nicht Einfach ein Vorratantrieb also ein Vierradantrieb Bei so ner kleinen Scheißkarre es gibt halt nur die Das sind zwei Sitze Komm rein Okay Mal gucken Das ist ne Ach so die Leuchten nur da rum Mal gucken wie die jetzt auf der Straße performen Finde ich geil auf dem Sound her Ist nicht so mein Modell, aber ist in Ordnung Oh da war noch ne Trade, warte mal Ne da waren wir Ich hab die auch gesehen das müsste dann wieder so ne random gespawnt einfach sein Gibt's auch noch Junge fährt voll gut Stimmt, das ist wieder einfach random Waffen du kannst wegen dem Loot System damit du nochmal immer wieder abbringen kannst Junge das Auto fährt voll geil Endlich hab ich ein Auto gefunden was ich nehmen will Äh das Wolf direkt vorne Was auch immer der da macht Ein Breacher Hier waren wir doch schon ne Ich hab's nochmal gescannt gerade Ah hier ist nochmal ne Info Achja ich mag ja jetzt auch leichter Enemies Wir brauchen noch ein paar Scale Credits Um genau zu sein bis hin über 1000 1020 würden schon reichen Eieieiei Aber viel verlangt jetzt ne Das weißt du Wenn wir den Scale Credits auf den Loot da vorne töten Reicht das aus Oder müssen wir den bestragen Äh ne Den brauchst du nur töten Solange der Auszeit des Autos ist Kann er dir das halt droppen Ok Sonst nicht Wenn er im Auto stirbt Kriegst du doch keinen Drop Deswegen Ja Hier den Sniper Da hab ich den mal markiert Versteht er ziemlich alleine Aber Ich glaube du Hast du bestimmt keine Sicht da drauf Nur mal markiert Mh Sind noch Dudes Ah ja Ist ein Hangar Sind wieder auf Night Ops Angelehnt gerade merke ich Mh Der andere der hier drin sein soll Das sind ja den scheiß Crates oder? Nee? Junge What? Was bist du? Oh Care Witness Ist ja doof dann Oh der Der Breacher hier hat zum Beispiel Info den müssen wir festnehmen Ach die üben da Deswegen wird die ganze Zeit rumgeshootet Ohne dass hier irgendwer Gesehen wurde Ah investigate Habs gefunden Nice Mh Mh Hier muss doch auch noch was sein Was ich noch nicht gemerkt habe Hier Achso in der Bude War noch von oben rein? Nee Hm Dead body found Dead body motherfucking found Können den auf den strom kappen und auf komplett Doof Hier rein geht Weißt du wo der strom ist? Mh nö aber ich mach ein bisschen Lichter aussetzt Ich mach mal Sniper aus in der Zeit Highly trying Sniper hier So Dead body Ja was könnt ihr euch vorstellen We're not alone Oh Nix hier Kein Funkspruch Scheiße Hat er nachgemacht Fuck das äh Autogeschütze ist da Ah Ich muss nicht lang Ich hab eben Pena jetzt Blut Junge die sehen die Kills heute nicht Die happening What? Shot hurt Ja das ist richtig Oh irgendwie daneben geschossen Warum mach ich die Fahne? Er hat auch nen Schuss gehört Haben wir neben ihn geschossen Kein Wunder Ich wär' nicht gerne so Bin ich gerne so in echt oder so in nem Kartell oder so ein Shit Alter wenn da einmal special forces reinlaufen und den befehl haben alle umzubringen dann ist Ende Ballerspiele machen kriminell Ballerspiele sind eher so Wenn du sowas spielst Machst du dir Gedanken darüber Wie manche Leute weggefickt werden Die in so ein Castle Kartells sind Und die dann teilweise Einfach gewoneshotted werden Einfach irgendein Sniper Und dann raus Weg mit ihm Dein Leben ist einfach weg Soll ich dir mal EMP hinwerfen Oder kommst du da so rein Da oben kommen wir hier suchen Da war ich wirklich mal Vor ner Stunde Der Night Ops Hunter hier Oh wir haben was von dir gehört Alle durchmassiert mit der MP7 Schaut euch so rum Jungs Shotgun ist so geil Hier kriegen wir dann wahrscheinlich nur die Info für den nächsten Einsatz Ja Ich hab nur Akten wieder Find out what the key card auf Decker complete Reach Camp Parrot in Restricted Area 1 Da kommen wir noch nicht hin Okay dann muss man wahrscheinlich Die Quest einfach so Verhalten dann würde ich sagen Weil das ist eine Area Wo wir glaube ich noch nichts machen können Gut da hätte Restricted Ach das war der Geld Heini Da bin ich nochmal drüber gelaufen Sehr gut Wie Open and Swap Was ist hier drin? Da steht ihr nicht? Oh man Bargain Bei mir stand es auch nicht Bargain War ner SMG und hab sie kaputt gemacht Hmm Mh 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 Können wir da den nächsten Heli nehmen Denklich Sonst hatten wir die Krates ja schon mal gesehen Ja Komm gib mir genug Skull Credits Nein Warte mal Fällen so runter Zuhause genommen oder hol dir ne Waffe und knall ein bisschen wild rum los Amigo Ach ne hier ist es wahrscheinlich Hello Ja ist es We gonna make it out of this? Ne du nicht Noch ein paar Kommentare Dann schaffst du es nicht mehr Ähm Dann Die Quest anwählen von Raze Unread Intel in Fanbog Genau Unread Intel Viewer Fanbog Testo Achso da sind wir rein With Face Fassaden Ach Face Fassaden von Häusern Hm Fake Fassaden Okay Warte mal Weiß gar nicht ob wir ein Heli müssen Wird er so hinkommen Obwohl das nebenan Ja Ähm Das ist Oh Located South Western Part of Fanbog Das hier I guess Sieht so aus Umrandet Guck wie weit wir kommen ohne beschossen zu werden Mal sehen mal sehen bin gespannt Bei den Crades bist du auch noch Waffen Crate Ja Ja Und die andere auch oder Da auf dem anderen Pier Äh ich weiß es nicht Ich hoffe man nicht Wo ist der Nicht der BD Team sondern der noch Einen weiter glaube ich Hier hinten noch ne da Oh warte mal Ist der Oaklift im Weg Nee Oaklift Und Waffen Hast du die auch nicht gesehen Was dann Die Waffe Da drin Nö Weil dann ist es garantiert so Dass die Ähm Waffen wenn wir die schon rausgeloot haben Dass die danach da random drin spawnen Weißt du Dass wir es nicht sehen vorher Was wir rausnehmen Hm Wann machen wir das Äh fliegen wir uns das Radar Wissen Gibt's ja auch Ja Fliegen wir noch mal vorbei Vielleicht dieses Mal Vielleicht dieses Mal Mal sehen Ja Man hört den Sound Es macht Töne Es hat BUM gemacht Ist nichts passiert Ja warte warte Ja ja jetzt Man hört was Geht auf Da ist actually was raus Komm schon Knall uns runter Komm schick die Drohnen Oh Ja Jawohl Geht aber nicht auf uns Ja Geht nicht auf uns Aber hier sieht man es wahrscheinlich Weil hier das Meer ist Deshalb Die anderen sind wirklich Fake Schade Egal Entspannter Reise Sumpfgebiet hier schon wieder Da ist nichts bisher so hostile für uns im Fliegen Weiß ich nicht Vielleicht wegen Anfangsgebiet Ist auch ein Heliport Ich höre immer so Aber es passiert nichts Kommt keine Rockets Also ich krieg keine Mahnsignale Aha Was ist das Oh das ist die Base Knallt der uns runter Äh ist das links ein Transport Ja mit einer Waffe dran Ne er knallt uns nicht runter Ähm ist jetzt die Frage Ich hab keine Waffen dran Wollen wir davor landen Ja ne Ah fuck Ja warte hier ist ne Kreuzung Wir müssen warten wo die lang fahren Obwohl da hinten zum Resort Wahrscheinlich nicht Dann können wir hier die lange Strecke nutzen Müsst ihr warte ich hab's da noch im Visier Ja ich glaube die kommen hier da Ja die fahren hier da Oh Sorry Vielleicht geht der dabei kaputt Wir müssen hier einfach vorher stoppen Kann ich ne Landmine noch schnell rein machen Schnee Landmine 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 Oh Junge wie langsam man über diese scheiß Items geht Zwischen deine Waffe Oh der löscht schon die erste aus fuck Das ist nur er aber Der droppt da nix Scheiß Ich pack noch ein paar Hier So die beiden noch Ich glaube es geht alles hoch Aber wir können ja trotzdem was looten Ich glaube man kriegt trotzdem alles Weil es kein Supply ist sozusagen Hör mal gucken Oh what Oh Okay ich hab erstmal den Dings bisschen angebaddert Ich helfe dir mal Okay Da vorne ist noch einer draußen Oh ich bin fast dead Ich muss nachladen Ah Ich bin dead gewesen Hast noch Deckung gekriegt Oh Pass auf Pass auf Liege rechts neben dir Hinter dir links Hinter dir links Hinter dir links Weg mit dir Aus nichts kommt auf einmal ne Minigun Das war keiner von denen Das war ein random Hast du das? Wenn mir das passiert Da sterbe ich innerlich komplett Der wollte meine Ass Oh mega Ich lag da tot Und der hat selbst meine Leiche noch durchlöchert Komplett Der hat durch uns beide geschossen Einfach mit seiner Minigun Egal dann Gehen wir doch lieber direkt hin Weil das ist auch ne riesen Einrichtung Wie ich gesehen hab Mit so Mauern Und keine Ahnung Wie gesagt Fake Fassade von Häusern Ist da wohl auch an denen Müssen wir gucken Wenn wir ne Fake Fassade sehen Dann wissen wir Alles klar So Wo bin ich denn hier zur Hölle? Ach ja Wir sind abgestürzt Theoretisch Müssen nach unten hin Gibt's hier irgendwie Da gibt's Bikes Nur 3,9 Das kriegen wir hin Für die Hauptstraße Da sogar hin? Ja ne Ziemlich Ja 3 Wir könnten auch das Skaba Valley Biwak nehmen Und uns Und dann da hinfahren Supporten Ich hab ja auch gefahren Aber irgendein Porten wir Dann Porten wir Mit dem Biwak ziehen Ist halt voll scheiße Ich wollte gerade überlegen So machst du kurz wieder an Ob jetzt das Fahrzeug aus Geht ja nicht Weil dann Bist du wieder Auch wieder mit drin Das finde ich echt scheiße Dass man sich nicht alleine Hinsetzen kann Dass man immer gezwungenermaßen Da zusammen drin sitzen muss Ist ein bisschen dumm Weil du ziehst mich halt Auch nicht rein Eigentlich Soweit ich weiß Warum ziehe ich dann dich rein Ist die Frage Ich bin da Gib doch halt das Biwak Skip So Da müssen wir ja nur hinfahren Eigentlich So Ach ich kann auch breaken Bevor du da warst Glaub ich Nein Okay man muss nicht mal In die Auswahl gehen Mein Buff refresh Einfach wenn ich mich hinsetze Okay Das ist gut Okay Dann warte A ist Jetzt Sorry Doch Das ziehe ich mich mit rein Ja Nur auf eine bestimmte Distanz Jetzt sehe ich dich auch wieder normal Weil du keinen Konsum an hast Hm Aha Lass mich ganz kurz Bei den Vehikeln gucken Hier mal ganz kurz gucken Weil das hier ist eine Musclecard Die ging so Oh lord Ich kann mit Panzer kaufen Nee Ich will eigentlich Was kleines cooles Was man so fahren kann Was man noch nicht gesehen hat Aber Bisher Ist da nichts bei Ähm Nee Okay Dann machen wir es anders Machen wir es so Fast schon Break So Wäre schon schön Wenn ich jetzt in dieser Katze Mal wegs von der Map Gehen könnte Oder sowas Nix kannst du machen Verboten So Wartet doch schon eh in Person Noch was Ah Da geht sogar die Tür automatisch für dich auf Wild Den Tesla Laden Hm So die Steine die du gegenst Gegen Was auch immer da unten aus Wollte sagen gegen den Tank Aber Hm Wir sind da Weiter geht's Oh Kurve Okay Komisch Hier kann er gar nicht fahren Und hier schon Oh Junge Oh Kannst du hier auf Kurven fahren Crazy Mäßig Du rutschst immer So eine Sportscar Das ist gar nicht so scheiße Manchmal Hier müssen wir irgendwo da rechts Abbiegen Da hinten Ich habe übrigens noch nicht einmal selber gedriftet Also mal gucken Wow Okay Ich habe gar nicht so Karre Wirklich einfach an wie ein Akkumuladegerät So Sonstrüher Ich werde überlegen Oh Der hat ne Ja ich bin dabei Wir haben driften gewesen Oh Gas Oh hier rüber Oh Doch nicht Oh ich habe was gelootet In dem Manchen Karren geht das Wenn du nah genug am Boden bist Ich weiß Warte mal Müssen wir hier einfach nur Ne wir müssen aus der Straße folgen Okay Ich finde es geil wie die driften Muss ich sagen Also das ist automatisch Bei so einen Wegen Und das hier muss ich machen Aber Das geht besser Oh Oh Und hier lang Ich guess Das war perfekt Oh warte mal Hier fahren wir mal ein bisschen außen lang Ich weiß ja nicht was Ja hier ist so eine Wall Ich denke das müsste das sein Ich weiß es nicht Lass uns mal kurz einen Blick werfen Was hier das ist Info War noch nichts Aufschlaggebendes Ach Testing Zone Doch hier sind wir richtig Glaub ich Ja Haben wir gefunden Nice Überall Infos Junge Aber ich glaube die gehen weg Wenn wir eine davon haben Oh Hier gibt es einen richtigen Chopper wieder Hier ist einer alleine Oh lol Beschützt den Eingang Inkubus Wolf Was Test Areas and for Wolf's Training What the fuck Ich scanne hier irgendwas wichtiges Okay Da ist noch eine Hier fahren überall Drohnen rum Was sehe ich da auf der Karte hinten Was ist das Schon wieder ein Transport Das kann nicht sein Hier wollen sie es auch voll durchziehen Dass man immer in einer Mission Transporte kriegt Wollen sie voll durchziehen Da sind noch zwei Ihr habt hier Drohnen für Wolf's Training In der Testing Area Aber kein Wolf Versteht das richtig So einen haben wir auch Okay alle So Und da drinnen auch Der Heavy Grüße So Hier müsste ich mich durchschneiden können Oder Oh na Doch Kann ich Also ja Hätte ich hier sonst auch aufgemacht gehabt Achso da hinten Ähm Ich will mal gerade gucken Ob ich das hier vielleicht hinkriege Direkt hier Oh man Lutzen den Scheiß Mhm Mhm Bin inside Oder Dieb Soll man noch Drohnen töten Also wer Oder Verstören wäre geil Wenn ich die anhaben kann Den Heavy Den kannst du nicht nahe kämpfen Nur dass du Bescheid weißt Oh what the fuck Schon wieder laut Oh mein Oh mein Gott My bad Oh da Die eine Drohne Hat was gehört Komm gucken Versteckt die Leichen Den Westgate in der Zeit Naja hier kriegt man nämlich überall J-Scale Info Fakt die kommt hierher Ja Ist hier irgendwas Wir müssen eine Drohne deaktivieren Drohne Quest Ist du da Okay Ähm Gut Da vorne war noch eine Crate oben Oh die Drohne kommt hier runter Mhm Hm Willst du den Raketenwerfer benutzen? Ähm Soll ich denn hier? Hören die das nicht? Oder wir gehen erstmal alles andere machen Wir können ja Ja dann lass die Lass mal die Drohne in Ruhe würde ich sagen Würde ich sagen Geben wir in Richtung Was ist das? Osten? Ja Ich geh erstmal in Richtung Crate nach oben Ja das war mir ein bisschen risky Weil die Drohne da vorne da gerade noch ist Ja die können mit einer Patrone auch weglocken glaube ich Meinst du? Mal gucken Also die hören das ja eigentlich Mal sehen Die ist jetzt gerade halt noch Ich weiß nicht ob was passiert Wenn ich die jetzt in dem Zustand werfe Aber mal gucken Dead body found Aber Hat was gehört Siehst Was hab ich denn das Geld für Sehr schön Oh die scannen das Ah die haben informiert Ah den dead body Das ist Das ist doof jetzt Oh der kommt ja rum Das ist bloß die Tür Ich bin in der kleinen Operation base Warte einfach wenn er nichts weiter finisht Ist ja das cool Glaube ich Fuck Ah teammate detected Beim Turm oder Zufällig kurz Wahrscheinlich nicht ne Ja warte Musst du nur reintun halt Das ist das Ding Dann hole ich das Gestütz Und dann kannst du kurz Du danach die Drohne holen Bin mal zu wenig Slots So Ähm Ja da hat nochmal einer mehr gepasst So EMP hab ich Funktioniert das mit einer Granate Äh ich glaub nicht Das ist Ne ok nicht kaputt Ne Hier Nicht reinlaufen Du bist Oder Kriegst du da nichts Weil es meine ist Vielleicht Ne ich krieg nichts Ah ok Dann vielleicht weil es meine ist Hm Die andere Drohne Ach die Hauptdrohne kommt Äh ich hol mal meinen Raketenwerfer Für die hier raus Oh die lebt noch Ok warte Haben wir Müsst ihr die andere auch mitgekriegt Das haben ein paar Leute mitgekriegt Ja die Hauptdrohne kommt Ok das Geschütz scheint hier aber ganz ausgeschaltet zu sein Das könnten wir hacken gegen die Ach es ist auch nur so eine kleine Warte Ja dann warte Gieß doch Mach es Ah ok Er wieder Angehettet Fast kaputt Ja so Oh rückzug 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 Ja warte mal Er hat mir ganz schön Schaden ge- Ich seh nichts Wow Er hat geblindet Er hat mir ganz schön viel Schaden gegeben Der blinded people Aua Oh der Sniper Gerade noch gesehen Hab ihn Scheiße Ich bin schritt zu- Ah ne der Fakte war es woanders Demon Microchip Ok Ähm Ich hab grad'n Ich hab grad'n Oh da umstehe auch noch Was war daneben Wirklich so Häuser-Tarnung Oh Gott Wenn's wahrscheinlich auf dem Satelliten so aussieht Hab ich kurz gesehen Du will pay for killing my friend Das ist ja nett Mal gucken ob du ge-wallbanked hängen kannst Wohl nicht Oder? Maybe Hört sich so an Oder du bewegst dich die ganze ganze Scheiße Das kann auch sein Ach ne Du bewegst dich Ich bin durchgegangen Ok Gute Info Gute Info So Können wir da noch? Durchs Metall komm ich nicht Ok Das dachte ich mir Oh ja Ich hab'n alle die Häuser-Trappen Bruder Ich bin Nuketown mäßig Ja Stimmt Rush die Wechsel da hinten Seh'n ich Aha Man guckt ja alle in diese Area hier So Smoke Und verschwinde Get vanished Mein Sohn Du hinter mir Oh das ist ein Shotgun Du willst es wissen ne Ich glaube nicht So Sehr schön Dann kann ich looten Oh ne Alles was in diesem Turm ist Wo ich am Ende Bin zu stressig da hoch Ich nehme es mal den ganzen Rest Oh ich müsste mal Ich glaube Darf ich hier wenigstens Nein Natürlich nicht Mir fehlt ne Bar Da muss ne Spritze in den Arm Gewand werden Geht nicht anders Zwei Fünfer Credits Aha Nice Nice Ging doch auch so Halblaut hier Oh ich werd gleich gesehen Das ist nicht schlimm Die können hier nichts tun Noch höher Digga Hier gibt es wahrscheinlich keine Die direkt runter führt Richtig Ich dacht's mir fast Danke Boy it pushed me Ich hab was drauf Not all you got no I've got a little bit more Ne kann ich dann da hin Okay Oh nice Da ist noch ne Kiste Aber es war noch ne andere Hier glaube ich ne Äh ne Ne war nur die Und die auf dem Turm Geh auf den Turm Ah da ist ja noch ein Heavy Denn Was macht der da Späunern oder Dich ne Ecke suchen Wohin bist Kann auch sein Ich bin echt Ich bin echt Ich bin überlegen Ob ich vielleicht mal Wieder vorne installiere Möchte ich nicht Gerade muss ich sagen Ja warte War das noch Ach Noch weiter oben Ach so Sag das so Und du Heavy Da hinten Ist immer noch hinter der Wall Das kann nicht sein Meine Güte Ein Skateboard Immerhin Connor ist so ganz geil Aber für mich gerade nichts Weißt du Jetzt in diesem Moment Natürlich andere Games Bist du beschäftigt Ich fühl grad einen Shooter einfach Und so einen Halt einen Singleplayer So mit Open World Und so weiter Deswegen will ich das Danach auch weiter so machen Erstmal Ich hab ganz viele Games noch God of War Ne Dann hab ich noch Horizon Zero Dawn Noch nie gespielt Dann hab ich noch Tief würde ich das auch nicht Wieder machen Aber vielleicht so Was weiß ich Einmal in der Waffe Oder so Kurz reingucken Keine Ahnung Den neuen Hero Hab ich mir noch gar nicht angeguckt Ich schon im Stream Mit den anderen Echt? Okay So richtig mit Angucken und so Also nicht Kombos Oder so Aber halt die Katzen Von eben die Hero Sequenzen Oder hier Oder beides Weiß ich nicht Gefällt mir wieder nicht Auch der Playstyle Vielleicht ist das Was für dich Ich find das passt nicht Und hätte nie Reingenommen werden sollen Ist meine Meinung So High End Weapon Parts Sehr Schön Ähm Das Kit von ihm Actually ziemlich Äh Ach du hast es schon gesehen Was? Ja Äh Balanced Kann sein Aber es Ist absolut nicht meins Sowas gegen mich zu haben Würde mich einfach nur Abfacken die ganze Zeit Und ich selber Will es nicht spielen Genau Das Problem Ich hack das mal kurz Mit meiner Chipkarte Die wir geholt haben Vor 10 Jahren Glaube ich Neuen Clou Ich dachte jetzt Irgendwas Neues Tolles Reach the new Rendezvous Fanbock wäre auch noch Hier 3 u 30 Aber schon Ja Also Können wir eigentlich auch Nächstes Mal machen 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 Fanbock Nächstes Mal Ich wollte gerade sagen Dann können wir Fanbock Die Zone Nächstes Mal machen Und dann gucken Wie unsere Quests Uns leiten Und dann würde ich sagen Immer wenn wir eine Queste haben Können wir die Quest wegmachen Und dann immer Gucken Dass wir nicht in ein anderes Gebiet kommen Solange wir nicht in ein anderes Gebiet kommen Weiter questen Und wenn nicht die ganzen Gebiete halt freimachen Denk ich The way to go Link up with Hill Ach Josiah Hill Naja Gucken wir mal ganz kurz Scale uploaded files to a private server Here is a secret lab somewhere Die markt the rendezvous point on the tag map Ja Aber Achso er kommt da hin Ehrenmann Ah Okay Ich dachte nämlich wir müssen es suchen Aber ne Aber das hat man hier häufig Ne Dass man es suchen muss Das finde ich eigentlich ganz geil Muss ich sagen Gibt so ein bisschen diesen Reiz Dass du wenigstens was dafür tun musst Das ist so Dass du es findest Weißt du Zumindest ein bisschen Ich glaube den Helm behalten Was ist denn schon wieder neu Die Flieze Fuck ja ne Oh Die Blackhawk Handschellen Die erste Kasten Hands Nope Das stimmt Ich würde überlegen Ob ich Face Mask Wieder sowas nehme Wie Bei Atara erstmal Haben wir hier ein Bebock in der Nähe Wo ich mich hin porten kann Ne Nicht wirklich Weiß es nicht Müsstest du gucken Da oben Ich würde auch noch gerne mal in Schock Eben Hollywood Mangrove Bebock Oder Bivock oder wo Broughton Channel Wo bist du Weiß ich Ich seh dich aber da nirgends Wo bist du denn hin Da oben bist du Ach den hab ich nicht Zum Beispiel Okay Den kann ich ja mit der Drohne kurz erfassen Dann hab ich ihn Du bist in der Richtung Muss es das so sein Ne Ja Bis dann eben Bebock Ja Kann ich auch rufen Glaube ich Ne Bin schon unterwegs Okay Also ist schon im Loadscreen Das meine ich Sprichend also nix Ja gut Von meinem Charakter ist es halt Ne Irgendwie glaube ich Nach dem Heavy Kannst du dann halt Deinen Pistolenschuss machen Und Glaube ich Danach war es das Aber dann mit der Combo Ja Und Beziehungsweise Kannst du dann aber halt Danach noch Nach hinten drücken Und Heavy Für dieses Unblockable reinstechen So ähnlich wie Bei dem Strator Ja das hatte ich gesehen Du dran ketten kannst Mhm Oh wie ne Ich find die Pistole dazu Mal gucken Vielleicht hole ich ihn mir Einen Eine Drohne brauche ich noch Das mach ich noch schnell gleich Geh noch mal zu ner Drohnen Area Mach die noch schnell weg Kann ich wahr sein Gib mir ne neue Waffe Ich bin bei Waffen Hab ich schon lange nicht mehr geguckt Warte mal Der Tropfen Mensch Wegen Waffbedeckung nochmal gucken Hatte ich schon alles Coole gesehen Warum ist die Ungewehrvariante Mal gucken Das ist ja auch im selben Strat Ich will schon auch wieder nichts anderes anziehen Hier würde ich lieber nehmen Eigentlich Nehmen wir mal Oh ich hab echt Was ist das für haare? Was ist das für haare? Sind die gewachsen auf der Insel gerade? Ach weil ich die Maske anhabe Ach Jetzt verstehe ich Ähm Was wäre dann Fuck Ich muss ja lieben Hm Warte mal Gibt's ja irgendwo ne Drohnen Area Ja Ja ich kann nicht porten Solange ich in dem Biwak bin Gut Gut Hätte ich nur nochmal zu der einen Drohnen Area Und eine Drohne kaputt schießen Das finde ich irgendwie Anstrengend Dass ich Drohnen Kills habe Hätte ich lieber noch ein paar Stealth Varianten So von den Herausforderungen In Ordnung Was für ne Waffe die du hast Der Shotgun? Ne ne Nicht die SASG Was hast du? Ach ne 556er oder? Hast du? Oder hast du Was? Was? Was hast du? Ich hab ne M4 Assault Als Shotgun gerade Ich kann mich nicht bewegen So ne das war nicht die ich gesehen habe Ne die meine ich nicht Hä ok du hast ne random Waffe dann gehalten Na wow So ja ich muss mich porten Also Nach da unten Noch einmal rein da Musst du an ihm mitkommen Muss noch eine machen Das passt Das passt Verdammt Ghost Experience Risk of Injury Oh ja Das ist nice Na War das was? 69% Das Drohengebiet ist leider irgendwo in den Bergen Ne Ja So Helikopteros Dann geh Dann geh Schleswig dass man immer wieder den Biwak aufbauen muss Damit man die Fahrzeuge kriegt Oh nein Oh nein Was soll ich hier So Ach das war auf dem Berg da wo die drei Adronen glaube ich sind ja Das wäre doch nice Das geht schnell Nicht dass wir wieder diese dummen Panzer rumfahren Nicht so Bock so Ja Kleine Dröhnchen Die sehen auch übel schlecht habe ich das Gefühl Ich denke gar nicht was abgeht immer So Warte mal Kennt ihr mich von da hinten? Wahrscheinlich nicht mal ne Dann lege ich mich hier hin Und knalle ich runter Eins Zwei Und rank up Sehr schön Nicht ausweichen das nervig Hallo Das nervig Hab ich gerade gesagt Ich hab gerade gesagt es ist nervig Hörst du bitte auch? Meine Wege So Dann fliegen wir rüber Holen wir uns die Teile Dann Litt ich raus Rank up Gucken was mir das gebracht hat Und nochmal gucken was Ähm Ach ne Drohne Musst du jetzt gerade nicht sein Also ne große Drohne Ach so ein Busch reicht auch schon Das ist gut Ich könnte so nicht nachwärmesignatur tun Ist ja lächerlich Was war das denn? Scheiße kennst du hier So Ja auch wenn du den Drohnen kriegst Von jeder Drohne kriegst du auch immer Weapon-Parts Dich gerade Improved habe ich gerade zumindest gekriegt Advanced habe ich jetzt gekriegt Nochmal Advanced Nice Okay Gucken wir mal was ich mir gebraucht habe Ähm Details Lust kurz Ganz kurz was ins Muggler Coast zu machen noch Ein Emblem Was denn? Äh Ich müsste hier kurz rein und was abholen Ein Aufsatz What? Warum? Ähm Für meinen Shotgun Achso Achso Also musst du nicht mitkommen Dann würde ich es kurz alleine machen Weil der wäre ja schon geil Ne Dann komme ich da noch mit Dann muss ich aber gucken wo ich hin Brauche Achso da Ich habe mich Ja da rechts daneben Ja Ich habe es dann rechts auch drunter Das ist gut Ja Ich habe es dann rechts auch drunter Ich habe es dann rechts auch drunter Direkt noch ne Crate, ja. Hm. Noch nie. Hast du genommen den Scheiß? Natürlich. Ah, eigentlich nie. Ja. Ja, wir haben den Autor. Hinten. Versteckt. Alte Pathwatcher. Hinten zugeguckt halt. Beim Path. Wir sind gewatched. So. Warte. Oh, zurücksetzt ist hier nicht so gut, glaub ich. Hm. Kannst halt nicht von der Wand wegdenken. Wieso? Wir haben ein paar Zeug. Wieso? Wie immer. Warte. Warte mal, muss ich hier hoch? Ja. Vorsicht. Okay. Oh, da vorne. Wer ist denn das? Sind das Wölfe? Au, 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 au. Zwei hab ich nur gekriegt, glaub ich. Ja. Zweimal Looter. Das Ding ist gar nicht so langsam. Zumindest nicht nur Berge. Mal wenigstens ein bisschen hier, ne? Mal ein paar Felder, wo wir das langfahren können. Ah, hier ist doch genau, sieht man doch, ist die Straße, ganz sicher. Kein Wanderweg. Oh, hier liegt der, oh, nö, schade, Jungs. Oh, das kann man nicht umfahren. Diese Savannendinger hier. Ich glaub, sie sind schon da, ne? Oh. Ah, da oben ist der Part. Gehen wir laut oder leise rein? Können ja auch laut jetzt reingehen, mir ist egal. Muss rumknallen, geht doch. Schlüpf hier mal rein, dann holen wir erstmal die Crate. M4-Shotgun, nö. Ach, nee, so muss ich rein. Bestimmt, shotgun kann man sich auch rein. Das ist ein Mr. Crate. Alter. Ist mir leid, der ist umgebracht worden. Stimmt, ist hier das Gebäude. Gucken, ob er das sieht. Ja, hat einer gehört. Schade, laut. Ist der schon tot? Ey, ey. Warte mal. Schalt einfach runter, ich will hören, wie die knallt. Ich muss richtig klatschen jetzt. Wer nicht. Ach da oben. Kann ich hier, ne. Die sind, glaub ich, schusssicher. Oh. Hört sich schön an. Sogar so ein Nachhall. Fällt mir gefällt mir. Oh, hier sind Drohnen. Aber brauch ich Drohnen? Hab ich gar nicht geguckt. Scheiße, warte mal. Äh, keine Drohnen. Cloak and Run. Mhm. Kill 20 Enemies without being detected. Mhm. Kill 8 Enemies with SMG without reloading or swapping. Mhm. Okay. Ähm, SMG. Vollladen, bitte. Oh. 26 Schussheck. Oh, da kommen eine ganze Menge. Nein, du sollst da rübergucken. Du sollst da rübergucken. Ja, jetzt. Oh, ich hab leider reloaded. Aus Versehen. Schade. Äh, sonst auch zu viele hier. So. Got an enemy here. Oh, da kommen wieder Leute. Shotgun reser-sergeant, oder? Der Shotgun reser-sergeant. Äh, ich werd von woanders beballert. Er gibt mir ne Nate. Er gibt mir ne Nate. Alter. Uiuiui. Du musst mich mal kurz healen, Alter. Rein damit. Nein, da sind Kisten vor. Du kannst mich nicht treffen. Was? Gonna hit him hard. Je weniger Kugeln ich use, desto besser. Oh, wow, 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 wow. So ne, Mann. Ne, guck da mal raus. Komm schon. Ich seh dich doch nicht mal. Was machst du denn da? Den Eugardys seh ihn nicht. Oh, Gott, muss ich mich healen diesmal? Ich bin auch mitten gestrandet, wo sie mich gesehen haben. Oh, wieder, Junge. Wo bist du, Picker? Weiter gelaufen? Ja. Noch einer? Ne, ne? Au. Komm, meine letzte. Ah. Vanished. Ah, hier. Ja, easy. Weapon-Teiler. Was, das Adpial X3? Ja. Das, äh, der Dreilaser, oder was ist das? Ähm. Ähm, ja. Dreifachlaser? Oh, gut. Warum nicht? Ähm, irgendwas sieht mich. Ah, da ist noch ein Geschütz hinten drin. Ah, da ist noch ein Geschütz. Open, great. Scale-Credit. Improved, schade. Ey, du lässt mich, du lässt mich, du lässt mich. Aua. Ah, hier ist auch noch Info. Die Sicht der Age lässt ja wieder. Okay. Ah, ein Info-Zone. Hallo. Sie nennen sich ein Info, oder? Ancient Harbor, ja. Ja, ich weiß, wo das könnte sein. Appreciele, deine Hilfe. Ja, ich weiß, wo das könnte sein. Leute, tipp's dir hier an. Meinst du ernst, weißt du? Ich weiß, wo ist die Parade? Ja, ich weiß, wo ist die Parade hier? Oben? Die ist ganz oben. Much stress. Ich bin aber da. Und jetzt schon wieder? Ich weiß, was gehört. Achso, mir fehlen noch. War great. Ein Info-Teile. Okay. Das ist Wilderness. Aber wo sind die anderen Parade, die ich noch nicht habe? Ach, hier nebenan. Gegenüber, ja. Die bei uns ist nerf. Ich guck auch gerade, wo sie ist. Hier. Die Cargo-Drohne. Ah, hier. What the fuck? Boom. Bis unten. Digga, der Schusshorn ist so satisfying. Unscheinend. Hast du es noch nicht gehört? Willst du noch mal einen? Das ist ein Nachhalt, Alter. Das ist echt crazy, wirklich. Ich finde, die Waffensounds haben die echt gut hingekriegt. Ich habe schon mal gesagt. Ich finde, das haben sie hingekriegt. Map-Update. Aha, aha. Hier kann ich wieder runter. Bestimmt, ich muss hier oben verrecken. Gibt es hier denn keine Leiter oder Treppe oder irgendwas? Ja. Ah ja, schon gesagt. Zu wenig Leiter und Treppen. Mehr davon, bitte. LoL, die kann man auf Burst haben. Burst oder ist das Burst? Nee. Was ist denn da mit? Du hörst hier jetzt an? Schön. Und dann sowas. Habe ich auch noch als Modus. Das ist auch noch eine Info. Ich grüße Sie. Oh, supi. Komisch, jeder wusste alles. Buff ist einfach losgegangen, ich weiß auch nicht. Komisch. Einfach komisch. Verstehe ich nicht. Oh, die andere auch. Was soll das? Würde ich mal überprüfen lassen. Nein, die eine habe ich gerade gefixt. Und die andere. Hier geht noch irgendwie los. Man kann die auf Full-Auto. No Full-Auto in Bildung. Doch, Gott. Mit einer fucking DMR. Ah fuck, ich muss da rein. Ja, stimmt. Hier ist auch noch irgendwo eine Krater. Ach, hier oben. Scheiße, der Modus. Ich mache wieder auch. Eins ist was. Ich mag dich nie. Mir zu schnell. Ah, hier ist auch ein verschlossener Raum. Okay, da gibt es bestimmt mehr in den Supplies. Also, ja. Die schaut Gunster nach Haus. Oh, nochmal eine Supply-Quade. Ja. Ich mag gerade die Banden. Also, ja. Dann haben wir ja alles. So, die Orte wurden schon entdeckt. Maggla-Kaufs. Ey, können wir eh dann danach weitermachen nach Fanbock oder so. Dann passt das. Weil hier oben haben wir jetzt ziemlich viel schon entdeckt. Die Hälfte fast. Schnelles Ding ist es. Aber Fanbock erstmal dann. Oh, ho, ho. Mo, hoin. Na ja. Ich disconnecte. Yes. Das machen wir morgen. Jetzt kriege ich so viele Challenges immer zum Rankern. Bis Rank 9. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade mit deiner neuen Klasse bist. 6. Geht ja. Ging ja schnell anscheinend. Ich habe mir auch oft genug drei Gegner gegeben. So, ja, da sind drei. Und da sind auch drei. Ganze Zeit.